Ist Jesus im Alten Testament prophezeit worden, oder nicht? Ersatz zum Glöbel vom Feind. Jesus von Nazareth ist im Alten Testament vorausgesagt. Er ist tatsächlich der Messias. Der Friede und die Gnade, unseren Herrn Jesus Christus sei mit dir. Herzlich Willkommen auf Hachika TV. Herzlich Willkommen bei einer legendären Sendung, bei einer neuen Episode, bei einer neuen Podiumdiskussion, bei einer neuen Debatte, die wir so dankbar sind für diese Debatte. Herzlich Willkommen, dass du heute bei Hachika TV bist. Wir freuen uns so sehr, dass du heute hier bist. Wir sind so dankbar dem Herrn, dass das, ich nenne es Event des Jahres, diese Debatte, das ist das Schönste, was wir heute darüber reden können. Ich freue mich so sehr, dass heute so viele auch noch da sind. Wenn du Interesse hast für Debatten, vielleicht bist du ein Rabbi auch, vielleicht bist du ein Atheist oder bist du vielleicht ein Moslem, kannst du dich jederzeit bei uns bewerben. Wir prüfen das, wir gucken das. Kannst dich gerne unter dieser E-Mail-Adresse, dich bei uns bewerben für diese Debatte. Wir freuen uns, dass du heute hier als Gast bist. Ich möchte den Chat begrüßen. Der Chat explodiert. Das geht gerade 1500 Zuschauer. Herzlich Willkommen an jeden Einzelnen. Der Friede Gottes sei mit jedem. Ich gucke mal, wer überhaupt alles da ist. Also hier ist, ich kann die Namen nicht gut aussprechen, Team Jeschua ist da und viele, der Chat geht ab. Da freuen wir uns, dass so viele, wahrscheinlich viele auf diese Debatte gewartet haben und sich freuen. Herzlich Willkommen an jeden Einzelnen, der zum ersten Mal bei diesem Kanal ist. Und wir freuen uns, dass so viele Gäste, es geht einfach, ich kann nicht mehr hinterher. Das sind so viele Leute und wir freuen uns so sehr, dass ihr heute da seid. Die Zuschauerzahl wächst und wirklich Leute, betet für die Zuschauer auch, die gerade zuschauen. Für den Chat möchten wir ein paar kurze Regeln feststellen. Den Chat haben wir, wir haben immer wieder nicht gut mit dem Chat reagieren können, weil das zu viel war, immer 1000 Zuschauer. Und jetzt, das geht Richtung 1600, ja, es ist über 1600 Zuschauer und wir können nicht alles kontrollieren. Wir haben jetzt einen Modus getan, dass es nur jede zwei Minuten eine Nachricht schreiben kann. Und dann sind wir ein Team unterwegs gerade, wo das Chat-Moderation-Team heißt das. Die würden gucken, wenn jemand beleidigt, Beleidigung wird hier nicht zugelassen für beide Seiten, ob du Christ oder Muslim oder Atheist, wie du dich nennst, Beleidigung wird hier nicht zugelassen. Und hier bitten wir mit respektvoller Art in dem Chat. Wir haben nicht uns entschieden, den Chat zuzumachen, sondern wir haben gedacht, wir versuchen ein bisschen strenger zu sein, aber wir wollen auch, dass ihr ein Teil davon seid. Und deswegen bitte, wenn jemand ständig beleidigt, bitte von dem Chat, bitte blockieren. Wenn jemand was sagt, sperren erstmal für 30 Sekunden und dann zweitmal auch. Aber wenn das immer wiederholt wird, bitten wir, dass hier blockiert wird, weil wir hier nicht Beleidigungen zulassen. Das Thema, wurde Jesus im Alten Testament prophezeit? Heute möchten wir über ein fasziniertes Thema diskutieren oder debattieren. Diskutieren wird immer schlecht wahrgenommen. Wir wollen aber mit einem sachlichen Dialog, mit einer sachlichen Debatte heute das Thema behandeln, ist Jesus. Die Frage lautet, ob Jesus im Alten Testament prophezeit wurde. Es ist eine spannende Frage für verschiedene Glaubensrichtungen, für Muslime, für Juden, vor allem für Christen. Und deswegen möchten wir heute über dieses Thema sprechen, ist Jesus prophezeit, im Alten Testament prophezeit wurde. Und wenn Jesus nicht prophezeit wurde, dann haben Christen ein Problem. Aber wenn Jesus doch prophezeit wurde, dann haben Juden oder auch Muslime mussten sich da überlegen, wie gehe ich damit um. Unsere Meinung als Hakika möchten wir kurz betonen. Wir sind Christen, wir glauben an einen dreieinigen Gott. Wir glauben Vater, Sohn, Heiligen Geist. Vater ist Gott, Sohn ist Gott, Heiligen Geist ist Gott. Aber es gibt einen Gott. Der Sohn, wo der Mensch wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Den Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und deswegen, weil wir darüber reden möchten, weil wir so davon sicher sind, dass das Alte Testament über Jesus prophezeit hatte, deswegen laden wir so gerne die Gegenposition ein, was die Gegenposition sagt. Und deswegen, obwohl wir eine Meinung haben, eine Position haben, möchten wir trotzdem als Hakika, ich als Moderator besonders, unparteiisch bleiben. Wir möchten unparteiisch bleiben und das Thema nur als Moderator meine Aufgabe machen, mehr nicht. Und deswegen, liebe Zuschauer, du hast auch heute die Aufgabe, nicht zu sagen, nicht, dass ihr denkt, Debatte, jetzt Schlacht, wer gewinnt, wer hat Recht. Höre beide Meinungen, prüfe beide Meinungen und dann entscheidest du, welche Meinung, welche Position Sinn macht, mehr stärkere Argumente hat. Und deswegen, lass uns mit respektvoll, mit friedlich und mit Liebe Meinung von anderen beachten. Es gibt für so eine Debatte klare Regeln für beide. Es gibt beide, für beide Parteien gibt es Regeln und die wird Konsequenz für beide durchgesetzt. Und bevor wir jetzt weitermachen, lass diesen Stream pushen. Wir sind jetzt über 2000 Zuschauer. Lass ein Like da, lass, teil diesen Stream an deine Mutter, an deine Schwester, an deinen Vater, an deine Cousine, an deine Freunde, wem du alle kennst, teil diesen Stream und abonniere diesen Kanal, damit du solche Streams auch nicht verpasst. Genau. Wir möchten ja euch ein paar Ansagen machen. Vielleicht fragen viele, wie kann man evangelisieren? Als Hakike legen wir ein großes Wert, um das Evangelium weiterzugeben. Ich möchte was ankündigen. Jesus und der Islam besonders für Muslime von Buddha Abdul Memra von Memra TV. Der hat uns die Erlaubnis gegeben, das zu verteilen, ausdrücken und euch auch gerne geben. Und das könnt ihr zum Beispiel an Muslimen weiter teilen. Und da steht das Evangelium, die häufigsten Argumenten und so weiter. und ihr könnt auch diesen Flyer bei uns bestellen. Zum Beispiel, was muss ich tun, um um die Hölle zu kommen? Also dann steht in dem Satz, die Antwort ist ganz einfach, gar nichts, denn du bist schon auf dem Weg dahin. Und das könnt ihr bestellen bei uns. Dann fragst du dich, wie kannst du das bei uns bestellen? Du kannst gerne, ich zeige kurz, wie du das, diese Sachen bei uns bestellen kannst. Ganz kurz. Jetzt, genau. Also tut mir leid für die Verspätung. Du kannst auf Instagram gehen, eine Nachricht schreiben, wie viel du willst, Name, Adresse und du kannst gerne gleichzeitig diesen Instagram abonnieren und du kannst gerne jetzt von dieser Debatte damit viele Menschen, Juden, Atheisten, Muslime und andere Menschen, die noch nicht fest im Glauben sind, diese Debatte teilen. Du machst einen Screenshot und dann markierst du uns, damit andere das sehen, dass eine Debatte hier stattfindet. Wir würden uns sehr freuen. Und wir möchten ja euch auch auf jeden Fall auch weiterhelfen. und viele fragen, wie finde ich eine bibeltreue Gemeinde? Hier eine Seite, die gibt es, die könnt ihr gerne, diese Seite, ich markiere euch in den Chat, bitte, warte ganz kurz, genau, diese, ich habe jetzt in dem Chat gepostet, das könnt ihr gerne, hier, vielleicht wurde, genau, das könnt ihr, aber bitte trotzdem auf diese Seite gehen und hier sind die Gemeinden, die ihr brauchen wird, bitte trotzdem prüfen die Gemeinden. Also, ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, aber trotzdem jede Gemeinde prüfen, weil viele fragen, ich habe keine Gemeinde, ich wünsche mir eine bibeltreue Gemeinde, weil Gemeinschaft richtig ist und das lehren wir als Hakika sehr deutlich. und wir wollen auch dir weiterhelfen, vielleicht du brauchst eine, äh, bisschen unterstützen, aber ihr müsst wissen, als Hakika können wir nicht jetzt, wenn jemand Sucht hat oder Probleme hat, alles helfen, wir versuchen euch in Gemeinden weiterleiten oder irgendwas, was wir können, wir haben einen neuen Discord-Kanal und diesen Discord könnt ihr gerne auch reinkommen oder zum Beispiel hier beim Ticket erstellen und das sehen wir nur in die Nachricht, wenn ihr was braucht. Okay. Dann würde ich auf das nächste Thema gehen. Ich möchte ganz kurz, ihr könnt gerne auch zum Beispiel, wir haben auch weitere Debatten gemacht, weitere Debatten, zum Beispiel Straßeninterviews, zum Beispiel Livestream, zum Beispiel Vorträge oder was macht Hakika, ihr könnt gerne hier bei dem Playlist, hier haben wir alles sortiert, alles gucken und durchschauen. Und da freuen wir sehr. Vielleicht fragst du dich, okay, wie würde ich, was, wie würde ich gerettet, was heißt gerettet werden? Wir wollen ja jedem klar zeigen, was die Bibel lehrt, wie wird man gerettet. Die Bibel lehrt, lass uns Römer 10, das gucken, was in der Bibel steht, steht, denn, wenn du mit deinem Mund Jesus als dein Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihm aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, ungerettet zu werden und mit dem Mund bekennt man, ungerettet zu werden. Das heißt, mit anderen Wörtern, erkenne, dass du Sünder bist und bekenne deine Sünden, dass Jesus Christus deine Sünden getragen hat. Wenn du das von Herzen tust und mit deinem Mund bekennst, dann bist du heute gerettet. Vielleicht willst du diese Entscheidung treffen, deswegen würde ich dir empfehlen, schalte den Stream jetzt ab, geh in dein Zimmer, geh auf Knie und treffe diese Entscheidung, bis es nicht zu spät ist. Deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr diese Entscheidung trifft und deswegen zeigen wir, was die Bibel lehrt. Und lass uns den Kontext gucken für die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben. Da steht, aber wie sollen sie aber anrufen, wenn sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, wenn sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger? Mit anderen Wörtern, das ist unser Auftrag, das Wort Gottes weitergeben, weil aus dem Wort Gottes, aus der Verkündigung kommt der Glaube. Und deswegen bestell diese Flyern und Leute, die keine Bibel haben, das ist für Leute, die keine Bibel haben, das ist sehr wichtig. Du kannst eine Bibel, bei uns so eine Schlachterübersetzung bestellen, weil viele haben mir geschrieben, hey, ich brauche eine Bibel, ich habe keine Bibel. Und ich möchte auch euch zeigen, wir machen am Samstag Evangelisation. Die könnt ihr auch gerne dabei sein, in Frankfurt fast jeden Samstag. Zum Beispiel könnt ihr gerne auch hier sehen, wie das aussieht. Zum Beispiel, das sind auch viele Muslime da, wir haben auch so Roll-Apps gemacht, wie wir Menschen erreichen können, wie zum Beispiel steht, wie würde ich gerettet? Oder sind die islamischen Quellen zuverlässig? Wir verteilen Kaffee und versuchen durch Kaffee auch das Evangelium, in Gespräch zu kommen, das Evangelium weiterzugeben. Und das ist sehr wichtig, dass ihr einfach wisst, was wir alles machen. Okay, dann möchte ich kurz euch sagen, diese Flyern und alles andere, was wir machen, brauchen wir Unterstützung. Das ist sehr wichtig. Und wie kannst du uns unterstützen? Ich zeige euch eine kurze Einleitung, wie ihr uns unterstützen könnt. Und das ist freiwillig. Und diese Unterstützung, die ihr uns unterstützt, wird nicht zum Beispiel auf Privatkonto gehen, sondern auf den Verein. Und das sind zum Beispiel für Flyer, damit wir die Flyer ausdrücken und dir auch schicken können. Bis gleich. Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Markus 16, Vers 15 Lass uns gemeinsam diesen wundervollen Missionsbefehl von Jesus erfüllen. Nun, wie erreichen wir dieses Ziel? Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme, Infostände, Verteilmaterialien, Betreuung neuer Christen, Podcasts sowie Livestreams realisieren und die rettende Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus im ganzen deutschsprachigen Raum verkünden. Du kannst von zu Hause aus dieser wertvollen Arbeit mit regelmäßigen oder einer Einzelspende unterstützen? Gehe hierfür einfach auf unsere Website hakikatv.de Dort hast du die Möglichkeit, via Paypal oder Überweisung Teil dieser wundervollen Mission zu werden. Hakika, die Wahrheit für die Welt. Ja, und wir wollen dieser Wahrheit, der Jesus Christus ist, zu verkündigen. Kurze Sache habe ich vergessen. Wenn wir im Gespräch sind mit Leuten, verteilen wir auch dieses wunderbare Buch, um wie glaubwürdig die Bibel ist. Und das könnt ihr auch gerne bestellen und an eure Freunde geben, die ihr im Gespräch seid. Und das ist sehr einfach geschrieben. Die Bibel ist absolut glaubwürdig. Okay, ich habe jetzt genug geredet, möchte kurz beten für die Debatte und dann hole ich die Gäste rein. Danke Gott für die Zeit. Danke Herr, dass du da bist. So bitte ich dich, dass du uns segnest, dass wir eine friedvolle Debatte haben dürfen, dass wir, ja, was die Wahrheit ist. Und dass wir auch diese Frage geklärt haben, wo der Jesus im Alten Testament prophezeit. Danke nochmal für die Zeit. Danke für die Liebe. Lass auch die Zuschauer segnen. So bitte ich dich, Herr, sei du für uns da. Amen. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wir, ich habe jetzt genug geredet. Ich weiß, viele warten auf diesen Tag. Viele haben bestimmt Popcorn geholt oder Chips geholt. Esst nicht Ungesundes, hol dir ein Ei rein oder irgendwas anderes. Und jetzt möchte ich anfangen, die Gäste vorzustellen. Diese Debatte ist einfach wunderbar, dass beide zugesagt haben. Ich möchte den Rabbi, den Rabbi Igor Itkin vorstellen. Geboren 1989 in der Ukraine, ist auch in den sozialen Medien besonders aktiv. In Deutschland ist er orthodoxer Rabbiner. Igor kam 1996 im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Deutschland. Studium der Judaistik an der FU Berlin. Ausbildung zum Rabbiner Seminar zu Berlin. Beruflicher Hintergrund. Rabbiner bei Meet to Respect, bei einer interreligiösen Organisation, wo ein Rabbiner und ein Imam Schulklassen über Judentum und Islam sprechen. Digitalisierung des Talmuds und der Mishnah für Safari.org. Eine der internationalen jüdischen Online-Bibliotheken. Lehrbeauftragte der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Autor bei der jüdischen Allgemeinen jüdischen Rundschau und auf Talmud.de. Dieser Rabbi hat heute zugesagt. Und ich möchte ihn begrüßen von ganzem Herzen, mit ganzer Liebe. Und ihr könnt mit Herzen, mit Feuer in den Kommentaren ihn, diesen Rabbi, begrüßen. Rabbi Igor Itkin. Hallo, danke schön für die Einladung. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe mein Mikrofon ein bisschen lauter gemacht. Ja, wie geht es dir, lieber Rabbi? Ausgezeichnet. Ja, hast du was im Herzen für die Zuschauer, bevor wir den nächsten Gast reinholen? Nein, ich freue mich schon auf die Debatte. Okay, dann ich hole unseren zweiten Gast rein. Unser zweiten Gast, wo viele drauf warten, sich so sehr freuen. Und unser zweiten Gast ist sehr bekannt. Ich stelle Ihnen kurz vor. Dr. Roger Liby, Dr. Theologe Roger Liby, wurde 1958 in Zürich geboren. Er ist verheiratet und Vater von sechs Kindern. Er studierte Konservatorium und an der Musikhochschule in Zürich Musik. Hauptfachstudium in Violenne, Violine und Klavier. Danach folgten Studien in den Sprachen der biblischen Welt, griechisch, klassische und modernische, hebräisch, aramäisch, akkadisch. Das heißt, soweit ich weiß, Dr. Roger Liby kann auf hebräisch heute predigen, fließen. Im Anschluss darauf absolvierte er ein Studium der Theologie am Wissfeld Theology Seminar in Florida, USA. Promovierte er schließlich in der Fachbereich Judaistik und Archäologie mit einer Distanzation über den zweiten Tempel in Jerusalem. Er ist als Referent weltweit tätig. Als Bibelübersetzer hatte er den Rahmen von mehreren Projekten mitgewirkt. Aus einer jahrelangen Beschäftigung mit dem Heiligen Schrift, mit den Angrenzungen gebeten Musik, Linguistik, Naturwissenschaften, Geschichte, Archäologie, sind zahlreiche Veröffentlichungen hervorgegangen. In den Jahren 2004 bis 2011 lehrte er als Hochschulduzent Archäologie Israel und das Nahe Osten. Ich glaube, tut mir leid, ich kann nicht so gut, gut, perfekt Deutsch, aber ich glaube, jeder hat mich verstanden, was ich damit meine. Und ich möchte diesen Mann heute reinholen. Ich möchte diesen Mann heute begrüßen. Dr. Roger Liby. Hallo, lieber Herr Liby. Hallo, Omar. Mahaba. Mahaba. Es freut mich, dass du hier bist. Ja, du sprichst mit mir immer ein bisschen Arabisch, das ist schön. Geht es dir gut? Ja, es geht mir gut und ich freue mich auf diesen Abend. Sehr gut. Und freue mich auch über das große Interesse an dem Thema. Ja, da sind 2600 Zuschauer gerade drin. Das heißt, viele, viele haben Interesse an diesem Thema und ich freue mich auch. Ich bin so gespannt. Wir haben jetzt 10, 12 Debatten durch, aber noch nie war so eine Debatte so, ja, dass ich drauf gewartet habe. Genau. Okay, gut. Dann, ich freue mich, dass ihr beide da seid. Wir beginnen bald. Also wir, ich würde kurz die Regel erklären. Also hier wird sachlich geblieben. Hier wird keiner den anderen Ad dominant oder Stroman-Argument benutzt, sondern dass wir einfach sachlich die Argumenten bringen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wir möchten nicht, dass hier so gesagt wird, ich habe gewonnen oder was weiß ich. Das ist sehr wichtig, dass die Zuschauer ganz genau wissen, dass es nicht darum uns geht. Und bitte, wenn du auch die Debatte folgst, hol dir eine Bibel und schlag die Stellen mit, was dafür spricht. Hol dir ein Tanach, hol dir ein Alten Testament, hol dir eine Übersetzung, der dir passt. Und das freut uns sehr. Ich möchte kurz den Ablauf der Debatte erklären. Wir haben sechs Runde. Das erste Runde hat jede von euch 20 Minuten. Das heißt, jede von euch hat 20 Minuten Zeit mit einem PowerPoint oder Word oder wie ihr wollt, eure Position darzustellen, warum ihr davon überzeugt seid. Was ist eure Position dafür? Das ist die erste Runde. Rabbi Ego hat 20 Minuten Zeit, seine Position darzustellen. Ebenso hat Dr. Libby 20 Minuten Zeit, seine Position darzustellen. Zweite Runde. In der zweiten Runde hat jede von euch 15 Minuten Zeit, den ersten Position zu widerlegen. Warum stimmt das nicht? Natürlich mit Liebe und sachlich und mit Begründungen. Und da hat jede von euch 15 Minuten Zeit. Der dritte Teil hat jede von euch 10 Minuten Zeit, die Widerlegung zu widerlegen, sage ich so. Das heißt, ihr geht auf den zweiten Runde. Warum stimmt das nicht? Was Herr Libby oder Rabbi Ego gesagt hat. Und dann machen wir eine kurze Pause. Und dann bei dem vierten Teil wollen wir Fragen aus der Zuschauer. Drei Fragen für Rabbi Ego, drei Fragen für Herr Libby. Das heißt, wenn jetzt eine Frage von Rabbi Ego gestellt wird, hat Rabbi zwei Minuten Zeit, darauf einzugehen. Und Dr. Libby hat eine Minute Zeit, ein Feedback über die Frage zu stellen. Und andersrum auch, wann die Frage, die drei Fragen an Herr Libby ist, hat zwei Minuten Zeit, die Frage zu beantworten. Und Ego hat eine Minute Zeit, Rabbi Ego hat eine Minute Zeit, ein Feedback zu geben, warum die Frage falsch oder nicht richtig beantwortet wurde. Der fünfte Teil ist der spannende Teil, jeder hat 15 Minuten Zeit, Kreuzverhör. Zum Beispiel, wenn Rabbi Ego dran ist, er versucht, mit Herrn Libby das Gespräch zu dominieren, Fragen zu stellen und Herr Libby beantwortet. Und ich versuche dazwischen da sein, dass uns das Gespräch dem Herrn Rabbi gehört und andersrum genauso, wenn Dr. Libby dran ist, Fragen an Rabbi Ego stellt. Und Rabbi Ego hat die Verantwortung, die Fragen zu beantworten. Das ist der fünfte Teil. Der sechste Teil ist Abschlusswort. Das heißt, jeder von euch hat fünf Minuten Zeit, die gesamte Debatte in fünf Minuten zusammenzufassen, das Wichtigste weiterzugeben. Gut, habt ihr bis jetzt alles verstanden? War das deutlich? Habt ihr Fragen, ihr beide? Das ist gut so, Oma. Sehr gut. Dann freut mich sehr. Wir gehen Richtung 3000 Zuschauer und da heißt, dass eine große Erwartung auf euch ist. Und da freuen wir uns, dass die Zuschauer so gerne sich darauf freuen. Ich möchte so machen, bevor wir anfangen, die erste Frage stellen. Wurde Jesus im Alten Testament prophezeit? Wir haben so angenommen eine Einleitung anfangen, in zwei Minuten kurz zusammenfassen. Rabbi Ego Itkin, wurde Jesus im Alten Testament prophezeit? Nein, warum nicht? Du hast die zwei Minuten jetzt Zeit, das zu begründen. Ja, vielen Dank für die Frage. Also meiner Meinung nach wurde Jesus nicht im Tanach prophezeit. Und warum nicht? Da sagt schon das Neue Testament, denn die Juden zur Zeit von Jesus haben schon erkannt, warum er nicht der Messias ist. Zum Beispiel in Johannes 5, 18 steht, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Schabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Das heißt, hier haben wir ein Problem von Götzendienst, Jesus machte sich Gott gleich, genau das gleiche in Johannes 10, 33. Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und also wir sehen, dass die Juden zur Zeit von Jesus schon erkannt haben, warum er nicht der Messias ist. Und Johannes überliefert uns diese Worte. Außerdem haben wir Dutzend Prophezeiungen über die messianische Zeit. Zum Beispiel, wir haben die Propheten Jesaja, Jermiahu, Jeheskel, Zephania, Zacharia, Micha und sie alle sprechen über die messianische Zeit. Und nichts davon zum Beispiel sagt etwas, dass wir den Messias anbeten sollen. Nichts sagt, dass der Messias für die Sünden der Menschen stirbt. Keine Prophezeiung in diesem Propheten sagt etwas darüber aus, dass wir den Messias anbeten sollten und so weiter. Sondern alle diese messianischen Stellen sprechen von fünf Punkten. Die Zurückführung der Juden aus dem Exil, dass die Welt voller Erkenntnis von Gott sein wird, dass der Tempel wieder aufgebaut sein wird, dass Gewalt und Krieg aufhören werden und dass alle Juden toratreu leben werden. Das ist die Zukunftsvision von allen diesen Propheten, die ich genannt habe. Und keiner von ihnen sagt irgendwas über Anbetung, Sühnetod, Fleischwertung und so weiter. Vielen Dank, dass du dich auch pünktlich an deine Zeit gehalten hast. Herr Liby, wurde Jesus im Alten Testament prophezeit? Wenn ja, warum? Sie kriegen jetzt zwei Minuten. Dieses Thema hat mich beschäftigt schon als Jugendlicher. Und zwar habe ich mit 16 Jahren begonnen, mir eine Liste zu machen von all den Prophezeiungen, die ich im Tanach, im Deutschen sagt man Altes Testament, gefunden habe, die sich in Jeschua von Nazareth, also auf Deutsch sagt man Jesus, aber ich werde heute Abend Jeschua sagen, in unserem hebräischen Kontext. Und ich habe mir eine Liste gemacht, habe begonnen, eins, zwei, drei, vier und ich bin schließlich auf über 300 gekommen. Und ich muss sagen, das hat mein Glauben sehr, sehr gefestigt, sodass ich als jugendlicher Mensch auch das Problem des Zweifels nie haben musste. Und bei Diskussionen in der Schule mit Lehrern, mit Mitschülern, das war schon eindrücklich. Diese Argumente für die messianische Prophetie von Jeschua, niemand konnte sie widerlegen. Und das war nicht mein Fehler, sondern weil eben die Bibel so überzeugend, so eindrücklich ist. Und das ist mein Anliegen, dass das auch an diesem Abend sehr deutlich herauskommen kann. Und ich werde dann so Punkt für Punkt das auch belegen und eben ans Licht bringen. Und ich werde auch auf die Punkte eingehen, die Igor jetzt gerade eben genannt hat, in Bezug auf die Gottheit des Messias, ob das Lästerung war oder nicht. Und auch, ob die Punkte, ist Jesus der Messias, damit erledigt sind, mit Rückführung, Erkenntnis, Tempelbau, Gewalt am Ende und Thorat-Treue. Wir werden sehen, dass es eben ganz wichtig ist zu sehen, was dann noch kommt. Okay, vielen Dank. Das Anfang war sehr spannend. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, wir haben über 3.100 Zuschauer. Lass ein Like da, damit diese, genau, ganz kurz, nur wurde gesagt, dass man, Herr Liby, dich ein bisschen leiser hört. Das war, genau, weiß nicht, ob kurz technisch. Okay, das werden wir gleich angehen. Okay, dann, ich würde jetzt sagen, lass einfach ein Like da und Rabbi Egor, du bist jetzt dran, du hast die 20 Minuten und ich brauche deinen PowerPoint, damit ich freigebe und dann freue ich mich sehr auf den ersten Teil, auf deinen Bildschirm teilen. Ja, also ich werde erst mal nichts teilen, sondern ich werde erst mal sprechen und dann vielleicht teilen, also mit dem Bildschirm. Okay, gut. Dann gebe ich dir die 20 Minuten, dann bist du dran. Ja, vielen Dank. Läuft die Zeit? Ja. Ja, okay, ich habe einen kurzen Einleitungstext vorbereitet, den ich versuche, vorzulesen und zu erklären. Und zwar, wenn wir uns die Heilige Schrift anschauen, dann erschließt sich die Botschaft der Heiligen Schrift nicht durch einzelne kleine Bibelstellen, sondern vielmehr erschließt sich die wahre Botschaft der Heiligen Schrift aus dem Verständnis der gesamten Schrift. Und wenn wir eine bestimmte Lehre als biblische Lehre darstellen und akzeptieren wollen, dann gibt es grundlegende Kriterien, was eigentlich als eine biblische Lehre gelten kann und was nicht. Und diese Kriterien sind Vollständigkeit, Klarheit, Direktheit und Widerspruchsfreiheit. Wird die Lehre in allen wesentlichen Punkten von der Schrift gestützt oder gibt es wesentliche Lücken, die von den Vertretern dieser Lehre, zum Beispiel von den Christen, gefüllt werden müssen? Bietet die Heilige Schrift eine umfassende Stütze für diese Lehre? Ist die biblische Unterstützung klar und unmissverständlich? Oder gibt es andere mögliche Interpretationen, die angeführt werden können? Sprechen die Bibelstellen, die zur Stützung dieser Lehre angeführt werden, das Thema direkt an oder schweifen sie ein bisschen hin und her? Und geht es dort in dem Kontext auch um diese Themen? Und wir werden sehen, dass die biblische Unterstützung für die Lehren des Judentums vollständig, klar, direkt und konstant ist. Dagegen ist die biblischen Belege für die Lehren des Christentums sind lückenhaft, vage, indirekt und widersprüchlich. Und ich möchte ein Beispiel geben. Zum Beispiel Götzendienst. Um seine Beziehung zum jüdischen Volk herzustellen, stellte sich Gott dem ganzen jüdischen Volk mit den Worten vor, ich bin der Ewige, dein Gott. Und diese Offenbarung machte dem Volk klar, dass es keine Macht außer Gott gibt. Diese Offenbarung war Gottes Weg, uns zu lehren, wen wir anbeten sollen und wen wir nicht anbeten dürfen. Wenn ein anderes Wesen am Sinai nicht anwesend war, verdient es auch nicht unsere Verehrung. Die Heilige Schrift warnt uns immer wieder davor, Zitat, Göttern zu dienen, die du und deine Vorfahren nicht gekannt haben. Das ist in Deuteronomium 28, 64 oder Jirmae 7, 9. Die klare Botschaft der Heiligen Schrift schließt die Anbetung eines Wesens aus, das uns nicht am Sinai offenbart wurde. Auf dieser Grundlage kann das jüdische Volk keine Lehre akzeptieren, die einen Menschen vergöttert. Die gesamte jüdische Lehre zu diesem Thema ist im Deuteronomium 4 dargelegt. Die Offenbarung von Sinai hat für das Volk definiert, was es ist, also was das jüdische Volk ist, wen es anbeten soll und wen es nicht anbeten darf. Und das finden wir in Deuteronomium 4. Wir beten den Gott an, der sich unseren Vorfahren offenbart hat, so wie unsere Vorfahren diese Offenbarung auch bewahrt haben. Und diese Stellen in Deuteronomium 4, die darum gehen, um Götzendienst und die Offenbarung und so weiter, diese Stellen sind eindeutig. Niemand ist auf die Idee gekommen, die offensichtliche Tatsache zu bestreiten, dass es hier um die Frage des Götzendienstes geht, in Deuteronomium 4. Diese Stellen in Deuteronomium 4 sind direkt. Hier befiehlt Gott seinem Volk direkt, wen es anbeten soll und wen nicht. Und diese Stellen sind widerspruchsfrei. Es gibt keine anderen Stellen in der Schild, die so direkt, so klar und so umfassend sind wie diese, die uns eine widersprüchliche Sichtweise vermitteln würden. Zum Beispiel zu sagen, ich kann doch einen Menschen anbeten. Wir können überzeugt sein, dass die Lehren des Judentums wirklich biblisch sind. Um die christliche Lehre zu stützen, die Jesus zu Gott macht und seine Anbetung fordert, zitieren die Christen zum Beispiel Psalm 110, Daniel 7, Psalm 45, Jesaja 52 bis 53, Jesaja 9, Exodus 24. Selbst wenn wir annehmen, dass die Interpretation dieser Verse nach dem Christentum richtig ist, was wir sehen werden, was nicht der Fall ist, aber sagen wir, sie ist richtig, bieten alle diese Verse zusammen nur einen Bruchteil der Unterstützung für die Lehren des Christentums. Was meine ich damit? Nach dem Christentum lehren diese Verse, dass ein Mensch Gott sein kann. Diese Verse sagen uns aber nicht, ob dies auf eine Person beschränkt ist oder ob viele Menschen Gott sein können. Diese Verse sagen uns nicht, ob diese Darstellung Gottes gleichwertig mit Gott ist oder ob sie Gott untergeordnet ist. Diese Verse können ebenso gut zur Stützung der hinduistischen und buddhistischen Lehre von der Inkarnation sowie zur Stützung der Trinitätslehre herangezogen werden. Aber vor allem lehren uns diese Verse nicht, diese Verkörperung Gottes als Gottheit anzubeten. Die biblischen Belege, die Christen für die christliche Lehre anführen, sind bruchhaft, unvollständig, nicht eindeutig. Jeder dieser Verse kann ohne Bezug auf die christliche Lehre verstanden werden, weil sie vage und zweideutig sind. Keine dieser Bibelstellen bezieht sich direkt auf das Thema im Kontext. Keine dieser Bibelstellen steht in dem Kontext, der uns verstehen lässt, dass dies Gottes Lehre ist über die richtige Art der Verehrung oder dass diese Stelle uns hilft, sein Wesen zu verstehen. Die biblischen Belege, die die Christen anführen, sind nicht eindeutig und indirekt. Das Gleiche betrifft die Frage der Sühne. In der Frage der Sühne ist die Botschaft der Heiligen Schrift klar und deutlich. In Jeheskel 33,10 drückt das Gefühl der Hoffnungslosigkeit aus, das den Sünder überkommt. Ich zitiere 33,10 Jeheskel, unsere Vergehen und unsere Sünden lasten auf uns. Und darum vergehen wir. Wie könnten wir am Leben bleiben? Und der nächste Vers, also 33,11, gibt die Antwort Gottes. Was sagt Gott? Wie kann man diese Sündenlast entfernen? Und Gott sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Ungerechten, sondern daran, dass ein Ungerechter sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Kehrt zurück, kehrt zurück von eurem bösen Wegen. Weiter heißt es, dass es dem räudigen Sünder zugesichert wird. All seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Das ist in Jeheskel 33,16. Also, was machen wir mit unseren Kategorien? Hier spricht die Heilige Schrift direkt die Gefühle von Schuld und Hoffnungslosigkeit an, die den Sünder überwältigen. Die Antwort Gottes ist die Umkehr, die Abkehr von der Sünde und die erneute Hinwendung zu Gottes Gesetz. Der Hauptzweck dieses Abschnitts besteht darin, die Frage zu behandeln, wie man aus der Sündenfalle herauskommt und die Gottesvergebung erlangt. Die Lehre der Schrift zu diesem Thema lautet Buße. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen in der Heiligen Schrift, die sich direkt mit der Frage nach der Hoffnung des Sünders befassen und die Antwort lautet immer Buße. Zum Beispiel Deuteronomen 4, Jesaja 1, Jesaja 55, Hesekiel 18, Micha 6 und vier unzählige weitere Stellen. Und diese Stellen sind umfassend, sie sind klar, sie sind direkt und sie werden in der ganzen Heiligen Schrift immer wieder bestätigt. Auf der Grundlage des ausdrücklichen Wortes Gottes lehnt das jüdische Volk die christliche Theologie ab, die die Wirksamkeit der Buße leugnet. Die Missionare oder die Christen stützen ihre Argumente für die christliche Sündenlehre auf die Stellen, die in den verschiedenen Tempelopfer beschrieben werden, auf den Versöhnungstag, zum Beispiel in Leviticus 16 oder in Numerie 35 und auf Jesaja 53. Diese Verse werden zitiert, um die christliche Lehre zu stützen, dass es ohne den Glauben an Jesus keine Vergebung der Sünden gibt. Diese Begründung ist nicht ausführlich. Selbst wenn wir diese Passagen mit der vorgeschlagenen Interpretation lesen würden, sagen uns alle diese Verse zusammengenommen nicht, dass es ohne Blutopfer keine Sühne gibt. Sie lehren uns nicht, dass der Glaube an eine Person im Sühnenprozess eine Rolle spielt. Und sie lehren ganz sicher nicht, dass es ohne den Glauben an eine Person keine Sühne geben kann. Die biblischen Belege für die Christen sind bruchstückhaft und unvollständig. Die Stellen, in denen von Opfern die Rede ist, beziehen sich auf bestimmte Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tempel und nicht auf den Tod einer Person, die die Christen als Ersatz für den Tempel ansehen. Jesaja 53 wird so verstanden, dass er von Israel und nicht von dem Messias spricht. Und ich denke, darauf kommen wir nach. Die biblischen Belege für das Christentum sind vage und zweideutig. Das jüdische Volk hatte und hat eine tiefe und innige Beziehung zu Gott. Lange vor dem Aufkommen des Christentums. Die Heilige Schrift spricht von der Intensität dieser Liebe. Zum Beispiel, nach deinem Namen zu rufen, steht das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlange ich nach dir in der Nacht. Ja, ich suche nach dir mit meinem Geist in meinem Inneren. Das war Jesaja 26. Oder, wie die Hinden lächst an versiegten Bächen, so lächst meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott. Und Jeremia spricht von Gottes Liebe zum jüdischen Volk. Zum Beispiel, mit unendlicher Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus Güte. Das ist Jeremia 31.3. Ein Herz, das von solcher Liebe erfüllt ist, hat keinen Raum für die Anbetung, die das Christentum für Jesus fordert. Die Beziehung, die ein Jude zu Gott hat, ist ihm lieber als das Leben selbst, wie Psalm 44.23 sagt. Wie könnte ein Jude diese heilige Beziehung preisgeben? Als die jüdischen Märtyrer sich entschieden, ihr Leben zu geben, anstatt sich zum Christentum zu bekehren, war es diese glühende Liebe, die ihnen die Kraft gab, das höchste Opfer zu bringen. Auf der Grundlage der unerschüttlichen Treue der Juden zu Gott flossen die Flüsse Europas von jüdischem Blut voll. Auf dieser Grundlage widerstehen Juden auch weiterhin den Argumenten der christlichen Missionare. Was Roger auch nicht ist, ich sage nicht, dass er Missionare ist. Und jetzt möchte ich die Zuschauer herausfordern. Eine kleine Herausforderung. Und zwar, bitte zeigt mir, mindestens drei Stellen in der jüdischen Bibel, im Tanakh, in denen alle wichtigen christlichen Überzeugungen an einem Platz zu finden sind. Also ich suche drei Stellen, wo folgende Überzeugungen zu finden sind, an einem Platz. Der messianische Herrscher soll von einer Jungfrau geboren werden, oder dass der Messias ist menschengewordener Gott, oder der Messias ist Herrscher, der für die Sünden stirbt, und dass der dass es für die Menschen notwendig ist, an den Messias zu glauben, und dass der Messias zweimal kommt. Man kann vielleicht eins oder zwei Sachen hier weglassen, aber vielleicht das mit der Jungfrau, weiß ich nicht. Aber zeigt mir drei Stellen, wo alle diese, oder das meiste von diesen genannten, dass der messianische Herrscher von einer Jungfrau geboren ist, dass der Messias menschengewordener Gott ist, dass der Messias für die Sünden der Menschen stirbt, und dass man einem Messias glauben muss, um Sühne zu erwerben, und dass der Messias zweimal kommt. Und warum ist das so wichtig? Warum frage ich nach drei Stellen? Wir sehen zum Beispiel in der jüdischen Bibel, finden wir die Themen, die über die messianische Zeit sprechen, also Ende des Exils, Weltfrieden, dass der Messias von David kommt, und dass Israel das Volk Gottes ist. Diese vier Themen, die über die messianische Zeit sprechen, die finden wir zum Beispiel in Jesaja 11, in Jeremia 30, Jechels 37. Also an einem Platz, alle diese Themen. Man kann zum Beispiel noch fünf weitere sagen, in Jesaja 2, in Jechels 34, in Jechels 36, in Jeremia 23. Und ihr werdet sehen, bei dieser Herausforderung, dass es nicht mal eine Stelle gibt, wo alle diese christlichen Lehren im jüdischen Denach an einem Ort erscheinen. Ja, das war meine Einleitung. Ich habe eine Präsentation, aber ich denke, ich übergebe zuerst an Roger weiter. Ich weiß, ich habe noch ein bisschen Zeit. Es wäre gut, wenn du die sechs Minuten Konsequenz durchziehst. Okay, dann will ich nochmal sagen, was nach dem jüdischen Lehren der wahre Messias ist. Und der Prophet Hosea hat prophezeit in Hosea 3, Kapitel 3, Vers 4, denn lange Zeit werden die Israeliten ohne König und ohne Fürst bleiben und ohne Schlacht Opfer und ohne Effort und ohne Trafin. Danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn ihren Gott suchen und David ihren König und sie werden sich bebend zum Herrn wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Seis Sherbro für Zeit und über unsere Zeit Es wird eine Zeit geben ohne König Es wird eine Zeit geben ohne Opfer und ohne Effort und Terrafim ist ein bisschen schwer zu erklären und danach wird es aber alles zu ihnen kommen und das ist die Zeit worüber wir sprechen Oder zum Beispiel in Jirme Also für alles andere was ich noch vorhabe reichen diese vier Minuten nicht Deshalb denke ich es besser weniger zu reden als zu viel zu reden und ich würde dann an Roger übergehen übrigens für die Zuschauer wir haben uns auf du geeinigt deshalb wundert euch nicht warum wir uns gegenseitig duzen nur so als Anmerkung Okay Ich ganz kurz ich muss kurz wieder groß machen ganz normal ganz kurz Ja ich weiß nicht jetzt wie machen wir jetzt mit den vier Minuten die du übst das ist halt also du hast ja geschrieben wenn man die Zeit nicht nutzt bekommt man sie danach nicht mehr wieder das ist kein Problem ich kann auf diese Zeit verzichten okay ich kann vielleicht nochmal was ich gesagt habe ich weiß nicht also es geht es geht in der Gesamtschrift um Vollständigkeit um Klarheit um Direktheit und Widerspruchsfreiheit und wir finden das auf die jüdische Liebe bezogen im Ganzen danach dass Gott zu dem entspricht ihr sollt keine Götzen dienen wen ihr anbeten sollt wen ihr nicht anbeten sollt also ja willst du die vier Minuten nützen nein nein wenn du sagst dann mache ich Schluss gut Roger wird jetzt seine Position darzustellen und da hat Dr. Herr Liby hat auch ein PowerPoint ja machen wir so wir haben jetzt bei Rabbi Egor in erster Runde vorbei vielen Dank für die Zeit vielen Dank für deine Einleitung ich bin gespannt wir haben über 3300 Zuschauer aber 1000 Likes lass die 3000 Likes darstellen damit viele diesen Stream sehen damit Juden das sehen damit Christen das sehen damit viele andere das sehen und da freuen wir uns Herr Liby ich würde ihr PowerPoint kurz teilen und dann sind sie dran und sie haben gleich die 20 Minuten sie würden auch die 20 Minuten sehen ich wünsche ihnen alles Gute und ich freue mich sehr auf ihre Zeit dann würde ich sagen bis in 20 Minuten fangen sie an guten Abend meine Damen und Herren ich möchte sie alle herzlich begrüßen und es ist mir eine besondere Freude zu sehen dass ein so großes Interesse da ist an diesem Thema ist Jesus von Nazareth Jeschua von Nazareth ist er der Messias oder nicht und bei dieser Gelegenheit möchte ich einen Teil des Publikums noch besonders begrüßen das mir besonders am Herzen liegt und das ist das jüdische Publikum und darum sei mir erlaubt in ein persönliches Wort noch weiter ja es aber auf deutsch weiter das meine herzlich begrüß an die jüdischen zu schauer ich werde gerne auf die Punkte von Igor eingehen aber es ist mir auch ein Anliegen nicht nur zu reagieren sondern auch zu agieren und deshalb beginne ich mit einer Stelle aus Jesaja 8 wir fragen uns ja ist Jeschua im Alten Testament prophezeit und eine dieser vielen Stellen von diesen über 300 Prophezeiungen die ich ja zusammengetragen habe als Jugendlicher da gehört Jesaja 8 Vers 14 dazu und es ist wichtig zu sehen dass wir mit dem orthodoxen Judentum sehr viel Übereinstimmung haben also wenn ich sage wir dann meine ich den christlichen Standpunkt und wenn ich sage christlich möchte ich noch erklären was das heißt in der griechischen Bibel des Neuen Testaments heißt Christ christianos das heißt jemand der zu christus gehört und christos ist einfach die übersetzung von hebräisch maschiach also ein christianos ein christ ist ein messias gläubiger mensch einer einer der der messias liebt und ihm nachfolgt und nun möchte ich diesen messias gläubigen Standpunkt darlegen in Jesaja 8 vers 14 eine Stelle die auch im Talmud im babylonischen Talmud darum habe ich hier geschrieben bt babylonischer Talmud im Traktat sanhedrin 38a auf den messias bezogen wird auf den ben david und da meine ich eben wir haben so viele übereinstimmungen in der auslegung diese stelle spricht von messias jene stelle spricht von messias und so weiter und da sind wir uns also einig der Talmud ist das wichtigste theologische werk im judentum also insbesondere der babylonische Talmud und darum hat das ein besonderes Gewicht ja als messias gläubige menschen glauben wir es geht hier um Jeshua und er wird zum heiligtum sein aber zum stein des anstoßes und zum fels des strauchelns den beiden häusern israels zur schlinge und zum fallstrick den bewohnern von jerusalem und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden hier haben wir einige dieser vielen namen des messias in talmud wird gefragt wie heißt der messias und da werden schon viele namen angegeben und hier haben wir stein des anstoßes fels des strauchelns schlinge fallstrick das heißt hier wird vorausgesagt obwohl der messias ja über die lange zeit des tanach des alten testaments sehnlichst erwartet worden ist da steht hier er wird der masse ein anstoß sein sie werden sich an ihm ärgern sie werden ihn ablehnen ein stein des anstoßes ist ein stein auf dem weg über den man stolpert und dann zu boden fällt eben ein fels des strauchelns es wird eine schlinge sein wo man den fuß verfängt und umfällt ein fallstrick und dann wird besonders gesagt von den Bewohnern Jerusalems es kommt eine Katastrophe viele werden zerschmettert verstrickt und gefangen werden nun Jeschua ist gekommen im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung und tatsächlich ist es so herausgekommen dass die große Masse nicht alle wir sehen dass es Zehntausende waren im ersten Jahrhundert aus dem Judentum die den Maschiach Jeschua erkannt haben aber die große Masse hat ihn schließlich abgelehnt und bald darauf im Jahr 70 kam diese unglaubliche Katastrophe die eigentlich den tiefsten Einschnitt in der jüdischen Geschichte seit dem Auszug aus Ägypten bis heute darstellt das ist das Jahr 70 in dem die Römer Jerusalem und den herrlichen zweiten Tempel in Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht haben es kamen über eine Million Menschen ums Leben und wenn man sich das überlegt es ist ganz interessant Rabbi Schlummer Ben Yitzchak wir sagen ganz kurz Rashi das ist einer der wichtigsten Bibelausleger im Judentum aus dem Mittelalter aber heute noch einer der wichtigsten und Rashi erklärt in seinem Kommentar zu Micha 5 1 dass Psalm 118 Vers 22 wo es heißt der Stein den die Bauleute verworfen haben dieser ist zum Eckstein geworden dass das der Messias ist also ganz in Übereinstimmung mit dem Talmud der auch den Stein des Anstoßes den Fels des Strauchelns auf den Messias bezieht und hier noch etwas interessantes wer sind die Bauleute damals vor 2000 Jahren hat man in Israel Hebräisch und Aramäisch gesprochen und das Wort Bonim Bauleute auf Aramäisch Banai das war der übliche Ausdruck für Rabbiner für Lehrer des Gesetzes und dieser Vers 218 Vers 22 sagt dass insbesondere die Führerschaft den Stein verwerfen wird und genau das ist geschehen geschehen und das ist auch geschehen nicht nur damals vor 2000 Jahren sondern jede Generation musste sich ja wieder neu entscheiden wer ist Jeschua ist er der Messias oder nicht das war nicht einfach entschieden vor 2000 Jahren und dann war das so sondern jede Generation bis heute musste sich entscheiden und das auffällige ist immer die Mehrzahl der Führer haben sich dagegen entschieden viele Rabbiner haben Jeschua als Messias als Maschiach angenommen aber die Masse nicht und so erfüllt sich dieses Wort bis zum heutigen Tag und Igor du bist noch nicht so lange Rabbiner und damit gehörst du auch zu der Führerschaft und diese Entscheidung ist so wichtig wer ist dieser Stein dieser Fels und wie müssen wir uns ihm gegenüber verhalten und was mich auffällt es gibt im orthodoxen Judentum es gibt Organisationen die sich besonders dafür einsetzen dass Juden die an Jeschua als Maschiach als Messias glauben dass die wieder zurückgeholt werden das ist zum Beispiel die Organisation Yad Leachim die sind übrigens zum Teil sehr sehr aggressiv und dann gibt es Jews for Judaism und viele weitere Organisationen und was mir auffällt ist sie kämpfen auch auf ihren Homepages in ihren Kanälen sie kämpfen immer gegen das dass Juden dürfen nicht an Jeschua glauben aber wenn man denkt in Israel sind ja etwa 65% nach ihrer eigenen Aussage nicht religiös und ganz typisch nach dem Militärdienst der in Israel ziemlich lang dauert dann gehen junge Leute oft auf Reisen und zwar nach Indien um den Hinduismus kennenzulernen sie gehen nach Thailand um den Buddhismus kennenzulernen ich habe das gesehen und das hat mir immer sehr weh getan aber was mir auffällt ist wo sind diese großen Ausführungen warum der Hinduismus vollkommen falsch ist im Detail und ihre Lehren und der Buddhismus nein das schlimmste scheint zu sein wenn man an Jeshua glaubt als Mashiach und dabei sagt der Tanach jedes Wort ist Gottes Wort und für mich ist jedes Wort des Tanach verwindlich für die Liberalen ist das nicht der Fall aber wo wird gekämpft gegen das liberale Denken unter den Juden denn die Orthodoxen machen ja nur eine Minderheit aus des jüdischen Volkes in Israel und auch weltweit und das ist für mich schon sehr interessant aber ich möchte weitergehen und lese aus Daniel 9 Vers 25 und das ist eine Stelle die in jeder Rabbiner Bibel man nennt das Mikraot Gedolot das sind so große Bibelausgaben mit ungefähr sieben Bänden und da findet man den Kommentar dazu von Rashi wenn es heißt hier im Bibeltext und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören Rashi erklärt das war Titus der römische General und seine Armee die nämlich im Jahr 70 Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht haben hier auf dem Bild sieht man ausgegrabene Steine die die Römer vom Tempelplatz runter geworfen haben weil sie im Zorn und in der Wut auf das jüdische Volk alles einfach abbrechen wollten Nun das Interessante ist was ist der Satz davor der Satz davor lautet und nach den 62 Jahr Wochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben da wird der Messias erwähnt übrigens ohne Artikel nicht Ham Maschiach sondern einfach Maschiach das ist ganz besonders der Titel der zum Namen wird für die Person des Retters einfach Maschiach und dann heißt es er wird ausgerottet werden also getötet werden und nichts haben das heißt er wird kein Königreich aufrichten er wird nicht den Tempel bauen er wird nicht die Exzolanten also die Zerstreuten zurückführen ins Land die Gewalt wird nicht ein Ende haben und es wird nicht die Toratreue im ganzen jüdischen Volk kommen nein hier wird es so dargestellt aber im Zusammenhang mit der Ausrottung des Messias und dem dass er kein Friedensreich aufrichtet heißt es dass dann im Jahr 70 eben durch die Römer der Tempel und die Stadt zerstört werden sollten und das ist so geschehen und man kann also sagen diese Debatte ist gerade der Beweis dass diese Prophezeiungen aus Jesaja 8 und Daniel 9 sich erfüllt haben denn Rabbi Igor Idkin ist ganz dagegen er sagt das ist falsch und nicht nur er sondern weltweit im orthodoxen Judentum lehnt man das ganz vehement ab und wie gesagt Yad Leachim wenn die hören von einer Familie irgendeine junge Frau ein junger Mann hat sich für Jeshua entschieden dann gehen sie auf Besuch und dann geht wirklich die Post ab wie man so sagt und nun ist es noch eindrücklich zu sehen im Jahr 70 habe ich gesagt sind mehr als eine Million Juden umgekommen es war wirklich so wie es geschrieben steht in Jesaja zerschmettert und 97.000 wurden in die Kriegsgefangenschaft abgeführt werden gefangen werden haben wir gesehen nun kein messiasgläubiger Jude und es waren ja zehntausende ist im Jahr 70 bei der Zerstörung von Jerusalem ums Leben gekommen warum nicht ist Jeschua in seiner Ölbergrede am Dienstag vor der Kreuzigung sie gewarnt hat er hat gesagt wenn Jerusalem umzingelt wird von Heerscharen dann müssen sie auf die Berge fliehen und dann wird eine große Katastrophe über das Volk kommen Krieg über das Land und sie werden weggeführt werden unter alle Nationen nun man kann das nachlesen in Lukas 21 Vers 20 wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht dann erkennt dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist dann sollen die die in Judäa sind in die Berge fliehen und die in ihrer in Jerusalems Mitte sind sollen hinaus ziehen und die die auf dem Land sind sollen nicht in sie hineingehen denn dies sind Tage der Rache damit alles erfüllt werde was geschrieben steht in Jesaja 8 in Daniel 9 wehe den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen es ist sehr schwer wenn man schwanger ist und ein Kind stillt zu fliehen auf die Berge denn große Not wird in dem Land sein und Zorn über dieses Volk und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und Gefangen weggeführt werden unter alle Nationen und Jerusalem wird von den Nationen zertreten werden bis die Zeiten der Nationen erfüllt sind und genau das ist geschehen 2000 Jahre man kann sagen Jerusalem ist zertreten worden bis in die moderne Zeit von den heidnischen Völkern schrecklich was geschehen ist in ihrer eigenen Bosheit haben die Völker das gegen das jüdische Volk getan aber hier war es vorausgesagt und die messiasgläubigen Juden damals die wussten als die Armeen von Rom im Jahr 68 ihre Lager um Jerusalem aufbauten jetzt müssen wir fliehen wie konnten sie fliehen wie kommt man durch die Checkpoints der Römer durch Jesus Christus hat vorausgesagt ihr müsst dann fliehen und sie haben es gemacht warum in dem Moment hat Kaiser Nero Selbstmord begangen er hatte kurz vorher den Apostel Petrus und den Apostel Paulus in Rom umgebracht durch Kreuzigung beziehungsweise durch Enttaugung und das gab ein Chaos Vespasian der General in Israel hat den Krieg gestoppt und reiste nach Rom und wegen dieses Kriegsstopps konnten alle messiasgläubigen Juden fliehen auf die Berge danach gingen sie über den Jordan nach Pella und dort hat König Agrippa das ist dieser König Agrippa der Zweite vor dem Paulus eine eindrückliche Rede gehalten hat über seinen messianischen Glauben in Apostelgeschichte 26 dieser Agrippa wurde damals überzeugt die messiasgläubigen Menschen sind keine Staatsgefahr für Rom das sind friedliche Bürger und darum nahm er sie dann ab dem Jahr 68 alle auf als friedliebende Bürger und sie gingen nicht mehr zurück zum Pessach Fest nach Jerusalem und zu den weiteren obligatorischen Festen warum weil der messias gesagt hat ihr dürft nicht mehr nach Jerusalem hineingehen und darum als dann Vespasian der General Kaiser wurde schickte er seinen Sohn Titus und er kam im Frühjahr 70 nach Israel und das war gerade vor dem Passer Fest als die Hunderttausenden nach Jerusalem pilgerten und da hat er gewartet bis die Stadt zum Bersten voll war und dann hat er brutal die Stadt abgeschlossen und in 140 Tagen Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleich gemacht aber kein einziger messiasgläubiger Jude damals kam ums Leben die haben alle überlebt aber das geht noch weiter denn danach kam Bar Kochba und er sagte ich bin der messias und einer großen Rabbiner im Talmud Rabbi Akiva sagte er ist der messias und die Massen hat geglaubt das ist der messias aber die messianischen Juden die messiasgläubigen Juden die haben gesagt das ist nicht der messias das ist ein falscher messias und er hat einen Aufstand angezettelt dieser Bar Kochba gegen Rom den Kaiser Hadrian in seiner Wut und seiner Bosheit gegen das jüdische Volk brutal niederschlug mit nochmals mehr als eine Million Toten unter dem jüdischen Volk und 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 ist so die messiasgläubigen Juden haben sich in diesem Aufstand nicht angeschlossen und wurden so verschont also es war ganz entscheidend wie verhält man sich gegenüber dem Messias oder positiv indem man sein Herz öffnet und ihn als Retter aufnimmt oder indem man ihn ablehnt das war eine Katastrophe das hat wirklich also um das Jahr 70 herum und dann um 132 bis 135 herum zwei Millionen Tote ausgelöst unter dem jüdischen Volk das ist herzzerreißend das ist furchtbar aber es zeigt wie zentral dieses Thema des Messias ist es geht um die ganze Sache und das Neue Testament macht klar es gibt noch etwas Schrecklicheres denn auch das ewige Schicksal hängt davon ab wie man sich gegenüber dem Fels der Messias heißt verhält das entscheidet auch über unsere ewige Existenz nach dem Tod ob in Gemeinschaft mit Gott oder in der ewigen Verdammnis danke Ja vielen Dank Herr liebih danke sehr für den teil die sie beigetragen haben das war das hat vielen sehr gefallen vielen Dank für alle Zuschauer vielen Dank wir sind über 3700 Zuschauer Wahnsinn es ist so wunderschön so viele Menschen zu sehen lass ein Like da und damit einfach Menschen diesen Stream sehen diese Botschaften sehen von diesen zwei wunderbaren Gäste wir sind jetzt Ende bei der ersten Runde Rabbi Igor hat seine 20 Minuten genutzt und Dr. Roger Liby hat ebenfalls die 20 Minuten genutzt und jetzt sind wir in der zweiten Runde zweiten Teil und bevor wir jetzt den zweiten Teil weitermachen lass ein Like da 3700 Zuschauer aber 1500 Likes bin ich enttäuscht lass ein Like da damit diese Botschaft gesehen wird und ich freue mich so sehr lieber Rabbi ich gebe Ihnen gleich die 15 Minuten ich blende nur kurz ein und Sie sind jetzt mit Ihre 15 Minuten dran und ich freue mich sehr dann bis gleich jetzt ja ok super ja ja also ich möchte einige Punkte ansprechen zuerst was zu laut du bist zu laut sorry ich minuten wieder oder ist das laut zu laut hallo bisschen lauter hallo hallo bisschen leiser ich glaube kurz in dem Chat hört hier alles gut rede kurz paar Sätze lieber Rabbi ich möchte einige Sachen ansprechen das passt ok dann nehme ich kurz 15 Minuten ein jetzt genau also erstmal was Yad Leachim angeht das hörte sich so an als ob Christen in Israel unterdrückt werden aber es ist so die Tatsache ist dass Christen in Israel alles machen dürfen was sie wollen sie leben als freie Bürger sie dürfen Kirchen gründen und natürlich auch heiraten und Kinder bekommen und sie haben auch ihre eigene Rechtsprechung also sind nicht unter der Rechtsprechung des Rabbinats das Yad Leachim da einsetzt verständlich aber Yad Leachim rettet nicht nur sagen wir die Juden vor Missionaren sie retten auch zum Beispiel auch wenn es zum Beispiel Muslime aus palästinensischen Gebieten Juden heiraten und dann gibt es sehr oft Misshandlungen und die Kinder werden weggenommen und da setzt Yad Leachim ein aber das ist eine andere Geschichte da an der Punkt zu Jesaja 8 14 also wenn man das im Kontext sieht Vers 13 spricht davon sagt Gott Gott sollt ihr heilig halten vor ihm sollt ihr euch fürchten vor ihm sollt ihr erschrecken und dann kommt Vers 14 und er wird zum Heiligtum werden und zum Stein an dem man anstößt und zum Fels an dem man strauchelt das ist hier wer ist der Stein des Anstoßes das lesen wir in dem Vers davor das ist Gott und Jesaja 8 gehört auch nach dem Jugendum nicht zu den messianischen Stellen und was Roger gesagt hat über Rashi in Psalm 118 habe ich das richtig verstanden oder Psalm 118 Vers 22 genau das wird von Rashi auf den Maschiach bezogen ja das ist interessant also ich sehe hier Evin Mas Also nicht in Sefer Elim sondern in dem Sefer Mecha ich habe das gerade aufgemacht zu dem Vers und er sagt Rashi dieser Stein der verworfen ist er sagt das ist das Volk das niedergebeugt war zwischen den Völkern also er meint das Volk Israel ist hier aber zu Micha muss ich mir anschauen was er sagt also ich habe das jetzt micha hey ich schaue das später nach aber zu dem Vers hey 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 ja 14 okay im Zusammenhang mit Etachem dem Geburtstag des Maschinen okay dann also das waren die Texte und dann zu Daniel und da würde ich schon gerne meine Präsentation teilen ich werde meinen Bildschirm jetzt teilen ja eine Sekunde ich warte ja Moment Moment ich suche oder es tut mir leid ich versuche ich ich sehe dieses Fenster nicht ich versuche gleich noch einmal das zu machen ja das sieht besser aus jetzt sehe ich genau ja sieht man das warte kurz ganz kurz ganz kurz Daniel ja jetzt sieht man ja also genau und zwar Daniel das ist eine sehr komplizierte Geschichte und ich habe mich damit beschäftigt das hat mir sehr viel Zeit gekostet und er spricht dort in Daniel 24 lesen wir 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und wir sehen schon schon vor den Anfang Worten kann sich das nicht auf Jesus beziehen weil Jesus hat die Sünden nicht zum Abschluss gebracht heute sündige Menschen die Schuld ist nicht gesühnt Menschen sind schuldig und er hat auch keine ewige Gerechtigkeit gemacht und hier steht dass diese 70 Wochen sind über dein Volk bestimmt ewige Gerechtigkeit einzuführen und die Frage ist worüber spricht Daniel 9 wirklich und Roger sagte dass ich sage dass es falsch ist das über den Messias ist aber das ist nicht wahr also nicht nur ich sage das sondern ich habe in meiner Forschung mich verlassen zum Beispiel auf einige Universitätsprofessoren die alttestamentler sind wie zum Beispiel Prof. Dr. John Collins von Yale oder André Lacocque ich hoffe ich spreche das richtig aus Prof. Klaus Koch und Prof. Dr. Josef Berner aus Kiel mit dem ich auch immunisiert habe und worum geht es in Daniel 9 24 bis 26 und ihr seht es ein bisschen komplizierter Text ich habe hier viel Material im Grunde geht es darum dass er spricht über die Zeit von Antiochus Epiphanes zur Zeit der Makabea und zwar ist diese sind diese 70 Jahre sind ja nicht 70 Jahre sondern er sagt sie sind 70 Jahr Wochen und was ist 70 Jahr Wochen wir haben eine Perode von okay Moment das wäre leid also ich lese den Text zuerst vor er sagt von dem Zeitpunkt an da das Wort erging Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen bis zu einem Geseibten einem Fürsten und hier ist es interessant hier steht es ein Geseibter ein Fürst weil der Text sagt nicht wie Roger das auch zu gab er sagt nicht Ham Maschia er sagt Maschia also ein Geseibter er sagt bis Jerusalem wieder hergestellt ist bis zu einem Geseibten einem Fürsten sind es sieben Wochen und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wieder hergestellt und gebaut sein und zwar in der Bedrängnis der Zeit und nach 62 Wochen wird ein Geseibter ausgerottet werden wieder ein Geseibter ausgerottet das ist schon ein zweiter Geseibter wir hatten den ersten vorher gehabt und jetzt wird ein Geseibter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung und bis zum Ende ist der Krieg festbeschlossene Verwüstung okay also wir haben hier diese Perioden wir haben sieben Wochen 62 Wochen und eine Woche und das sind 49 Jahre 434 Jahre und sieben Jahre und wenn wir uns Daniel anschauen Daniel 9 von Beginn an worum geht es dort Daniel sitzt dort und versucht die 70 Jahre von Jeremia zu interpretieren Jeremia prophezeite dass in 70 Jahren werdet ihr wieder aus Babylon nach Hause nach Israel gehen dürfen und das ist nicht passiert und deshalb versucht er diese Prophezeiung zu interpretieren und was passiert in den ersten sieben Wochen nach der Schrift ist es kommt ein geseibter Fürst und was ist der geseibter Fürst es gibt unterschiedliche Interpretationen weil er sein kann entweder ist es ein Hohpriester oder es ist Jeschua der Hohpriester oder es ist Zerubabel oder es ist Kyros also der persische König Kyros weil er Kyros wird in Jesaja 45 1 als mein Geseibter mein Meschier hier steht das Lemischi Er wird gesagt mein Geseibter mein Messias ist Kyros und deshalb ist der eine Geseibte der kommt in den ersten sieben Wochen das ist Kyros und wenn wir diese Jahre zählen diese 49 Jahre von der Prophezeiung von Jeremia bis zu Kyros sind das genau 50 Jahre dann gibt es eine Zwischenperiode von 62 Wochen und eine und eine Woche und in diesen sieben Jahren in der letzten Wochen da passieren viele Dinge also zum Beispiel der Fürst schließt einen Bund mit vielen es werden Opfer aufhören und so weiter und alle diese in der Forschungsliteratur in der alttestamentlichen testamentarischen Forschungsliteratur sie beziehen sie beziehen diese letzte Woche auf die Zeit von Antiochus Epiphanus von der Zeit 169 bis 163 vor der Zeitrechnung und in der Mitte dieser Woche was der Text auch in Daniel sagt kommt eine Kulturreform und Antiochus Epiphanus stirbt nach und jetzt die Frage ja was ist mit diesen 62 Wochen weil sie passen eigentlich nicht in die Zeitrechnung rein und das müssen sie auch nicht weil ich möchte hier die Worte vorlesen von Professor Berner und sagt dass die Chronologie der 70 Jahr Wochen muss vor diesem Hintergrund als integraler Bestandteil eines geschichtstheologischen Entwurfs verstanden werden ohne hiervon abstrahierbar zu sein jeder versucht die 70 Jahr Wochen von der absoluten Chronologie zuherzuleiten oder sie vollständig mit dieser zu synchronisieren handelt dem Charakter des Textes zuwider und hat deshalb durch Weg in Apurin geendet und sagt warum weil diese 70 Jahr Wochen das ist ein theologisches Konzept sie sind notwendigerweise da weil er versucht die 70 Jahre von Jirmeahu zu interpretieren und diese Zeit muss da sein dieses geschichtstheologische Modell der 70 Jahr Wochen schließt daher Übereinstimmungen mit der absoluten Chronologie ein warum wir sehen die ersten sieben Jahre passen wie die Faust aufs Auge von Kyros bis von Jirmeahu bis Kyros und dann die letzte Woche passt wie die Faust aufs Auge auf die Zeit von Antiochus aber sie stimmt also mit der Chronologie ein aber im Ganzen muss sie nicht auf diese reduzierbar sein durch die aktualisierende Auslegung der 70 jirmeahrischen Jahre deren Erfüllung im nahen Schabbat Jahr auch das Jahr 164 vor ist auch ein Schabbat Jahr also das siebte Jahr geglaubt wurde ist neben dem Zielpunkt zugleich der Ausgangspunkt mit dem Beginn des Exils gesetzt ok das ist jetzt möchte ich habe noch 5 4 Minuten jetzt möchte ich noch auf etwas eingehen was ich zufällig gesehen habe in Rogers Buch und zwar über der verheißene Erlöser der verheißene Erlöser und was Roger hier macht er erzählt die Jahre zusammen und zwar sagt er hier das er zitiert den Vers aber hier vom Zeitpunkt an an dem der Erlass gegeben wird die Stadt wieder aufzubauen bis zu dem Augenblick da der Messias als Fürst kommt kommen würde sollen 69 7 plus 62 Jahrwochen also 69 mal 7 483 Jahre vergehen er zieht diese Jahre zusammen die aber eindeutig in der Heiligen Schrift als zwei unterschiedliche Perioden gezählt werden und das kritisierte schon Isaac Newton in seiner Schrift es gibt kein Schriftsystem das so etwas macht wenn kein Schriftsystem das sagen will 69 sagt es 7 plus 62 das geht nicht ich habe irgendwo das Zitat aber das finde ich nicht wo ist das Zitat von Isaac Newton das war so cool hier das ist nicht egal ich habe es irgendwo ich finde es nicht mehr es zu viel Chaos auf jeden Fall er legt das zusammen aber das ist nicht das Problem also um die zusammen zu legen muss man die Heilige Schrift ein bisschen verändern und zwar muss man zwei Buchstaben dort wegnehmen aber das nicht das schlimmste das schlimme ist oder was heißt das schlimme also von meiner Perspektive aus was nicht so gut ist wenn man die Jahre zählt also weil Roger möchte von 445 zählen und wenn man das abzählt dann kommen die Jahre von Daniel von 483 Jahren dann kommt man auf das Jahr 38 und das ist aber für die Christen nicht so gut weil 38 ist nichts mit Jesus er war schon tot und deshalb sagt Roger er führt das Konzept ein von einem prophetischen Jahr das in der Bibel 360 Tage dauert und so wenn man jedes Jahr auf 360 kommt da kommt man auf das Jahr 31 und das passt und hier ist natürlich warum macht er das also er macht das nicht weil er Daniel verstehen möchte worüber er spricht sondern er macht das um auf Jesus zu kommen das heißt man muss hier ein bisschen schummeln mit den Jahren man muss das prophetische Jahr einführen was in unserer Heiligen Schrift nicht gibt und man bisschen verändern um die Jahre zusammen zu zählen aber das würde dem Text widersprechen und genau also nach der Auslegung der Forschungsliteratur der wissenschaftlichen Forschungsliteratur und ich dachte das würde Roger gefallen weil er ist ja auch promoviert bezieht sich Daniel 9 auf Antiochos Epiphanes und seinen Tod und was können ich dazu noch hinzufügen und das macht das geht um die Gottheit ich finde das immer mit ja also ich fasse nochmal zusammen Daniel 9 spricht nicht über Messias es gibt hier zwei Personen die Messias genannt werden aber es ist nicht der Messias sondern ein Geseibter und der erste Geseibter ist Kyros der eindeutig in Jesaja als mein Geseibter genannt wird und der zweite Geseibter der stirbt genau darauf bin ich noch gar nicht eingegangen das ist nach der Forschungsliteratur Onias der dritte das war der letzte zadochidische Priester der ermordet worden ist um 170 vor der Zeitrechnung und er war der wirklich letzte Priester nach ihm sind dann die Makabeer Priester geworden aber man kann nicht König und Priester gleichzeitig deshalb gab es viel Aufstand dagegen aber Onias der dritte war wirklich der letzte kosche Priester der gestorben ist und das ist das was Daniel Neuen sagt es gab zwei Geseibte und ja mein Zeit schon ein bisschen durch ja ich wollte wegen vorhin wegen der Powerpoint hast du ein bisschen Zeit gebraucht zu einzulenden habe ich dir gedacht ich gebe dir noch 20 Sekunden willst du noch die haben das sind so ungefähr 20 Sekunden 20 Sekunden ich habe ich habe sehr viel Material also 20 Sekunden reicht nicht um auf alles gut einzugehen aber ist schon okay ich denke ich werde in der Zukunft ein Video darüber machen wo ich das wirklich Schritt für Schritt erkläre weil es ist wirklich ein sehr komplizierter Text ein sehr kompliziert ein sehr kompliziertes Material was man wirklich gut verstehen muss wo man sehr viel Zeit auch investieren und viel lesen also ich kann das nicht einfach so auf Anhieb alles so geordnet erklären okay vielen Dank vielen Dank für deine Zeit jetzt sind wir bei Rabbi Egor bei der ersten zweiten Runde vorbei und jetzt hat Dr. Roger Liby 15 Minuten auf Rabbi Egor einzugehen und jetzt blende ich lieber Herr Liby die Zeit und sie haben jetzt 15 Minuten und alles Gute Präsentation Präsentation rein ja kann man in Präsentation hin und her wechseln das war vorhin glaube ich so nicht alles klar ja es funktioniert okay dann 15 Minuten laufen sie können anfangen also ich möchte eingehen auf den ersten Punkt den Igor kritisiert hat bei mir er sagt Jesaja 8 Vers 14 bezieht sich doch nicht auf den Messias aber ich habe ja anfangs erklärt im offiziellen Judentum im Talmud Traktat 38 b ich zitiere aus der deutschen Übersetzung von Lazarus Goldschmidt da heißt es folgendes der Sohn Davids das ist ein Titel Ben David das weiß jeder das ist der Messias weil der Messias von David abstammen muss der Sohn Davids wird nicht eher kommen als bis zwei Familien in Israel untergegangen sein werden und zwar der Exilarch in Babylonien und der Fürst im Israel lande denn es heißt er wird den beiden Häusern Israels sein ein Heiligtum und ein Stein des Anstoßes und ein Fels Block des Strauchelns also hier wird das was hier gesagt wird auf den Ben David bezogen nun hat aber Igor das sehr gut erläutert man muss den Kontext anschauen und das ist eigentlich ein Schock denn in der Bibel steht in Jesaja 8 Vers 13 also im Vers davor den Herrn der Heerscharen also hebräisch in der Synagoge liest man Adonai Zvaot und Adonai steht hier für den Gottesnamen Jud Hei Wav Hei das heißt der ewige J HWH der ewige das spricht man nicht aus in der Synagoge aus Ehrfurcht und darum haben wir hier in der deutschen Übersetzung den Herrn der Heerscharen mit Großbuchstaben Herr damit man weiß das ist Jud Hei Wav Hei den Herrn der Heerscharen den sollt ihr heiligen und er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken und er wird zum Heiligtum sein aber zum Fels des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns das wird von Jahwe gesagt jetzt habe ich den Namen ausgesprochen so wie man das bis ins Jahr 70 nur am Jom Kippur als hoher Priester gemacht hat zehn Mal und jeden Tag wenn die Priester beim Morgenbrandopfer das Volk segneten vor dem Tempelhaus haben sie die Hände über den Kopf gehalten und gesagt Da haben sie den Namen ausgesprochen Der Herr segne dich und behüte dich Nun wird wird also klar hier Igor hat das richtig gesehen und erklärt und darauf hingewiesen es geht ja um den ewigen um Hashem aber der Talmud erklärt das ist der Messias ja das ist der Punkt das ist ja genau das was wir erkannt haben der Messias ist nicht ein normaler Mensch wie das orthodoxe den Messias Jeschua ablehnende Judentum bis heute sagt sondern der Maschiach muss Gott sein wie ist das möglich da werden wir später noch noch mehr dazu sehen und hier wird eben gerade seine Verehrung vorgestellt hier geht es ja gerade darum den sollt ihr heiligen und wie heiligt man Yahweh wie heiligt man Hashem das heißt der Name für den Namen Gottes indem man ihn verehrt ihm dient ihm anbetet er soll eure Furcht wem bringen wir eher Furcht Gott das ist der Weisheit Anfang sagt Schlomo in Sprüche 1 Vers 7 er sei euer Schrecken wir sollen niemanden fürchten keine Menschen fürchten sondern allein den Herrn und damit wird klar dass das eben sehr konsistent ist was der Tanach lehrt dass der Messias eben verehrt und angebetet werden soll und dann gehe ich weiter wir haben gesehen ich habe das nur angedeutet Rashi erklärt in Daniel 9 25 die Zerstörung der Stadt und des Heiligtums das hat sich im Jahr 70 erfüllt und kurz davor steht von dem Messias er werde ausgerottet werden und da möchte ich nochmals betonen Igor im Hebräischen ist das ja so man sagt Hamaschiach oder einfach Maschiach und zwar Hamaschiach da betont man den Titel und wenn man sagt Maschiach oder zum Beispiel Melach Maschiach dann ist das eben fast wie ein Eigenname und das ist sehr üblich im Hebräischen auch in der rabbinischen Literatur dass man einfach spricht von Melach Maschiach und das ist klar der König Messias auf Deutsch müssen wir der sagen aber es ist ja auch so im Englischen da sagen wir the Messiah oder wir sagen Messiah Messiah will come das ist genau dieser Unterschied und das ist im Hebräischen genau so und darum steht hier Maschiach übrigens in den Versen geht es ja auch um den Messias den Fürsten und du hast ja auch nochmals betont dort steht auch nicht der Artikel einfach Maschiach Nagid aber Nagid ist auch ein Name des Messias schau in 1. Chroniker 5 Vers 2 in den Geschlechtsregistern da wird ja besonders der Stamm Judah hervorgehoben aus allen 12 Stämmen in den Geschlechtsregistern 1. Chroniker 1 bis 9 und dann wird eben dort betont aus Judah wird Nagid kommen nicht Han-Nagid jedem war klar Nagid das ist der Maschiach der eben aus dem Stamm Judah kommen sollte und nun ist es aber so nachdem der Maschiach Jeschua gekommen war und die Masse ihn abgelehnt hatte war sie in der Gefahr nämlich falsche Messias zu akzeptieren und Jeschua hat seine Nachfolger gewarnt in Matthäus 24 es werden viele kommen unter meinem Namen und dass sie nicht auf diese Verführer hereinfallen nun hier habe ich eine Liste von über 50 falschen Messiasen die im Judentum aufgetreten sind vom ersten Jahrhundert bis heute also rund 50 dann nach dem Jahr 70 nach der Katastrophe des Jahres 70 und wenn ich sehe das orthodoxe Judentum das den Maschiach Jeschua abgelehnt hatte war so verführbar sie sehen hier durch die ganzen 2000 Jahre hindurch bis heute sind falsche Messiase aufgekommen und die waren alle wirklich grundfalsch denn die haben wirklich nicht die Prophezeiung im Tanach erfüllt wer von denen war in Bethlehem geboren keiner und 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 die sind alle zu spät gekommen wie wir noch sehen werden nach der Zeitrechnung der Bibel und die haben zum Teil das Judentum große Teile des Judentums verführen können ich habe schon erwähnt die Katastrophe mit Bar Kochba mit der Folge mehr als eine Million Tote wären sie ihm doch nicht gefolgt hätten sie Rabbi Akiva nicht akzeptiert aber es zeigt wenn man die Rabbiner die Jeschua als Maschiach ablehnen wenn man ihnen folgt dann folgt man den Falschen denn die haben das nicht verhindert dass man auf all diese reingefallen ist wie Abu Isaf von Isafan Serenus von Syrien Jukan von Hamad Menachem aus Kasachstan der Messias von Leon und so weiter und ich denke zum Beispiel ich greife heraus um 1666 das war Shabedai Zvi das war eine Katastrophe was der Mann angerichtet hat und jedes Mal typischerweise viel das orthodoxe Judentum ich sage immer orthodoxe Judentum um nicht zu verallgemeinern die die diesen Weg gefolgt sind das sind nicht alle sind dann in eine Depression eine Volksdepression gefallen es war wieder nichts und der letzte war Rabbi Menachem Mendelschner 1994 gestorben und hunderttausende haben gesagt das ist der Maschiach er selber hat es nie gesagt aber hat auch nie gesagt ich bin es nicht und seine Nachfolger haben gewartet bis er endlich sich offenbart und dann aus New York nach Israel geht man hat ein Haus bereit gehabt für ihn und dann wird er sich dann endlich als der Messias offenbaren und den Galut die Erlösung und die Heinführung der Exzolanten das würde dann alles kommen und dann starbe 1994 und was haben seine Nachfolger gesagt ja das steht ja in Jesaja 53 der Messias muss sterben jetzt warten wir auf seine Auferstehung und gerade vor einigen Wochen habe ich mit einem Orthodoxen aus dieser Bewegung gesprochen persönlich in Genariv und ich habe ihm gesagt schau mal das stimmt ja gar nicht dass das stimmt Jesaja 53 spricht nicht von einem alten Mann der stirbt sondern da geht es um jemanden der gewaltsam getötet wird das ist doch nicht der Messias was hat er mir gesagt was die Chachamim sagen die Weisen das muss man einfach befolgen auch wenn das was man sieht den Aussagen widersprechen dann haben sie recht also gegen die Realität der Mann hängte seinen seinen Verstand an den Nagel ich konnte ihm und dann sind wir nach Micha 5 gegangen und ich habe über Bethlehem um den Ursprung des Messias gesprochen und gesagt Schnerson ist nicht in Bethlehem geboren er war ja nie in Israel ja das ist ganz schwierig zu verstehen aber man muss einfach das hören was die Chachamim das sind die Weisen die ganz großen Rabbiner nicht wahr nicht einfach gewöhnliche Rabbiner die ganz großen Rabbiner das sind die Chachamim auf sie muss man hören und in Israel überall auf allen Autobahnen und sieht man das Plakat hier Bracha Behatzlacha Segen und Gelingen und dann steht nicht Hamaschiach sondern einfach Maschiach das ist Menachem sie warten auf seine Auferstehung das ist furchtbar die Leute sind verführt das ist wie eine Sekte aber es ist so ich lese jetzt den Text noch etwas ausführlicher über die Jahrwochen in Daniel was ich ja nicht getan habe ich habe nichts über die Zeiten gesagt nur einfach der Messias wird umgebracht werden bevor Jerusalem und der Tempel zerstört wird aber hier steht so wie sie denn und verstehe vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen bis auf den Messias den Fürsten sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen nun Igor hat gesagt dieses vom Ausgehen des Wortes Jerusalem wiederherzustellen das beziehe sich auf Jeremia Jeremia 25 viertes Jahr von Jojakim das ist 605 vor Christus und von dort an gelten sieben Jahrwochen bis auf einen Gesalbten einen Fürsten sind sieben Jahrwochen und dann müssen wir einen Punkt setzen nicht so wie ich das hier habe über den Punkt sprechen wir noch jetzt ist es folgendes sieben Jahrwochen wir sind uns einig weil in jeder Rabbiner Bibel steht bei Shavua Shavua Shanim also Shavua Shanim also Wochen von Jahren also sieben Jahrwochen sind sieben mal sieben Jahre 49 Jahre nun Igor hat gesagt das bezieht sich auf Kyros der in Jesaja übrigens genannt wird Mashiach das haben wir ja gerade vorhin gesehen Meshicho sein Gesalter Gott spricht zu seinen Gesalbten Meshicho aber das war 539 im Herbst 605 bis 539 das sind 66 Jahre und nicht 49 und ich werde dann im weiteren nicht jetzt in dieser Runde werde ich dann zeigen im Detail wie die Rechnung perfekt aufgeht aber wirklich aufgeht und das funktioniert nicht und diese Professoren die die Igor genannt hat das sind natürlich liberale Leute weißt du ich bin Messias gläubig orthodox und die gehen wirklich nach der Bibel und nicht einfach so die fantasieren die sagen das ist ein theologisches Konzept und darum stimmen die Zahlen nicht nein die haben nicht richtig gerechnet es geht eben auf und dann die 62 Wochen Jahrwochen sagt Igor das bezieht sich dann eben auf Antiochus Epiphanes um 169 bis 163 vor Christus ja 539 minus 4 134 also 62 mal 7 gleich 434 das führt uns auf das Jahr 105 es passt überhaupt nicht es geht nicht auf nun ist es aber so Igor hat kritisiert dass ich da plötzlich Jahre von 360 Tagen eingeführt habe damit es schön passt nicht wahr aber jetzt muss ich etwas sagen das ist nicht einfach so sondern prophetische Jahre in der Bibel dauern 360 Tage im neuen Testament in der Offenbarung also im ersten Jahrhundert nicht heute nachdem man das alles so schön nachrechnen konnte astronomisch dort werden dreieinhalb Jahre gleichgesetzt mit 1260 Tage Offenbarung 11 das sind Jahre von 360 Tagen das hat einen Grund weil das jüdische Jahr ein lunisolares Jahr ist und 360 ist genau die Mitte zwischen dem Mondjahr 354 und dem Sonnenjahr 365 ungefähr und jetzt ist es so auf diese Weise geht alles auf und diese Rechnung gilt auch bei Jeremia er sagt Babel wird 70 Jahre regieren über die Völker im Nahen Osten und ich werde gleich zeigen in der nächsten Runde das war von 608 das waren die letzten Kriege gegen die Assyrer und dann war Babylon an der Macht bis 539 im Herbst und das passt nur mit 360 Tagen das sind perfekt 70 Jahre aber so wie du es gerechnet hast Igor geht es nicht auf aber so geht es direkt auf auch mit den 70 Jahren und das bestätigt das Wort in sich das ist eben die Kohärenz Konkurrenz des Wortes es muss alles zusammenstehen ja vielen Dank vielen Dank Herr Liby vielen Dank Rabbi wir sind jetzt mit der zweiten Runde vorbei jetzt gehen wir in der dritten Runde in der dritten Runde hat jeder jeder zehn Minuten auf den Punkt einzugehen ich freue mich kurz euch beide bevor wir jetzt dritte Runde machen geht es euch beide gut ja danke ja super das freut mich gut dann oder wollt ihr eine kurze Pause was trinken so eine kurze Pause 30 Sekunden oder so 30 Sekunden Pause möchtest du ich würde dann kurz was essen ok ok dann machen wir eine kurze Pause dann bis gleich Jesus hat gesagt geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung Markus 16 Vers 15 lass uns gemeinsam diesen wundervollen Missionsbefehl von Jesus erfüllen nun wie erreichen wir dieses Ziel mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme Infostände Verteilmaterialien Betreuung neuer Christen Podcasts sowie Livestreams realisieren und die rettende Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus im ganzen deutschsprachigen Raum verkünden du kannst von zu Hause aus dieser wertvollen Arbeit mit regelmäßigen oder einer Einzelspende unterstützen gehe hierfür einfach auf unsere Website hakikatv.de dort hast du die Möglichkeit via Paypal oder Überweisung Teil dieser wundervollen Mission zu werden hakikatv.de die Wahrheit für die Welt ist Jesus im Alten Testament prophezeit worden oder nicht Ersatz zum Lübbel vom Feind Jesus von Nazareth ist im Alten Testament vorausgesagt er ist tatsächlich der Messias Herzlich Willkommen zurück Leute habt ihr nicht gemerkt wir haben Rekord bei hakikatv gebrochen bei vorletzter Debatte war die höchste Zahl 1500 sage ich mal dieses Mal haben wir bis 3800 das ist mehr als das Doppel das ist wunderschön das ist ein Segen das ist so zeigt dass wirklich diese theologische Auseinandersetzung Dialoge Sinn macht weil viele das gucken und ich freue mich wenn 3600 Zuschauer gerade da sind das jetzt geliked wird warum sage ich das Leute liebe Geschwister nicht falsch verstehen uns geht es nicht um Likes oder was weiß ich Abonnenten oder Klicks uns geht es einfach dass wir zusammen durch diesen Likes dieses Klicks um andere Menschen zu erreichen wir brauchen das um andere Menschen diese Debatte aufmerksam zu machen und deswegen würde ich mich sehr freuen wenn ihr dafür sogar betet nicht nur Likes gibt sondern betet und prüft und mit einer Bibel Leute deswegen prüft es holt ihr eine Bibel guckt ihr die Stellen selber an und deswegen ist es sehr sehr wichtig an alle dass ihr alles hier prüft und dass ihr wirklich im Herzen prüft ok 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 hole die Gäste wieder rein sieht so aus dass ähm rabbi igor da ist aber dr roger libi noch nicht da ist wir warten ein bisschen und wir gucken ist der chat zufrieden ist der chat dieses mal besser ähm es wird von wunderbaren chat moderation das geleitet gerade und genau und ich freue mich sehr ähm dass die Leute dass die Leute das gerade so gut kontrollieren und versuchen dass es sachlich bleibt und wir haben dieses Modus das ist sehr gut dass wir nur jeder zwei Minuten jemand was schreiben kann bitte wir gehen jetzt in den dritten Teil und ich hole kurz die wieder rein wunderschön dass ihr wieder da seid ich hoffe war die Pause für euch gut und ich würde kurz sagen wir gehen jetzt in den dritten Runde und in den vierten Runde brauchen wir die Fragen bitte fängt jetzt an die Fragen zu stellen Leute ich zeige euch wie man die Fragen stellen soll ganz kurz genau eine Sekunde ich zeige euch genau ihr müsst die Frage so stellen für die vierte Runde f Doppelpunkt Deine Frage add den Gast Rabi oder Rabi Igor oder Dr. Roger Libby damit ich weiß für wem ist die Frage ich will drei Fragen nehmen ich kann nicht alles nehmen bitte Fragen die mit Thema zu tun haben wir wollen euch damit einen Teil davon haben und das hier auch mit machen deswegen stellt jetzt die Fragen bitte mehrmals jetzt damit ich in diese dritte Runde die 20 Minuten nütze die besten Fragen raus picke für die beide Gästen ok jetzt sind wir bei dem dritten Teil dritte Runde und jetzt hat jeder von euch zehn Minuten und lieber Rabi Igor ich gebe nur kurz die Minuten ein du hast jetzt zehn Minuten alles Gute und ich freue mich auf die Ja vielen Dank hört man mich ja ok also ich möchte Rorsch hat viel gesagt ich möchte eigentlich auf alles eingehen was er gesagt hat vielleicht zunächst was er über den Talmud gesagt hat und über die Schrift also er zugegeben dass der Kontext spricht nicht über den Messias aber er sagte aber der Talmud spricht ja über den Messias also das wundert mich dass Rorsch mehr dem Talmud folgt als der Heiligen Schrift und was aber dort im Kontext im Talmud steht das müssen wir uns mal in Ruhe anschauen ich kenne jetzt die Stelle nicht ausfindig ich kann darauf nicht eingehen dann was Rorsch gesagt hat über die Professoren also mir kam es vor er wollte sie ein bisschen diskreditieren und nannte sie Liberalen es kann sein dass sie liberal sind ich denke sie sind gar nicht religiös diese Professoren also die das kommt auch nicht auf die Konfession an sondern sie sind ja verpflichtet der Wahrheit sie suchen nach der Wahrheit sie schauen sich den Text an und schauen was ist der Kontext in dem es hier geht und gerechnet wird ich kann mich nicht mehr erinnern was Rorsch gesagt hat aber nach diesen Professoren rechnet man von dem Jahr 586 und das ist das Jahr was in Jirmea 2910 steht und da rechnet man dann 49 Jahre und dann kommt man nach 537 das ist das Edikt von Kyros was in Ezra 1.3 erwähnt wird dann was Roger gesagt hat über Schnerson also ich akzeptiere das voll ich bin nicht ich folge ihm nicht und viele von Chabad also der der chassidischen Strömung zu der er angehört die ihn verehren viele verehren nicht das ist nur ein kleiner Kreis und das stimmt in Israel hängen diese Plakate überall rum das finde ich ein bisschen widerlich und auf jeden Fall diese Menschen haben Unrecht und aber man kann nichts machen sie verehren ihn und natürlich zählt das auch in die falsche Liste der falschen Messias wie du es gezeigt hast es gibt im Juntum eine sehr lange Liste der falschen Messias und Jesus gehört auf jeden Fall dazu du nanntest zu Schabbat der Zwie eine Katastrophe stimme ich dir vollkommen zu aber Jesus war für das Periode noch eine größere Katastrophe denn ohne Jesus gäbe es den Holocaust nicht wie wir zum Beispiel sehen in Johannes Evangelium werden sie Satans Kinder genannt und das machte die Runden im ganzen Mittelalter bis Luther und dann bis Hitler also hier ist auf jeden Fall eine große Katastrophe für das jüdische Volk dann sagtest du Rabbi Akiva sagtest du vorhin ja Rabbi Akiva hat gedacht dass der Bar Kochba der Messias ist aber bis zu welchem Zeitpunkt hat er das gedacht als er gesehen hat dass Bar Kochba gestorben ist hat er erkannt dass Bar Kochba nicht der Messias das heißt wir sehen aus dieser talmudischen Stelle dass wenn eine Person stirbt kann sie nicht der Messias sein dann sagtest du Melech Maschir es gibt im ganzen Talmud ich habe eine Suche gemacht es gibt im Talmud keine Stelle wie heißt Melech Maschir es gibt immer Melech Hamaschir und interessanterweise in der ganzen Heiligen Schrift kommt das Wort Maschir 38 mal vor und kein einziges Mal bezieht sich das auf den Messias sondern es bezieht sich mal auf geseibte Priester mal auf Fürsten auf Könige aber es bezieht sich kein einziges Mal auf den Messias deshalb ist im Kontext von Daniel 9 Maschir als ein Geseib genau wie in allen anderen Stellen der Heiligen Schrift oder du zeigst mir zum Beispiel eine Stelle in der Heiligen Schrift wo Maschir außerhalb von Daniel 9 auf als der Messias übersetzt wird und das wirst du sicher nicht finden interessanterweise was du sagtest Bethlehem du meintest du hast mit deinem Freund gesprochen und wie kann er seine Schnerz und nicht aus Bethlehem kommt und wie können die Juden ihn als Messias oder Schabbat als Messias erkennen wenn er gar nicht aus Bethlehem kommt und das liegt daran dass man im Juden diese Worte in Mecha ganz anders verstanden in Mecha heißt nicht dass Messias soll aus Bethlehem kommen sondern er sagt er soll aus der Familie kommen aus der Familie die aus Bethlehem kommt und das bezieht sich auf David Mikedem was von der Urzeit in der Antike bereits prophezeit worden ist daher soll der Messias kommen aus der davidischen Familie man bezieht man bezieht micha auf die davidische Familie und Schabbat als wie er von sich behauptet er ist von der Familie Davids wie auch immer er das versucht hat zu prüfen aber auf jeden Fall stimme ich dazu das war eine Katastrophe genau wie alle anderen falschen Messias die außerdem das ist jetzt kein Zeichen für nur für das Christentum also wenn wir uns andere Religionen anschauen zum Beispiel die Rastafari die warten auf die Wiederkunft des Kaisers Haile Selassie zum Beispiel oder die Schichs die warten auf die Rückkehr des Guru Nanak ich glaube ich spreche das aus. Die Baha'i warten auf die Rückkehr von Ali Mohammed. Also es ist jede Religion, die einen großen Führer verloren hat, einen wichtigen Führer, wie zum Beispiel auch Chabad, die die Schnärsen verloren haben, die sagen, nein, es kann nicht sein, dass er tot ist, er wird wiederkommen. Und das Christentum gehört auch dazu. Vielleicht eine Sache noch zum Talmud, die du erwähnt hast. Ich teile wieder meinen Bildschirm. Oder nicht mal Bildschirm, sondern diese Präsentation. Diesmal wird es schneller gehen. Ich kann nicht so einfach die Zeit stoppen. Nein, nein, ist gut, ist gut. Du brauchst nicht die Zeit stoppen. Ich habe es schon, oder? Ja. Ich habe es schon. Ja, genau. Und zwar, wenn wir uns, sagen wir zum Beispiel Saga 53 anschauen, und manchmal sagt der Talmud auch, hier Saga 53 steht da Messias. Also es gibt eine Talmudische Stelle, wo du sagst, also der Anfangferst zum Beispiel, er wird erhört, erhöht, mein Diener wird erhöhnt, und er sagt, oh, das ist der Messias. Und interessanterweise versteht der Talmud nicht immer alle Sachen im Kontext und nicht alle Sachen wortwörtlich. Zum Beispiel sagt der Talmud über Jesaja 53, er sagt hier sechs Dinge sind ein gutes Zeichen für den Kranken. Und zwar das Niesen, der Schweiß, der Durchfall, der Samergus, der Schlaf und der Traum. Und sagt er, der Samergus, woher lerne ich das? Denn es heißt, er wird Samen sehen und lange leben. Und also der Vers aus Jesaja wird zitiert. Und willst du mir jetzt sagen, dass der Talmud versteht, der Vers in Jesaja 53, dass es sich da um Samergus handelt? Wahrscheinlich eher nicht. Also der Talmud, was er hier benutzt, heißt Agadah. Agadah bedeutet, das ist eine Geschichte. Es ist nicht, dass der Talmud diese Sachen wörtlich versteht. Aber manchmal sehen wir zum Beispiel, dass es in jüdischen Schriften wird, Jesaja 53, auch auf Israel bezogen. Zum Beispiel in Tana Be'Iliahu, wo es heißt, so heißt es in den Vers, gefällt es dem Herrn, einen Menschen durch Krankheit zu zermalmen, impliziert die Schrift, dass der Heilige zu Israel sagt, wirf mir nicht vor, dass ich wünsche, der Mensch sei wie ein Kranker. So ist hier, versteht Tana Be'Iliahu, dass es hier um Israel geht. Aber nicht nur das. Sicher werden wir noch Gelegenheit haben, über Jesaja zu sprechen. Und hier möchte ich nur kurz eine Liste zeigen, wieder von Universitätsprofessoren aus unterschiedlich Ländern, die in Jesaja 53 Israel gesehen haben. Sie haben mir die Tate herausgesucht, zum Beispiel Otto Kai. Ich weiß nicht, warum er 1959 noch in Fraktur geschrieben hat, aber Israel ist das Schuldopfer für die unwissentlichen, für die unwissentliche Verschuldung der vielen, die den lebendigen Gott und seinen Willen nicht kennen. Öffnet Israel durch seinen Opfergang der Völker den Zugang zu dem einen lebendigen Gott, der sich durch, der sich durch es verherrlicht, sodass alle Heiden der Gottzeit Gottes inwohnen. So ist es zum Licht der Heiden geworden. So reicht das Heil Gottes an das Ende der Erde. Und damit hat sich dann die Alte, den Vätern gegebene Verheißung erfüllt, dass alle Völker durch den Samen Abrahams gesegnet werden. Oder zum Beispiel hier Professor Hennig Lehner der Knecht stellt die Gesamtheit des Jesaja-Buches das Verbindeelement zwischen dem historischen Israel und der nachhexidischen Gruppe der Frommen dar. hier Professor Notke Füglister, wenn ich das richtig verstehe. Es wird über ihn gesagt, nach dem ganzen langen Weg über die heilsvermittelnde Einzelgestalten zielt das nun das Alte Testament nicht wie bisher üblichen Schnurstracks auf Christus hin, sondern auf Israel. In der christlichen Auswertung des Alten Testaments sieht er die Gefahr, den fundamentalen Sachverhalt zu verkennen, dass im Vordergrund und Mittelpunkt der alttestamentlichen Aussagen sowohl quantitativ als qualitativ Israel steht. Das Jahwe-Volk, die Kahal und die Ekklesia Gott. Oder zum Beispiel hier Pfarrer Dr. Karl Theodor Kleinknecht steht hier. Bezieht man nun den Mittelteil und den Rahmen in der vorgeschriebenen Weise aufeinander, so wird Jesaja 52 also Israels Stellvertretung des Leiden und die darauffolgende Erhöhung in den Kontext des Leidens und in der Errettung des Leidenknechtes gestellt. Angewandt auf diese Frage nach der Bestimmung des Knechtes heißt es, heißt das, er ist Israel. Habe ich noch Zeit, 22 Sekunden. Okay, hier Professor Dr. Lothar Ruper schreibt, durch wie ist das damit zu vereinbaren, dass der Knecht im Rahmen des Gotteswortes selbst Israel darstellt beziehungsweise zumindest repräsentiert? Hätte er da nicht für eigene statt für fremde Schulden gebüßt? Nun, der Knecht stellt hier eben nicht ganz Israel dar, sondern jenes Israel, das den babylonischen Exil gebüßt hat und nun als heimkehrende Gola den Kern der neuen Zionsgemeinde bildet. Oh, ich habe keine Zeit mehr. Okay, ich habe hier noch weitere Professoren. Das heißt, mein Punkt hier ist zu sagen, dass, wie dein Freund, nicht so wie dein Freund gesagt hat, man muss einfach den Chachamim glauben, dass es Israel ist. Das ist Quatsch. Wir sehen diese Menschen, ob sie religiös sind, ob sie nicht religiös sind, kann ich nicht sagen, sind auf jeden Fall keine Juden und sie sehen in dem Knecht, in Jesaja 53, Israel. Und ich kann das auch gerne teilen, ihr könnt alle diese Zitate nachprüfen. Ich habe die Literaturhinweise hier mit Seitenzahlen hinterlegt. Dankeschön. Ja, also ungefähr so 30 Sekunden geschätzt, hast du mehr geredet und da wollte ich dich nicht unterbrechen. Mir ist sehr wichtig, auch Dr. Liby nicht unterbrechen, wenn er das ja bis zu Ende kommt, aber ich komme einfach rein, um zu zeigen, jetzt ist es soweit. Okay, ich habe jetzt für Rabbi Egor viele Fragen, aber für Dr. Roger Liby fehlt ein paar Fragen. Bitte stellt euch Fragen an Dr. Roger Liby, die mit Thema zu tun hat. Zum Beispiel Thema Trinität ist nicht das Thema, das kann man anders machen. Bitte über messianische Prophezeiungen. Und deswegen ist es wichtig, dass es auch, wenn jüdische Mitmenschen da sind, dass diese jüdischen Mitmenschen die Fragen stellen, weil diese Leute liegen besonders in unser Herzen. Herr Liby, Sie kriegen jetzt die zehn Minuten. Ich würde die Zeit einblenden und Sie dürfen jetzt reden. Powerpoint blenden. Ja, gerne. Ganz kurz. Sie können anfangen. Also zuerst möchte ich kurz meine Bemerkung noch erläutern zu den vier Professoren, die ich als liberal bezeichnet habe. Also was Sie zu dem Thema gesagt haben über Jahrwochen, das ist eben typisch für die liberale Theologie, für die die Bibel nicht mehr Gottes Wort ist. Und es ging mir nicht darum, Menschen zu diskreditieren, aber wenn Menschen eben so sprechen über Daniel 9, merkt man sofort, zu welcher Schule sie gehören. Und da wird die Bibel nicht ernst genommen und darum auch die Zahlen nicht. Und jetzt haben wir eben gerade das Problem. Igor, du hast gesagt, die ersten sieben Jahrwochen, die beziehen sich nicht auf 605, wie ich das ja erwähnt habe, sondern auf 586. Und von da an müsste man die 49 Jahre rechnen. Nun ist es aber so, das Jahr 586, das ist das Jahr des Untergangs von Jerusalem. Aber die Prophetin Daniel 9, 25 sagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten. Also es geht um ein Wort, das ausgeht und das zum Ziel hat, den Wiederaufbau Jerusalems. Und Jeremia hat eben gesprochen über die Wiederherstellung nach 70 Jahren. Er sagt zwar nicht Wiederaufbau, aber über die Wiederherstellung nach 70 Jahren. Und das war im vierten Jahr Joachims in Jeremia 25, wo er die Prophetie über die 70 Jahre, prophetischen Jahre, erwähnt. Und das passt eben nicht von 605 bis 539. Und 586, das passt überhaupt nicht, das ist der Untergang, da geht es gar nicht um das Wort Jerusalem wiederherzustellen. Und wenn man das rechnet, 586 bis 539, im Herbst war ja die Eroberung durch die Medi und Perser, die haben Babylon erobert, das sind 47 Jahre. Das stimmt auch nicht, das sind nicht 49 Jahre, nicht 7 mal 7. Passt also auch nicht. Und nochmals, eben der Begriff Messias. Du hast das richtig gesagt, der Begriff Messias für den verheißenen Erlöser aus dem Haus Davids wird im Alten Testament an wenigen Stellen erwähnt. Es beginnt eigentlich das Reden über den Messias im ersten Buch Samuel. Aber lange davor in Sefer Bereshit, also 1. Mose und durch die Tora hindurch und so weiter finden wir ganz viele messianische Prophezeiungen, aber nicht den Titel Maschiach. Aber warum hat man im Judentum so zentral das Glaubensbekenntnis von, wurde ja formuliert durch Rambam, Moses Magnonides. Und auf ihn geht ja das wunderbare Bekenntnis zurück an Nima Amin. Ich glaube, dass der Messias kommt und wenn er eben verzögert, dann glaube ich dennoch, er wird kommen. Ja? Also das ist so zentral der Begriff Messias, aber woher hat man das? Aus dem Alten Testament, aus dem Tanach und unter anderem eben genau aus Daniel 9, wo der Messias sogar eben namentlich, nicht als Titel Ham-Maschiach, sondern einfach Maschiach. Und ich habe gesagt, Nagit auch ohne Artikel. Genauso wie das eben ein Titel des Messias war, der zum Namen wurde, schon in 1. Chronikab in Vers 2. Nun, jetzt ist bei mir das Bild ausgefallen, jetzt ist es wieder da. Jetzt gehe ich kurz weiter. Also, ich habe gesagt, vom Erlass zum Aufbau, die Bibel sagt, mit Moza Nadavar, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, bis auf Maschiach Nagit. Ich sage es jetzt ohne Artikel. Messias, Fürst. Das sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Und ich habe gesagt, man sieht schon bei Jeremia, die 70 Jahre sind Jahre prophetisch zu 360 Tagen. Lunisolares Jahr. 7 plus 62 gibt 69. Und jetzt rechnen wir das um in Tage. 69 mal 7 mal 360 Tage. Das gibt 173.880 Tage. Nun, es ist so, dass Daniel beschreibt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und das war so, nachdem König Ataxerxes von Persien Nehemiah die Erlaubnis gab, da ging das Wort aus, nicht ein Erlass, das Wort, er hat ihm die Erlaubnis gegeben, ja, du darfst gehen und die Stadt der Väter wieder aufbauen. Da ging er zurück und es war ständig eine militärische Bedrohung. Man lese das Buch Nehemiah. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Es wird manchmal gefragt, ja, warum sollen wir das nicht rechnen, ab Kyrus, der hat ja auch einen Erlass gegeben zum Wiederaufbau. Aber 49 Jahre nach Kyrus' Erlass war Jerusalem immer noch eine Ruine. Aber ab dem Erlass bei Ataxerxes in den folgenden 49 Jahren war die Stadt vollkommen wieder aufgebaut. Da ist die Zahl nicht nur wörtlich sieben, sondern auch symbolisch vollkommen. Darum ist es eingeteilt in sieben und 62 Jahrwochen, weil in den sieben, da muss also als Kontrolle in den folgenden 49 Jahren nach dem Ausgehen des Wortes muss Jerusalem wieder vollkommen dastehen. Und das war der Fall. und dann folgten die 62 Jahrwochen. Nun, es ist so, Der Erlass war ganz genau genommen in Nehemiah 2 im Monat Nisan des 20. Jahres von Ataxerxes und das ist in der Geschichte 445 vor Christus. Nisan entspricht in unserem europäischen Kalender März, April. Nun, in dem Evangelium im Neuen Testament kann man eindeutig zeigen, 32 nach Christus war der Einzug von Jeschua auf dem Esel nach Jerusalem und er wurde gefeiert als Mashiach Nagid, als Messias König. Und das war auch im Passamonat Nisan, also auch März, April. Und nun, wenn man das durchrechnet, astronomisch korrekt mit all den Besonderheiten, die man beachten muss, dann kommt man auf 173.880 Tage, die genau hineinpassen zwischen März, April 445 vor Christus, ganz genau genommen 14. März, das war der erste Nisan, und dann eben auf 6. April 32 nach Christus. 173.880 Tage, das war Pan-Sonntag. Es hat sich vollkommen erfüllt. Jetzt siehst du, Igor, warum ich diese Professoren so ein bisschen leicht, man könnte sagen, leichtfertig auf die Seite geschoben habe als Liberal. Wenn die solches vorrechnen, das überhaupt nicht aufgeht, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber für mich ist interessant, wenn das passt, wenn jemand sagt, das ist Zufall. Ja, jetzt rechne mal, dass es Zufall ist, dass es so auf den Tag genau hineinpasst. Das ist einfach eine Sensation. und ich weiß, an einem Nachmittag habe ich mit einem orthodoxen Juden in Lausanne gesprochen darüber, habe ihm das gezeigt und habe ihm erklärt und schau, nachher heißt es und nach den 62 Jahrwochen, die ja auf die ersten sieben gefolgt sind, wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Siehst du, kein Friedensreich und das war für ihn klar, Jeschua ist der Messias. Das ist so überzeugend und darum kommen auch so viele Juden, die diese Dinge kennen, die werden ja in der Synagoge nie gepredigt. Aber wenn man das ihnen dann vorstellt, außerhalb der Synagoge, das ist einfach umwerfend. Und fünf Tage nach Pan Sonntag, als die 62 Jahrwochen dann genau zum Ende kamen, da wurde Jeschua gekreuzigt. jikarät Maschiach, beendlo, der Messias wird ausgerottet und er wird nichts haben. Und das ist also fünf Tage nach hier geschehen. Die Bibel sagt nicht wie viel später, sondern einfach und der Messias, nachdem er aus Maschiach Nagit gekommen ist, wird getötet werden. Und dann kommt eben, was wir gehabt haben, jetzt schließt sich der Kreis, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird nicht gesagt, wie viel später, aber durch das W und wird gesagt, dass das eben im Anschluss geschieht, dass das einen Zusammenhang hat mit dem vorher. Und im Jahr 70 kam die Katastrophe, Untergang des Tempels und Jerusalems. Und der Tempel ist bis heute in Ruinen. Und da müssen wir auch noch darüber reden. Warum hat Gott seinem Volk den Tempel während 2000 Jahren nicht mehr wiedergegeben? In der Babylonischen Gefangenschaft wegen Götzendienst war es ein paar Jahrzehnte, haben wir gesehen. 586 bis 539. Und ungefähr danach wurde der Tempel wieder gebaut. Also, ganz kurz, aber heute fast 2000 Jahre, was ist geschehen? Es muss etwas ganz, 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 ganz grundlegendes geschehen sein. Nicht nur das Streitwagen jüdischen Volk, das wird ja oft gesagt, aber heute streiten die ja noch. Israel ist gespalten in rechts und links, aber deswegen wird Israel nicht nochmals zerstreut werden unter alle Völker. Nein, aber da muss etwas geschehen sein und Daniel sagt, Jikaret Maschir, der Messias wird ausgerottet werden. Danke. Vielen Dank an euch beide, Dr. Dr. Roger Libis, Sie haben 15, 17 Sekunden mehr geredet. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, das ist nicht meine Art, aber irgendwo muss ich die Konsequenz auch ziehen. Aber vielen Dank. Wollten Sie was sagen? Nein, ich bin zufrieden. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, geht es euch gut? Seid ihr zufrieden bis jetzt? Ja, wunderbar. Ich darf ihm nicht erwidern jetzt. Wir sind jetzt mit drittem Teil fertig, also wir machen hier einen Cut, jeder muss selber dann das bewerten, aber ihr habt noch Zeit, also Fragen aus der Zuschauer und Fragen gegenseitig, da könnt ihr vielleicht das Thema wieder erwähnen. Das ist sehr wichtig. Gut, okay, gut, also ich habe genug Fragen, ich hoffe, die haben mit Thema zu tun und ich hoffe, keiner von euch wird ein bisschen enttäuscht von mir sein, ich habe gewählt, Bauchgefühl ein bisschen und ich hoffe, dass das mit Thema zu tun hat und ihr zufrieden seid. Das sind spannende Fragen und da wird ihr euch auch sehr freuen. Bevor wir jetzt mit dem vierten Teil weitermachen, gehen wir jetzt in eine lange Pause. Wir machen jetzt vier Minuten Pause, holt dir was zum Trinken, entspannt dich, manche regen sich bestimmt auf, wir bleiben alle ruhig und versuchen jetzt auch ruhig zu bleiben, Wasser trinken und dann kommen wir wieder, dann fangen wir mit der Fragenrunde an. Ist so in Ordnung? Omar, ja, nochmals, du stellst also eine Frage an Igor, er antwortet und soll ich dann nichts sagen oder soll ich noch etwas sagen? Also die Fragenrunde ist so, Igor fängt an, drei Fragen und ich stelle die Frage an Igor und dann hat er zwei Minuten Zeit, wenn ich die Fragen vorgelesen habe und er die Frage verstanden hat, dann blende ich zwei Minuten ein, hat er zwei Minuten Zeit auf die Frage einzugehen und dann wenn es fertig ist, dann hast du eine Minute Zeit auf die Frage einzugehen, ob er richtig geantwortet hat. Bei jeder Frage gibt es nochmals eine Minute dazu. Das heißt insgesamt pro Frage drei Minuten für euch beide, das heißt zwei Minuten weil es ist mir wichtig, wenn eine Frage er antwortet, du auch und andersrum auch man was sagen kann. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt in eine Pause Ich tue euch raus. Ja, ich sehe, der Chat freut sich sehr und das ist sehr schön und wir gehen in eine Pause und ich habe möglich viele Fragen und versuche alle wichtigen Fragen zu in Debatte zu stellen. Bis gleich und Gottes Segen. Die Bibel sagt eindeutig, dass der Glaube aus Verkündigung kommt. Wie sollen die glauben, wenn die nie von Wort Gottes gehört haben? Irgendwo sehe ich, wir Christen sind verpflichtet, das Wort Gottes regelmäßig an die Menschen weiterzugeben. Und wir sind jeden Samstag auf der Straße, damit wir Menschen erreichen, die nach der Suche nach der Wahrheit sind. Und damit wir diese Menschen mit dem Evangelium erreichen. Heute geht es um ein wichtiges Thema, nämlich Liebe. Liebe ist ein wichtiges Element der Glaube. Wir sollen jeden Mensch auf der Straße so annehmen, wie die sind. Und es gibt manchmal, es hört sich immer so schön an Evangelisation, aber es gibt manche skeptische Leute, die wirklich sehr anstrengend sind und wir wirklich manchmal Geduld brauchen. Und da für Geduld haben brauchen wir Liebe. Die Person annehmen, wie die ist und da ist es einen sehr wichtigen Tipp. Und die Liebe Gottes ist sehr größer gewesen als alles anderes. In 1. Korinther 13 13 steht Glaube, Liebe, Hoffnung, aber Liebe ist die größte. Amen. Ja, wir möchten ein bisschen erklären, was wir verteilen. Wir haben zum Beispiel Lektüre von Heuckelbach. Das sind treue Brüder, die wir regelmäßig Sachen bestellen und wir so viel bekommen. Zum Beispiel, das ist sehr, sehr wichtiges Lektur und da nehmen sehr viele Menschen mit. Es geht um Lebensentscheidungen und eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Es gibt ja zum Beispiel eine coole Geschichte, hat jemand gesagt, ich nehme das auf jeden Fall mit, weil ich muss eine Lebensentscheidung treffen. Und wir können nur beten und hoffen, dass diese Lektur Ihnen weiter geholfen hat. Und wir haben Bibel auf viele Sprachen, wir haben Bibel auf Arabisch, wir auf Deutsch, wir verteilen die Schlachter Übersetzung, das Neue Testament und das ist das Alte Testament und viele andere Sachen, zum Beispiel auf Dari, auf Spanisch, auf Englisch, auf und so weiter, was wir alles haben. Diese Arbeit wird von Spenden finanziert. Wenn du das Herz dafür hast, diese wunderbare Arbeit, wie Evangelisation, wie YouTube Arbeit, wie Jüngerschaft, wie Seminare, Menschen beizubringen, wie man das Evangelium weitergibt, kannst du uns gerne finanziell unterstützen. Bete dafür, ob das Gottes Wille ist, uns zu finanzieren und zu unterstützen. Du kannst mit einer regelmäßigen, mit einem einmaligen Spenden oder mit Sachspenden uns finanzieren und unterstützen, damit wir diese Arbeit nicht nur für eine kurze Zeit machen, sondern langfristig bis Jesus Christus wiederkommt. Amen. Herzlich Willkommen wieder auf Hakika TV. Wir wollen diese Arbeit so lange machen, bis der Herr Jesus Christus wiederkommt. Schön, dass ihr wieder hier alle da seid. Jetzt gehen wir auf die Fragen ein, bevor wir, wovor alle wunderschöne Gäste wieder da sind. Und ich würde gerne kurz was euch ankündigen. Dieser Flyer, dieser Flyer, ich zeige euch kurz, dieser Flyer, seht ihr, das ist ein wunderbarer Flyer, Jesus und der Islam. Die könnt ihr bestellen, wenn ihr auf Instagram geht. Das ist für Muslimen alles erklärt, das Wichtigste und das Evangelium. Und ihr könnt gerne sowas auch bestellen, einfach auf Instagram eine Nachricht schreiben, das ist sehr wichtig, zum Beispiel, wie komme ich, was muss ich tun, um in der Hölle zu kommen. Und das könnt ihr gerne bestellen und da steht die Antwort gar nichts. Ganz einfach, also die Antwort ist ganz einfach gar nichts. Und deswegen wichtig ist, dass wir durch solche Sachen das Evangelium weitergeben und wenn du neu im Glauben bist, keine Bibel hast, bitte sag uns, kriegst du so eine wunderschöne Bibel, damit du selber das Wort Gottes prüfst. und wir freuen uns, wenn du wirklich das in Fragen stellst. Jetzt hole ich alle Gäste wieder rein und ich freue mich kurz zu sehen, ob Eko und Eugenie da ist. Alles in Ordnung mit euch beiden? Ja. Ja. Das ist sehr. Okay, gut, dann beginnen wir direkt mit der Fragerunde. Ich würde jetzt kurz zwei Minuten einblenden. Ich fange konsequent auch so an mit Ego. Die erste Frage lautet Ego. In Scharachia 12 10 sprich Gott und sag, dass er kommen wird und alle ihn sehen werden, den durchbohrt haben. Wer außer Jesus kann gemeint sein? Ganz kurz, ich auf diese Frage zu antworten. Du darfst antworten. Ja, also das passiert ja in der Zukunft, wenn alle Völker gegen Jerusalem ziehen werden. Und da ich kein Prophet bin, kann ich das nicht genau beantworten. Ich kann aber sagen, zum Beispiel, dass es in der Forschungsliteratur, die das nicht auf die Zukunft beziehen, gibt es mehrere Persönlichkeiten. Zum Beispiel ein Hohepriester ist es gewesen, oder es war Zakaria, der Sohn von Uriah Gedalja. Es gibt unterschiedliche Vorschläge, wer das gewesen ist, aber da es ja um die Zukunft geht, kann ich das nicht wissen, wer damit gemeint ist. Wir werden das einfach sehen. Ich hoffe, ich habe die Frage gut beantwortet. Du hast aber eineinhalb Minuten Zeit noch. Ich habe eineinhalb Minuten Zeit, okay. Dann will ich vielleicht noch auf diese Frage eingehen, nicht auf die Sachen von zweiten, dritten Teil, das wäre wichtig. Auf diese Frage soll ich eingehen? Also wir können auch beenden. Also wenn jetzt jemand kommt und versucht den Einwurf zu machen und sagt, man muss den Vers aber so übersetzen, dass Gott spricht, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben, wie ist das auf hebräischem Fest, da kann man sagen, das ist eine nicht sehr gute Übersetzung und wir sehen, viele Bibeln übersetzen das anders, weil die nächsten zwei Partikel sind in der dritten Person maskulin, weil es steht Sie trauern über ihn und Sie trauern über ihn wie über den einzigen Sohn, das heißt, es wird auf ihn bezogen und nicht auf mich selbst und das bestätigt auch, selbst ich benutze das nicht oft, aber hier will ich Johannes 19, 17 benutzen, wo er sagt und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, also nicht auf mich, den sie durchbohrt haben, sondern es spricht Gott nicht von sich, sondern es spricht, sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, weil man Gott nicht durchbohren kann, weil er nicht physisch ist. Es wundert mich, dass niemand auf meine Herausforderung eingegangen ist, mir drei Verse . wichtig, dass du in deiner Redezeit das achso, ist schon vorbei, okay, aber ich sehe das auf dem anderen Bildschirm und da hatte ich noch fünf Sekunden oder zehn Sekunden zurück. Alles gut, es ist sehr wichtig, dass Dokumentator im Judentum Rashi auf den Messias bezogen. Er sagt, da wird über ihn geweklagt. Auch Moshe al-Sheikh, auch einer ganz großen Rabbis, hat das auf den Messias bezogen und sogar der babylonische Talmud in Sukkah 52a. Und es ist so, dass in Sakai 12, Vers 1 klar ist, wer spricht. Es geht dort um den Ausspruch des Ewigen. Also Jud spricht, und er sagt, Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wie kann man Gott durchbohren? Ja, indem eben Gott Mensch wird. Der Messias ist Mensch geworden und als Mensch wurde er durchbohrt. Und Igor hat richtig gesagt, der Satz ist erstaunlich, im gleichen Satz geht es weiter und sie werden über ihn wehklagen. Ja, aber das ist eine andere Person. Wer spricht hier? Sag 12,1 Yahweh. Also gibt es mehr als eine Person in der Gottheit. Vielen Dank. Okay, dann gehen wir auf die nächste Frage. F Doppelpunkt. Wie kann in Jesaja 53 Israel gemeint sein? Fragenzeichen. In Jesaja 53 Vers 5 heißt es, dass die den Gottesknecht geschlagen haben. Heilung geworden ist. Alle, die gegen Israel waren, sind jedoch untergegangen. Ich gebe, ganz kurz, die zwei Minuten muss ich eingeben und jetzt kannst du antworten auf diese Frage. Ja, also zuerst möchte ich erwähnen, dass im Kontext spricht Jesaja 41 8 von dem Knecht als Israel und 42 spricht Jesaja von Knecht auf Israel, 43 ist Israel, 44 ist der Knecht Israel, Jesaja 45 ist der Knecht Israel und Jesaja 49 ist der Knecht Israel. Und die Frage, die finde ich sehr gut und die Antwort ist folgendermaßen. Und zwar ist hier der Knecht selbst nicht ganz Israel, sondern es ist nur ein Teil von Israel. Wenn wir die Kapitel davor lesen, wird dieser Teil auserwählt, aus Babylon nach Israel zu gehen. Und der andere Teil Israel, die wir, die sprechen, das sind diejenigen, die nicht exiliert worden sind aus Israel. Und in diesem Kapitel geht es, dass sie, die nicht exiliert worden sind, die müssen anerkennen, dass der Teil von Israel, Israel in Babylon war, musste, obwohl er nichts damit tun, sie sind ja schon dort geboren worden, die mussten alles erleiden, was sie im Exil in Babylon erlitten haben, damit es denen in Israel, die nicht exiliert waren, gut geht. Das heißt, hier sagt er, er ist zum Heil geworden, er hat unsere Schuld auf sich genommen in Babylon und hat dort gelitten. Und das kann man sehr gut sehen im Kontext, wenn man 42 bis 53 liest und danach sehen wir ab Jesaja 54 währt aus dem Knecht, der Israel ist, noch viele andere Knechte. Das setzt sich dann bis Jesaja 66 fort, wo der Knecht, der aus Babylon wieder zurückkommt, sich vereint mit den Israeliten dort und sie werden dann zu einer Gemeinschaft und aus dieser Gemeinschaft entsteht eine andere Gruppe von vielen Knechten, die später das Heil den Völkern bringen wird. Das heißt, hier ist nicht ganz Israel, sondern ein Teil von Israel und das kann man Vers für Vers verfolgen, wie das geschieht. Vielen Dank. Herr Libi, ich gebe kurz die eine Minute nur bei mir ein. Sie müssen darauf eingehen, warum die Antwort falsch war und was die richtige ist. Und Sie dürfen reden. Jesaja 53 kann sich nicht auf das Volk Israel und auch nicht auf einen Teil des Volkes Israel beziehen, denn dieser Knecht in Jesaja 53 der ist vollkommen. Es gibt in Jesaja 40 und folgende viele Abschnitte über den Knecht Gottes, der Israel ist. Aber dieser Knecht wird genannt, er ist blind und er achtet nicht auf Gott, Wort. Gott. Aber hier von dem Knecht in Jesaja 53 wird gesagt, dass er kein Unrecht getan hat und kein Trug in seinem Mund erfunden wurde. Die, die ins babylonische Exil gingen, die gingen gerade, weil sie gesündigt haben, gegen den Herrn, die waren nicht unschuldig nach Babel gegangen und darum konnten sie auch nicht unschuldig genannt werden. Aber der Knecht, der leidet in Jesaja 53 ist vollkommen und das ist der Messias und zwar so, wie das die Talmud und die Masse der Alten mit Rashim im Judentum klar bezeugt haben, das ist der Messias und es ist nicht Israel. Vielen Dank. Dann gehen wir auf die letzte Frage für Rabbi Igor. Die letzte Frage kommt von Achso Kanal bekannt. Die Frage ist Rabbi Igor. Sollte nach Malachi 3.1 nicht der Herr zum zweiten Tempel kommen? Ich gebe kurz die zwei Minuten kurz ein, brauche ich Zeit und dann können Sie jetzt drauf eingehen, antworten. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich muss mir die Verse zuerst anschauen. kurz stoppen? Also ich muss mir von drei alles anschauen, also ich kann nicht alles auswendig, tut mir leid, aber also ich muss mich mit dem Text erst mal auseinandersetzen, um diese Frage zu beantworten. Also ich wäre ehrlich genug, um zu sagen, dass ich jetzt den Kontext und den Text nicht so gut kenne und diese Frage zu beantworten. Okay, soll ich dann eine andere Frage für Sie nehmen? Ja, gerne, aber ich kann gerne auf diese Frage irgendwann mal zurückkommen, wenn ich den Text gut studiert habe. Dann geben wir trotzdem die Chance, würde ich sagen, Herr Liby soll auf die Frage eine Minute drauf, die haben nicht geantwortet, ist auch kein Problem, ich kann eine andere Frage hoffentlich in Ordnung, ich will ehrlich sein, wenn Sie keine Antwort haben und sagen, Sie haben sich nicht beschäftigt, das ist vollkommen okay, aber trotzdem möchte ich die Chance Herrn Liebe geben, wenn er auch so eine Situation hat, ich kann nicht diese Frage antworten, da würde ich Ihnen genauso die Möglichkeit geben, dass Sie ein Feedback geben. Ist okay, Herr Liebe, wollen Sie kurz darauf eingehen? sehr gerne. Sie haben die eine Minute, dann können Sie reden. Einen Moment, ich starte gerade auf. Ja, jetzt kannst du stoppen. Ja. Also, es geht in Malachi 3, Vers 1 um den Messias, der sagt, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. das ist ein Hinweis auf Johannes den Täufer, der Jesus Christus einführte als Messias und Josefus Flavius, ein Jude, der Priester war im Tempel in Jerusalem, hat beschrieben, das Auftreten von Johannes den Täufer war eine Sensation in Israel. Er brachte ganz Israel in Bewegung, nachdem man 400 Jahre keine Propheten mehr gehabt hat, plötzlich kommt ein Prophet und er sagt, als er Jeschua gesehen hat, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt und wies daraufhin, er ist der von Jesaja 53 und hier steht und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr Ha'adon, den ihr sucht und der Engel des Bundes Malach Brieb das ist ein Titel für den Messias, der den neuen Bund bringen wird und es ist so, Jeschua ist zum zweiten Tempel gekommen und hat das erfüllt. Vielen Dank, dann geben wir, trotz will ich eine Frage noch haben, die Rabbi Egor eine Antwort haben könnte, hättest du auf dieser Bibelfers eingehen können? Ja, ich schaue mal. Ja. Okay, ich lese mal kurz vor, damit alle wissen, die Frage geht an dich, bezeichnest du Jesaja 9, 5 auf den Messias, da könnte man auch kurz den Bibelfers vorlesen, wenn es okay ist, damit was da, also vielleicht müssen wir halt uns verbessern, nächstes Mal die Bibelfersen soll als Moderator ich lesen, aber wir sind dabei, uns verbessern und ihr könnt jede Zeit uns auch sagen, wo wir uns verbessern müssen, also ich lese mal in Schlachter Übersetzung, also Jesaja 9, 5, da steht, Ja, ich habe ihre mir leider, ganz kurz Ja, jetzt muss Jesaja da sein, genau, ich lese, genau, okay, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seine Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbare Ratgeber, starker Gott, ewig Vater Friedenfürst, das ist der Vers für die Zuschauer, dann haben sie, ich gebe nur die Zeit ein, ich bin ein bisschen unterstrascht, nur dass ihr weißt, aber ich habe jetzt die Zeit, sie dürfen jetzt auf den Vers eingehen. Ja, danke, also dieser Vers bezieht sich in dem Kontext nicht auf den Messias, und ich für Christen ist ja nicht zu gebrauchen, weil ein Kind ist uns geboren, und was du vorgelesen hast, war richtig, und ist uns gegeben worden, also er spricht, das ist schon geschehen, wenn wir schauen, auf den Targum, vielleicht bezieht das der Targum ja doch auf den Messias, aber das spielt keine Rolle, weil der Targum ist wie der Agadar und nicht der literarische Sinn des Verses, und hier bezieht sich das auf ein Kind, entweder ist das ein Kind von Achaz, oder ein Kind, ein anderes Königskind, das den Frieden bringen soll, und das die syrische-israelische Koalition besiegen wird, was Jesaja schon davor gesprochen hat, mit der an die junge Frau, die ein Kind gebären wird, und deshalb bezieht sich das nicht auf den Messias in diesem Kontext gesehen. Und vielleicht seine Titel, die er bekommt, sind Herrscher, er ist Friedensfürst, und er wird auf dem Thron, da wird sitzen, was auf einen König hindeutet. Und wir haben auch gesehen, vorher geht es um Immanuel, es ist nicht ganz klar, wer Immanuel ist, ob es Jesaja's Kind ist, ob es das Kind von Achaz ist, ob es ein fremdes Kind ist, aber hier dient das Kind als ein Zeichen für König Achaz, um ihm ein Zeichen zu geben, dass er die syrische Armee zurückschlagen wird. Okay, willst du noch die 25 Sekunden nützen? Er ist auf diese Frage Ich glaube, manche denken, dass es hier um Christ Gejahre geht. Okay, okay, gut. Dann stoppe ich die Zeit. Herr Levit, Sie haben jetzt eine Minute Zeit, auf diese Frage von Rabbi Igor einzugehen, ihr Feedback zu geben. Sie dürfen anfangen. Gerne. Also, der Rambam, das ist einer der größten Rabbiner des Judentums, wenn man ein Problem hat und sagt, Rambam hat gesagt, dann werden die Gegner still im Judentum. Rambam hat gesagt, das ist der Messias. Und zwar in Igeret Hatteiman, in diesem Brief, dem gemensischen Brief, eines seiner wichtigsten Werke, da sagt er das. Und es ist auch so, dass Midrash Mishley Raphuna nennt das auch, das ist der Messias, und Midrash Rappah Varim sagt das auch, das ist der Messias. Aber Igor hat recht, Rashi, er hat gesagt, das bezieht sich auf Hiskia, auf König Hiskia. Aber selber an einer anderen Stelle, die kann ich auch angeben, da sagt er, nein, das geht gar nicht auf mit Hiskia. Und es gibt eine Stelle im babylonischen Talmud, im Tat Sanhedrin 99a, dort wird klar gemacht, dass das nicht Hiskia sein kann. Und auch nicht ein Kind aus der Zeit, denn es heißt hier, er wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und es wird Gerechtigkeit und Friede geben, bis in Ewigkeit. Das ist der Messias. Es geht nicht auf. Okay, vielen Dank. Dank. Wir sind jetzt bei Rabbi Igor Itkin bei der Fragenrunde fertig. Und wir wollen jetzt die drei Fragen an Herr Liebe stellen. Da sind mehrere Fragen an Herr Liebe, habe ich gefunden. Ich muss nur überlegen, welche Frage mit dem Thema zu tun hat, weil ich markiere die Fragen und ich muss die mit Thema zu tun haben. Okay, ich blende mal erstmal die Frage ich lese mal vor, hat Jesus sich jemals öffentlich als Messias im NT offenbart? Also ich weiß nicht, ob das mit Thema zu tun hat. Ja, natürlich. Das finde ich ein bisschen unfair, weil er bekommt die Fragen für Neues Testament, wie kann ich das wissen? Wie kann ich darauf eingehen, als Nicht-Christ, der Neues Testament nicht liest? Okay, also ich kann auch gerne eine andere Frage nehmen. Vielleicht irgendwas, was ich auch wissen könnte, sagen wir besser, worauf ich eingehen könnte. Okay, Tunnelad, ich habe dir gesagt, ich gehe darauf ein, bitte sei nicht enttäuscht, sag mir einfach ehrlich so und nicht, okay, könnte man auf diese Frage eingehen? Fragst du mich? Ja. Keine weiß nicht. Ja, also ich kann dazu nichts sagen. Okay, weil wichtig ist, dass du auch dazu was sagen. Okay, können wir auf diese Frage eingehen? Ja. Können wir? Okay, dann Herr Ibi, ich lese mal kurz vor. Können Sie auf die Sprache von Daniel eingehen, die Jahrwoche zusammen geschrieben werden und auseinander, auseinander, ja, ja, genau. Sie haben zwei Minuten Zeit, wollen Sie auch Ihr PowerPoint kurz dafür eingeben? Ja, sie ist offen. Okay, dann gebe ich kurz die, warten Sie kurz, dann Sie dürfen reden. Ja, die Frage bedeutet wohl folgendes, ich ja zitiert, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Igor hat eine Übersetzung benutzt, wo ein Punkt ist, nach sieben Jahrwochen und dann heißt es, 62 Jahrwochen lang wird Jerusalem aufgebaut. Und die Frage ist hier, was ist zur Sprache zu sagen, gehört das zusammen oder nicht? Es gehört zusammen. Und zwar schon die Septuaginta Übersetzer, das waren Juden im dritten Jahrhundert vor Christus, die haben es so übersetzt, sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen Punkt. Aber es gibt Leute, die sagen, nein, man muss schreiben, sieben Jahrwochen Punkt. Warum? Weil dort und dem Wort steht ein Adnach. Und Adnach bedeutet ein Punkt. Ich muss erklären, Adnach, das ist nicht ein Punkt, sondern das sind das ist ein musikalisches Zeichen. Man sagt Ta-Amin. Nach diesem Zeichen wird in der Synagoge der Text gesungen, aber heute weiß man in den Synagogen weltweit nicht mehr, wie man das gesungen hat zur Tempelzeit. Darum die Aschkenazi-Juden, die in Osteuropa, die singen anders als die orientalischen Juden, mit denen ich genetischen Zusammenhang habe, mit solchen aus Nordirak, Kurdistan. Ja, und die singen wieder anders und die jemenitischen Juden wieder anders, aber Susanne Ayik Ventura, eine Jüdin, eine Komponistin, hat im 20. Jahrhundert die ursprüngliche Bedeutung wieder ermittelt und Adnach, das ist eine Subdominante, also ein Halbschluss und das kann ein Punkt sein in einem Satz, aber zum Beispiel im ersten Satz der Bibel, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Bei Gott steht Adnach, da macht man nicht einen Punkt. Sondern es ist ein Halbschluss und dann kommt die Kadenz und wieder auf die Tonika und so ist es. Also hier sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen Punkt. Okay, vielen Dank und lieber Rabbi Ego Itking, Sie haben jetzt eine Minute Zeit darauf einzugehen, was war falsch und was ist die richtige Antwort. Es geht nicht hier um den Punkt, sieht man meinen Bildschirm, sondern es geht darum, dass es werden, diese 62 Wochen werden getrennt, gezählt. Denn wenn wir lesen, steht hier vor dem Zeitpunkt, als das Wort erging, Jerusalem wieder herzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürst, sind das sieben Wochen. Und sagen wir, Roger hat recht, sind sieben Wochen und 62 Wochen lang, werden Platz und Stadtgraben wieder hergestellt und gebaut sein. Aber danach sagt er doch, und nach 62 Wochen, also er bezieht, Daniel bezieht sich wieder auf diese 62 Wochen zurück. Das heißt, es kann hier nicht sein, sieben Wochen und 62 Wochen, weil es muss ja etwas in den sieben Wochen geschehen und etwas in den 62 Wochen. Und was geschieht in den 62 Wochen? und nach diesen 62 Wochen kommt ein Geseit. Das heißt, wenn der Text das auseinander trennt, dann muss natürlich dort ein Punkt hin. Und ich habe wieder dieses Zitat gefunden, was ich gesucht habe, wo er sagt, dass die Annahme unsinnig ist, 69 Jahrwochen würden als Summe zweier Jahrwochensegmente angegeben, betont bereits Isaac Newton. Also had it been in Daniels meaning, he would have said 60 and 9 weeks and not 7 weeks and 62 weeks. A way of numbering used by no nation. Niemand sagt 62 und 7 Wochen für 69 Wochen. Okay, die Zeit ist schon um, aber hast ein paar Sekunden mehr geredet, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. So großzügig bin ich ein bisschen, dass wichtig ist, dass der Inhalt bis Ende kommt. Und da ist mir wichtig, dass ich euch nicht unterbreche. Okay, da habe ich vor kurzem zwei Fragen gefunden, die für Herr Liby interessant wäre. Die Frage wäre Jesaja 53. In Jesaja 53 10 steht, dass der Messias leiden wird. In Psalm 91 steht, dass ihm kein Leid wieder erfahren wird. Wie ist das zu verstehen? Ist das eine gute Frage, Rabbi? Ja, Alles, was mit der jüdischen Bibel zu hörte, super. Gucken Sie die Bibelstelle und dann gebe ich Ihnen die zwei Minuten, wenn die bereit sind. Rabbi Igor, bitte auch Sie die Bibelstelle gucken und dann fängt man an. Ich finde es toll hier einfach. Ich muss den Stream selber auch gucken später. Ich bin ja nur konzentriert an Fragen, an den alles organisieren, aber das macht Freude. Ja, also Sie können anfangen. Sie können beginnen. in Jesaja 53 Vers 10 und überhaupt im ganzen Kapitel wird beschrieben, dass der Messias Jeschua, dass er stellvertretend leidet für unsere Sünden. Eben, er sollte so leiden, damit wir diese Strafe nicht erdulden müssten. Und in Psalm 91 geht es um einen Psalm, der ganz besonders mit dem messianischen Reich zu tun hat. Wir sind nämlich hier im vierten Teil des Buches der Psalmen. Es wird in der hebräischen Bibel unterschieden und da wird beschrieben, wie Gott den Gerechten aus aller Not der Drangsal herausretten wird und dann beschützen wird für das messianische Reich und dort den vollen Segen empfangen wird. Aber der Gerechte geht auch dort durch Not. Denn es heißt im Psalm 91 Vers 15 Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Er geht durch die Bedrängnis hindurch. Und so müssen Gläubige durch viele Nöte hindurch gehen. Aber sie dürfen wissen, auch wenn sie es nicht spüren, ich werde bei ihm sein in Bedrängnis. Er ist da. Und das ist der Trost für den Gerechten. Aber die Leiden waren ganz klar bestimmt für den Messias nach der Seil 53. Aber Psalm 91 ist nicht ein messianischer Psalm, sondern ein Psalm, der die Messias Gläubigen mit Segen beschenkt. Das war die Antwort ein bisschen kürzer. Okay, vielen Dank. Ich gebe kurz die Zeit kann ich vielleicht noch etwas sagen. Ganz kurz, ich muss nur die Zeit kurz Was wollen Sie sagen auf das Thema oder auf was anderes? Das ist eigentlich nicht die Regel. Wegen 67 hätte ich noch was gesagt. Wegen was nochmal? Wegen 67 und 62 Jahr Wochen hätte ich noch was gesagt. würde ich Ihnen empfehlen in der Kreuzverhör. Gut. Ja, das wäre genau. Okay, gut, dann lieber Rabbi, Sie haben jetzt eine Minute Zeit auf die Frage und den Antwort ein Feedback zu geben. Ja, also wie Psalm 91 noch Jesaja 53 handelt vom Messias. Jesaja 53 wie gesagt handelt von einem auserwählten Teil Israels, das in Exil geboren wurde, nicht das exiliert worden ist, sondern Exil geboren. Und Psalm 91 handelt auch nicht von dem Messias, sondern es haltet von allem Gerechten, die sich unter Gottes Fittiche schützen und Gott als den Schutz ansehen, nicht unbedingt Juden. also handelt meiner Meinung nach Psalm 91 nicht von Messias genauso wenig wie Psalm 72 wie Psalm 69 nicht, Psalm 109 nicht, Psalm 22 nicht, Psalm 35 nicht, Psalm 102 nicht, Psalm 34 nicht, Psalm 16 nicht und alle anderen Psalmen eigentlich auch nicht. Das ist meine Antwort. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, die letzte Frage, die war sehr interessant, die versuche ich jetzt kurz einzublenden. Ich stopfe mal kurz die Zeit. Die Frage ist, wie erklären sie sich die Widersprüchlichkeit Aussagen in Matthäus 2 14 bis 15 obwohl in Hosea 11 1 klar geschrieben steht, dass es Israel nicht Jesus war, der aus Ägypten gerufen worden ist. Wenn sie die Bibelstelle geguckt haben, alles vorbereitet sind, dann würde ich die Zeit eingeben. Zwei Minuten, ja? Ja. Moment. Wollen Sie an? Ja, ich bin bereit. Ja, dann ich bin bereit. Also, halten wir fest, Matthäus ist ein Jude, der das Evangelium geschrieben hat und er sagt, als der Herr Jesus aus Ägypten zurückkam ins Land mit seinen Eltern, da habe sich erfüllt, Hosea 11, Vers 1, wo es heißt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Liest man jetzt in Hosea den ganzen Vers, dann steht dort, als Israel jung war, da liebte ich es und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist Poesie, das sind alles Verszeilen und es ist so, die erste Verszeile sagt, als Israel jung war, da liebte ich es. Und die zweite Verszeile, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es geht also in der ersten Zeile um Israel in der Jugend, das war in Ägypten, da Gott ist das Volk geliebt. Aber der zweite Vers ergänzt und der Messias erlebt etwas ganz Ähnliches wie Israel selbst. Er wurde nämlich auch aus Ägypten geholt. Und es ist ganz wichtig, wir werden das gleich noch sehen, im Zusammenhang mit Jesaja. Igor hat gesagt, dass in Jesaja Israel oft genannt wird der Knecht Gottes. Ganz viele Abschnitte. Aber es wird dort gesagt, dieser Knecht ist blind und er hört nicht auf Gottes Wort. Und dann wird über den Knecht Gottes gesprochen, der vollkommen ist. Und er sagen kann in Jesaja 50, wer überführt mich einer Sünde? Er ist vollkommen, er kann so vor die Leute hintreten und dieser Knecht Gottes erfüllt das, was Israel als Volk nicht erfüllt hat. Israel hat aus Ägypten herausgekommen, ständig in der Geschichte versagt und der Messias hat das alles gut gemacht. Okay. Sie bei Rabbi, wenn Sie die Stelle schon gelesen haben und wissen, wenn Sie anfangen wollen, müssen Sie nur kurz sagen. Ja, er ist gut. Sie dürfen anfangen. Ja, also Matthäus zitiert diesen Vers absichtlich falsch und Rojas Erklärung finde ich überhaupt nicht überzeugend. Er sagt, als Israel jung war, habe ich es geliebt und ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Er sagt, dann ist der Sohn Messias. Aber Hosher redet hier über Israel. Als es jung war, habe ich das geliebt und aus Ägypten geholt. Roger sagt, mein Sohn bezieht sich hier auf den Messias. Also im Tanach wird sehr oft Israel mein erstgeborener Sohn genannt. Also zum 422, dann sollst du zum Pharao sagen, so spricht der Herr Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das heißt, wenn Hosher hier sagt, als Israel jung war, habe ich es geliebt und ich rief meinen Sohn aus Ägypten, das ist genau das Gleiche. Und Roger kennt ja die hebräische Literatur. Oft werden Halbverse gespiegelt. Ein Teil und der zweite Teil sagt genau das Gleiche, nur mit anderen Worten. Deshalb sehe ich hier keinen überhaupt und sich das so hinzuschieben, wie es ihm passt. Vielen Dank. Dann wir sind jetzt bei der vierte Runde fertig. Wir haben vierte Runde geschafft. Wir haben tolle Fragen geschafft einzublenden. Ich bin sehr begeistert von dieser Debatte und ich bin sehr dankbar, dass immer noch über 3500 Menschen zugucken. Das ist interessant. Das ist sehr schön und wir freuen uns. Wir gehen auf den fünften Runde. Fünfter Teil wird das spannende sein. Das heißt, ihr würdet euch Fragen stellen, wo ich sage, ihr müsst solche Fragen stellen, die spannend sind. Und Rabbi Igor, du fängst an, sollen wir eine kurze Pause machen oder sagen wir wir machen. Von mir aus muss es nicht sein, aber möchtet. Nein. Machen wir gerne weiter. Weil es ist mir so wichtig, dass ihr euch wohlfühlt. Ich hoffe, für das Publikum geht es auch so. Ja, also ich glaube, der Publikum hat Freude, das merkt man in dem Chat. Und die schreiben und die sind wirklich auch sehr, also 90 Prozent sehr friedlich, sage ich mal so. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Okay. Ich habe einen Freund, der hat gesagt, nach meiner letzten Predigt war das Volk total erledigt. Und das möchte ich ja nicht. Ja, das möchten wir auch nicht. Also wir möchten danach zusammen auf jeden Fall ein Dürum oder Koscher essen oder irgendwas essen auf jeden Fall. Ja, genau. Also uns ist nochmal für alle Zuschauer. Hier ist nicht eine Schlacht oder Boxkampf. Hier würden Argumente geliefert. Und diese Argumente bitte prüfen. Bitte prüfen. Also von beider Seite. Von Dr. Libby und von Rabbi Itkin. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr das alles prüft. Okay. Dann würde ich so versuchen, also kurz zu erklären. Bei der Kreuzverhör, lieber Rabbi, du hast so quasi, du dominierst die Gespräche. Du stellst Fragen, wichtige Fragen an Herr Libby. Und Herr Libby muss beantworten, zum Beispiel, Herr Libby, wie ist es das und das? Und wenn Herr Libby beantwortet, dann kannst du über diese Sache, was Herr Libby beantwortet hat, nochmal Fragen darüber stellen und versuchen so quasi in einen Dialog zu kommen. Es wäre wichtig, dass ihr euch aussprecht und das ist sehr wichtig. Okay, dann Ist das Zeit beschränkt? Genau, 15 Minuten für beide habt ihr jede 15 Minuten Zeit. Achso, jetzt 15 Minuten, ich frage ihn und 15 Minuten fragt mich. Genau. Ah ja, okay. Okay, dann blende ich kurz die Zeit und Rabbi Igor Idkin, Sie dürfen anfangen. Ja, danke. Okay, Roger, also, ich habe ja vorhin in meiner Einleitung gesagt, gibt es im ganzen Tanach ein Kapitel, wo zum Beispiel zusammen erwähnt wird, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden soll, dass der Messias Mensch geworden und Gott ist und dass der Messias für die Sünden stirbt. Gibt es so eine Stelle im Tanach? Nein, es wird nicht alles im gleichen Abschnitt behandelt, aber das ist ja auch typisch so, die Bibel ist ja heilsgeschichtlich. Sie hat begonnen, Mosche, Mose hat das erste Buch Mose gegeben, Bereshit, dann Schmott, Vayikra und so weiter und das Alttestament ist durch die Propheten gewachsen, durch die ganze Zeit des Tanach hindurch. Ich verstehe, was du sagst, aber ich meinte ja auch vorhin, dass zum Beispiel wir sehen viele Konzepte von Messias, die zusammenstehen, in großen Abschnitten, zum Beispiel was die Sündenvergebung angeht oder was den Aufbau des Tempels angeht oder was zum Beispiel das Er von David kommt. Also wir sehen, dass viele Konzepte stehen ausdrücklich in einem großen Zusammenhang in vielen Kapiteln geschrieben, aber hier sagst du gibt es nicht. Okay, ich verstehe. Dann ist meine Frage zu... Lass ihn kurz ausreden, das wäre sehr... Ja, natürlich. Es ist so, du hast auch nicht die 613 Gebote der Tora in einem Abschnitt, sondern dafür brauchst du die fünf Bücher Mose. Also Gott teilt seine Lehre auf über Abschnitt und Abschnitt über Buch und Buch und darum ist es wichtig, dass man sich eine Übersicht über den gesamten Tanach verschafft und das bedauere ich, dass viele Orthodoxe, die lesen eigentlich nur Ausschnitte, nur Teile, die fünf Bücher Mose, ja, die Tora, dann auch die Abschnitte, die gelesen werden in der Synagoge, aber so viel aus den Ketuvim zum Beispiel lesen sie fast nie. Okay. Und das ist falsch. Darf ich weiterfragen? Okay, jetzt kannst du... Gibt es einen Vers im Tanach, einen Vers, der auf Jesus deutet? Ganz viele. Zum Beispiel sei... Ich frage nach einem. Also einen, auf den du deuten kannst, der spricht über Jesus. Ja, ihr sei 53, Vers 12. Ja, was steht dort? Er... Darum gebe ich meinen Anteil an den vielen, mit zahlreichen hat er Anteil an der Beute. Dafür, dass er ausgegossen zum Tod sein Leben und zum Abtrünnigen sich zählen ließ. Genau. Und dann weiter, aber er hat die Sünden wiedergetragen und für die Übertreter überlegt haben. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht ausdrücklich, dass es um Messias geht, richtig? Also hier wird nicht erwähnt, dass in diesem Vers, dass der Messias kommt und er erlöst oder er wird sterben. Also ich meine, mehr zum Beispiel so wie Verse, David wird mein Messias sein und er kommt, um euch zu richten. Oder irgendwie so. Oder David ist der Spross, er kommt, um euch zu richten. Also sowas, wo es ausdrücklich irgendwas steht. Hier kann man das ja auch anders verstehen, wie ich gesagt habe, dass viele das auf Israel beziehen, weil es ja nicht ausdrücklich Messias hier steht. Also, verstehst du was? Ich frage. Ja gut, aber die Exzellanten in Babylon, die haben nicht ihre Seele ausgeschüttet in den Tod. Du hast ja gesagt, die geboren worden sind in Babylon. Die, die getötet wurden, 586, ja. Aber du sagst, das bezieht sich auf die, die geboren wurden in Babylon, die haben nicht ihre Seele ausgeschüttet in den Tod. Die wurden nicht den Übertretern beigezählt und die haben nicht eben Fürbitte getan für die Übertreter. Ja, also okay. Also darauf werde ich später noch eingehen, wenn du dazu Fragen erstellst. Ja, ja. Dann meine nächste Frage ist, wenn Jesus nicht der Messias ist, ist es dann eine Sünde, ihm zu folgen? Wenn er nicht der Messias ist, dann wäre es eine Sünde. Und wenn er es ist, dann ist es eine Sünde, wie wir gesehen haben, weil man dann eben unter das Gericht Gottes sich stellt. Okay. Meine nächste Frage ist, Herr Schim-Onn, also... Im zweiten Jahrhundert hat der Rabbi Schim-Onn gesagt, wer nicht die Leidung des Messias für sich annimmt, der wird selber leiden müssen. Also er sagt, das sind die Konsequenzen, wenn man ihm, dem Messias, nicht folgt. Okay, meine nächste Frage ist, also ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, also das ist eine Frage, also glaubst du, dass Hitler und seine jüdischen Opfer am selben Ort gelandet sind? Also ich würde empfehlen, ob das jetzt politische Fragen sind. Nein, das ist keine politische Frage. Theologische Fragen. Das wäre sehr wichtig. Das ist eine theologische Frage, ja. Also glaubst du, dass Hitler und seine jüdischen Opfer am selben Ort gelandet sind? Wegen der Stream, nicht, dass es gesperrt wird, weil da musst du mir ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, du musst auf diese Frage nicht eingehen, falls es dir unbequem ist. Ja, es ist so, wer den Messias ablehnt, das sagt eben schon Rabbi Shimon, wenn, und er sagt, dann wird man selber leiden müssen. Aber du stellst jetzt die Frage zwischen jemandem, der ein menschliches Sprochen gutes Leben gelebt hat und einem der schrecklichsten Menschen, die je gelebt haben. Und beide haben die das nicht anerkannt. Ja, und es ist so, dass Offenbarung 20 sagt, dass Gott absolut gerecht richten wird nach ihren Werken. Also nicht ein Pauschalgericht, sondern es wird absolut gerecht sein, dementsprechend, was wir Menschen uns zu Schulden kommen lassen. Okay. Dann ist meine Frage in Zacharia 8, 23, steht, es geht dort um eine Völkerwahlschaft und da steht, in jenen Tagen geschieht es, dass zehn Männer festhalten werden aus allen Sprachen der Nationen an den Gewandzipfel eines jüdischen Mannes und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Wie verstehst du diesen Vers? Warum gehen die, diese Nichtjuden, halten den jüdischen Mann fest und sagen, Gott ist mit euch? Und erst mal bist du damit einverstanden, dass er hier von den Enden der Tage spricht, also von der Zukunft? Absolut. Und zweitens, was geschieht hier? Ja, das ist etwas, was für uns ganz wichtig ist. Und zwar wird im Neuen Testament auch darüber gesprochen, dass in Offenbarung 7, 9 bis 17, in der Zukunft, in den letzten Endzeiterreignissen, wenn der Jom Adonai stattfinden wird, dieser schreckliche Tag des Gerichts nach Zfania 1, dann wird eine unzählbare Schar aus allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, wird eine Umkehr erleben. Und die werden sehen, dass in dieser Zeit Israel wieder das Zeugnis hier auf der Erde übernehmen wird, so wie das auch schon in der Zeit des Tanachs war. Also das ist eine wunderbare Erwartung. Wir erwarten eine geistliche Wiederherstellung Israels in der Zukunft und da wird Israel die erste Nation werden und aus den Nationen werden sie sich mit Stolz Israel zuwenden und sie unterstützen. Aber Israel glaubt ja nicht an Jesus. Israel glaubt nicht an Jesus. Du musst sagen, es gibt Juden, die glauben, dass Jeschua der Messias ist und es gibt Juden, die glauben das nicht. Es gibt Deutsche, und zwar die allermeisten, die glauben nicht, dass Jesus der Messias ist und es gibt eine Minderheit von Deutschen, die glauben das sehr wohl. Und es ist so, dass etwa 350.000 Juden glauben, dass Jesus der Messias ist. Aber... Er spricht von denen jetzt. Er spricht von denen jetzt. Sakhar spricht von denen, und nicht von den anderen. Der zukünftige Schear, der Überrest, der umkehren wird zu El Gibor, wie Jesaja 10 das sagt. Sie werden umkehren zu El Gibor, Gott, der starke Gott, und dann wird Israel diese wunderbare Position als Zeugnis wieder einnehmen. Ja, also die messianischen Juden. Ja, die messianischen Juden. Ja, okay, alles klar. Dann ist meine nächste Frage. Es wird eine Erweckung geben. Bitte? Es wird eine Erweckung geben unter dem jüdischen Volk, dass eben ein großer Überrest wird zum Glauben an den Maschiach kommen, und dann werden sie auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen. Okay, Und du denkst, dass auch der Kontext ist, von dem Zacharias das hier spricht? Ja, genau. Darauf freuen wir uns. Alles klar. Dann meine nächste Frage ist, warum hat Gott die ersten Judenchristen, also die zu der Jerusalemer Kirche gehören, nicht erhalten, so wie zum Beispiel die rabbinischen Juden? Oder warum sind sie genauso verschwunden wie alle anderen Sekten, wie Kumran oder Essener und so weiter? Also was ist mit den Judenchristen, die noch jüdisch waren? Warum haben sie nicht überlebt? Also überlebt haben sie es schon. Ich meine, durch 2000 Jahre hindurch haben Juden an den Maschiach Jeschua geglaubt. Und die haben Nachkommen gehabt bis zum heutigen Tag. Und die können Gentests machen und dann sehen sie, dass sie... Aber ich war als Gemeinde. Warum hat die Gemeinde nicht überlebt? Also in dem Sinne. Ja, in dieser Zwischenzeit hat Gott ein himmlisches Volk eingerichtet und das ist eben die Kehillah. Wenn ich sagen würde Kirche, dann denkt man an die katholische Kirche. Damit haben wir gar nichts zu tun. Aber die, die glauben an den Maschiach, die bilden in dieser Zwischenzeit, in der Israel im Exil ist, bilden die eine Einheit, ein Volk zusammen mit denen, die aus den Heidenvölkern an den Messias glauben. Das ist die Zeit der Kehillah. Aber die wird aufhören und wir glauben nicht an eine Ersatztheologie. Israel... Moment, Moment. Also diese christliche Gemeinde, die wird doch im Neuen Testament erwähnt, die erste Judenchrist. Aber die ist ja verschwunden von der Fläche als Gemeinde, oder? Ja, die hat ihre Fortsetzung gefunden durch alle Jahrhunderte hindurch, in denen, die wirklich von Herzen an den Maschiach Jeschua geglaubt haben, ihre Sünden ihm bekannt haben, also Tschubach gemacht haben, wirklich von Herzen und sein Opfer im Glauben angenommen haben, die haben eine Fortsetzung gefunden durch 2000 Jahre hindurch. Und natürlich, ganz viele haben sich äußerlich dem Christentum angeschlossen. Aber das ist eigentlich wie Spreu, im Gegensatz zum Weizen. Okay. Darf ich nächste Frage stellen? Habe ich noch Zeit? Ja, noch dreieinhalb Minuten. Ja, meine nächste Frage ist in der Apostelgeschichte 21, 21, lesen wir, dass Paulus gezungen wird, ein Opfer zu bringen. Und also, soweit ich das verstanden habe, ist, weil Jesus das letzte Opfer nach der christlichen Theologie, warum wird Paulus hier von den Judenchristen in Jerusalem gezwungen, Opfer zu bringen. Also, ich finde, Apostelgeschichte 21, 21. Das ist sogar eine ganz interessante Sache. Die Brüder der Keila in Jerusalem, in Jerusalem, die haben gesagt, Paulus, zeig doch, dass es nicht wahr ist, dass du Abfall vom Judentum leerst. und darum haben sie ihm vorgeschlagen, übernimmt doch die Kosten für das Opfer, das waren ja vier Brüder, die hatten ein Naziräer-Gelübde und er übernimmt die Kosten, weil es abgebrochen worden war durch ein Ereignis und er zahlt das und er will auch, dass er reinigt sich mit ihnen im Ritualbad, in der Mikveh, macht er alles mit und das war eben ganz normal für ihn. Er hat auch Timotheus, der jüdische Abkunft hatte und nicht beschnitten war, hat er beschnitten. Apostelgeschichte 16. Aber warum soll er Opfer bringen, wenn Jesus letzter Opfer war? Ja, weil er wusste, dass das alles symbolische Opfer sind, die auf das Opfer von Jeschua hinweisen und in Hebräer 10 sagt er ja, geschrieben im Jahr 62, das Opfer von Jeschua, das ist das ein für allemal dargebrachte Opfer aber im gleichen Zusammenhang sagt er in Jerusalem, jeder Priester steht täglich da, oft die gleichen Schlachtopfer darbringend. Also es war für ihn kein Problem, dass der Opferdienst Also er hat nicht daran geglaubt, sondern er hat das nur so gemacht, weil die, warum haben die daran geglaubt? Warum haben die, also die Judenchristen, warum haben die gedacht, dass es notwendig ist? Warum hat er nicht gedacht, symbolisch wusstest du nicht? Also warum haben sie ihn gezwungen? Okay, die Frage war klar. Herr Liby, Sie haben jetzt die Zeit zu antworten. Sie wussten also, dass diese Opfer hinweisen auf das Opfer des Messias und darum war das für sie wertvoll. Und wir glauben ja auch, dass der dritte Tempel gebaut wird und die Opfer werden wiederkommen. Und das ist für uns sehr wichtig, dass die kommen, aber eben als Erinnerung, dass Jeschua der Messias ist und das ist eigentlich ein Gedenken an dieses eine Opfer. das wird nicht aufgehoben durch die Symbolik. Verstehe. Verstehe. Okay. Okay, sehr interessant. Die ersten Christen, es waren ja tausende, die sind täglich in der Säulenhalle Salomos, also in der Osthalle des Tempels zusammengekommen. Die waren im Tempel und die haben im Tempelkontext ihre Zusammenkünfte gehabt. Voll im Judentum integriert. Okay, wir haben noch 20 Sekunden. Meine letzte Frage ist, ich stelle deine Frage. Glaubst du, dass Jesaja 7,14 im Kontext über den Messias redet? Ja, ich glaube, dass die Stelle messianisch ist, aber wenn ich jetzt beweisen müsste, was die Bedeutung von Alma ist und auch die sprachwissenschaftlichen Zusammenhänge zeigen mit Ugaritisch und Phönizisch, dann würde ich die zwei Sekunden, die jetzt geblieben sind, überschreiten. Aber wir können kurz zu Ende führen, das ist schon wichtig. Also hier ist aus dem Gesenius der letzten 18. Auflage von 2014 oder so, da wird irgendwo Jungfrau oder so erwähnt, sondern nur junge Frau, Mädchen und die beziehen sich oft auf Ugaritische Texte und auf Ägyptische oder so. Vielleicht kannst du das, Gesenius 18. Auflage kann ich jedem empfehlen, der ein gutes Wörterbuch zur Tora oder zum Tanach sucht. Okay. Herr Liby, möchten Sie auf das kurz eingehen und dann beenden wir? Ist das okay? Ich höre nur noch abgehackt. Okay. Bei Ihnen stimmt das Internet nicht. Nee. Ich höre Ihnen, Rabbi, sehr gut. Ich glaube, das liegt bei Ihnen, Herr Liby. Also kannst du nochmals wiederholen? Ich errate die Frage, es geht um Gesenius Maier, 18. Auflage, nicht wahr? Genau. Und die benutzen ja, wie du sagtest, die benutzen Ugaritische und Ägyptische und alle altorientalen Texte und nirgendwo steht dort irgendwas über Jungfrau, sondern Alma steht dort, ist junge Frau, Mädchen. Ja. Das ist natürlich immer das Problem, man kann nicht nur ein Standardwörterbuch benutzen, darum benutze ich so viele, ich brauche auch Baumgartner, Köhler und ich benutze natürlich die breite wissenschaftliche Literatur. Und Baumgartner sagt Jungfrau? Wie? Baumgartner sagt Jungfrau? Nein, aber zum Beispiel George Harrison in seiner Einleitung ins Alte Testament geht sehr ausführlich auf dieses sprachwissenschaftliche Problem ein und erklärt es dann vom Ugaritischen her im Zusammenhang mit dem Textbuch von Cyrus Gordon über die kanonitischen Texte, wo er klar macht, dass das entsprechende Wort Jalamat ist Alma im Ugaritischen, dass das gleichbedeutend synonym gebraucht wurde mit Betula. Kannst du sagen, aus welchem Jahrhundert dieses Buch ist? 20. Ungefähr, welches Jahr, so 50er Jahre? Ja, ungefähr, aus dem Gedächtnis würde ich sagen, so 1960er, 70er Jahre. Bin ich jetzt dran? Das ist schon vorbei. Ja, ja, ich meine, jetzt stellt er mir Fragen, richtig? Aber irgendwo müssen wir beenden, also wie machen wir jetzt weiter? Wie? Ah, okay. Ich dachte gerade, nee, nee, sorry, ich habe dich falsch verstanden, aber in diesem Gespräch gerade ist zweieinhalb Minuten, glaube ich, ungefähr überzogen, dass man einfach weiß, wenn es bei Herr Liby auch der Sache gibt, dass man vielleicht ein bisschen gerecht ist, aber wenn Herr Liby früher fertig ist, dann sind wir auch früher fertig. Ich komme mal kurz rein, ein bisschen, geht es euch jetzt, geht es euch beiden gut? Tut mir leid, ich versuche, dass es nichts in Länge zieht, dass wir auf die beste Art und Weise versuchen, die Fragen antworten und so weiter und das war, hat gut geklappt mein Empfinden oder empfindet ihr auch so? Okay. Ich bin sehr dankbar, wie es gegangen ist. Okay. Ja, finde ich sehr gut. Okay, sehr gut. Herr Liby, Sie haben jetzt 15 Minuten Zeit, Fragen an Rabbi Igor Itkin zu stellen. Ich zeige die Zeit und Sie dürfen anfangen und Sie haben das Wort. Ja. Igor, ich habe ein paar persönliche Fragen. Ja, gerne. Und zwar jetzt gerade zu Jesaja 53 und ich weiß, dass du dich sehr viel beschäftigt hast damit und ich habe mich auch mit deinem Kanal beschäftigt und angehört, wie du eine Vers-für-Vers-Auslegung machst aufgrund der rabbinischen Kommentare und mir ist aufgefallen, du hast nur den Tagum Jonathan ben Usiel erwähnt, dass er Jesaja 52 Vers 13 siehe mein Knecht der Messias steht im aramäischen Tagum eben messianisch deutet und dann hast du nur Kommentare erwähnt, die Jesaja 53 auf das Volk Israel beziehen. Was ist der Grund, warum du all diese vielen, vielen Stellen im Talmud, in der Mehrzahl der Mitrashim hast du nicht erwähnt, dass sie klar sagen, das ist der Messias und nicht erwähnt, dass Rashi, Abarbanel und so weiter, dass die Mittelalter einen anderen Kurs gegangen sind, nicht völlig neu, aber nicht mehr dem Mainstream der alten Rabbiner entsprechend, du hast das nicht erwähnt, dass sie da eigentlich einen anderen Kurs gegangen sind, als die alten Kommentare. Warum hast du das nicht erwähnt? Das werde ich hier beantworten, also erstmal, ich habe schon viele Kommentare benutzt, ich musste mich erstmal beschränken und zweitens habe ich Talmud nicht benutzt, weil der Talmud nur über ein Vers spricht, spricht nicht über die gesamte Auslegung von Jesaja 53, sondern nur über den ersten Vers und dort bezieht er nur den ersten sieht man, dass er nicht meint, ganze Seite 53 dort sich auf den Messias bezieht, sondern nur, dass der Name auf die Jaskil, dass er sich auf den Messias bezieht, aber nicht im ganzen Kontext, woher weiß ich das, weil es werden alternative Namen in der gleichen Talmud Stelle genannt, der Messias heißt so, er heißt so, er heißt so, er heißt so anders, das heißt wir sehen nicht, dass der Talmud es ist ja typisch im Talmud, es ist ja kein Auslegungswerk, es ist kein Midrash und darum wird ja immer punktuell, ständig wieder punktuell argumentiert, aber es wird gesagt, dass der Name des Messias ist gewissermaßen Nagua aus Jesaja 53 und wird so bezogen, aber meine Frage ist, ganz viele Kommentare legen Jesaja 53 aus in seiner ganzen Aussage, es geht hier um das stellvertretende Leiden des Messias für unsere Sünden und warum hast du diese Kommentare wie Midrash Konen Yalkud Shimoni oder der Ramban der Nachmanides der ausführlich jeden Tag jeden Vers oder Vers kommentiert und so weiter könnt ihr viele aufzählen also ich habe die Frage bestanden also erstmal der Ramban in seinem Kommentar sagt ausdrücklich dass sich das nicht auf den Messias bezieht aber er sagt wenn ihr wollt kann ich das auch auf den Messias beziehen und ergibt in seiner Disputation gegen den Christen auch wie man das auch auf den Messias verstehen kann was wirklich wirklich durchstudieren und wenn ich das gemacht hätte ich würde Jahre dafür brauchen bis ich ein Video mache ich habe schon für das Video was ich gemacht habe habe ich mehrere Tage in Wochen gebraucht Ja für mich war eben ein bisschen schwierig dass du das nicht erwähnt hast dass es so tief im Judentum verwurzelt ist die messianische Auslegung und ich habe ein paar Namen erwähnt ich könnte jetzt weiterfahren mit Rabbi Naftali bin bin ich weg oder ist er weg hallo roger hallo hört man mich noch hast du vorhin nichts mehr gehört ich habe nichts mehr ich habe irgendwas mit Naftali gehört und dann nicht mehr ich habe einfach meinen Korb ausgeschüttet und gesagt ja also ich muss das was du sagst heißt nicht dass es so ist also du kannst mir jetzt das Zitate vorlesen oder so und mich davon überzeugen aber ich meine ich kann was du nur Namen nennst sagt mir das nicht ich könnte es einfach dir liefern wenn es dich interessiert dann hast du ja du kannst mir die Liste geben und wir können noch darüber debattieren ob diese Autoren wirklich sehen ich sah ja als Messias ansehen also klar ich freue mich immer wieder wenn du hebräische Werke zitierst und wenn ich mehr auf den Kontext eingehe sagst das freut mich darf ich kurz ich habe kurz die Zeit gestoppt weil du kurz weg warst ich blende wieder die Zeit und sie haben noch zehn Minuten 40 Sekunden noch Fragen zu stellen also dann sie können weiter Fragen stellen also ich möchte weiter eingehen auf Jesaja 53 sehr gerne weil da war dann für mich auch die Frage du hast sehr stark betont in Vers 8 wo es heißt wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und da hast du betont und hast auch jemand hat anscheinend mit dir aus der Gegenposition mal diskutiert der aber nicht hebräisch kann und hast ihm gesagt du verstehst kein hebräisch und darum meinst du Lamo das sei Einzahl aber in Wirklichkeit ist ja das Mehrzahl du hast keine Ahnung von hebräisch und ich war da ein bisschen traurig weil Lamo ist in der Hebräistik klar ein Begriff der Einzahl und Mehrzahl gebraucht wird zum Beispiel in dem Holiday Hebrew and Aramaic Lexicon oder hier in diesem Fall Baumgartner Köhler das benutzt du ja auch gerne dieses Standardwörterbuch die wie Gesenius Baumgartner ist auch gut sehr teuer ich habe viel bezahlt aber es ist ausgezeichneter Zwerg ja und dann weißt du da hast du auch Hinweise zum Beispiel Kapitel 44 Vers 15 wo Lamo eindeutig in der Einzahl verwendet wird kannst du mir sagen kannst du mir bitte sagen in der Einzahl Lamo und nicht welcher Vers 44 Vers ich schlage auf 44 Vers 15 am Schluss wirft sich davor nieder von dem Götzenbild macht ein geschnitztes Bild daraus und betet es an das kann ich gut erklären das kann ich gut erklären hier bezieht sich Lamo auch auf den Plural weil es hier darum geht dass der die Götzen herstellt es geht hier um mehrere Götzen die er aus dem Holz herstellt und das heißt er beugt sich nieder er beugt sich vor den es geht hier um die Materialien Holz und andere Sachen und er beugt sich vor ihnen vor diesen Materialien nieder weil diese Stelle macht sich lustig über die Götzendiener dass sie dieses Holz nehmen und von dem Rest machen sie Brot und von dem anderen benutzen sie für Ofen und dann beugen sie sich nieder von den Götzen das Lamo bezieht sich auf das Plural der Materialien aus welchem diese Götzen hergestellt werden die vorher erwähnt werden Steinchen und Eiche ja aber weißt du es ist in der Einzahl verarbeitet es zu einem wirft sich davor nieder und macht ein geschnitztes Bild daraus nicht geschnitzte es bezieht sich nicht auf Gott ja aber eben ein falscher El und er macht ein geschnitztes Bild und betet es nicht sie an und eben ich sage ja aber wie gesagt Standard Literatur sagt das ist Einzahl je nach Stelle Mehrzahl aber du darfst nicht sagen dass man keine Ahnung hat hier ist kein Beweis dass es Einzahl ist weil wie ich gesagt habe man kann es auch darauf verstehen dass es auf die Mehrzahl der Materialien sich bezieht aus denen dieser Götze hergestellt wird um noch mal so einen Seitenstich den Götzendienern zu geben und sagen eigentlich sind das nur diese Steinchen und Holzchen die ihr benutzt also das kann man nicht in dem sehen weil im Vers davor ja auch steht dass diese materialen Lorbeer und so weiter benutzt das hier ist kein Beweis dass Lamo singular ist aber in Hebraistik wird Lamo auch als Einzahlform gesehen übrigens ganz entsprechend wie Chemo also nicht einfach Lamo als Abkürzung von Lachem sondern eben als Abkürzung für Lo wie Chemo Lo also du kannst mir ja im Wörterbuch einen Beleg bringen ganz kurz das wäre wichtig weil es ist deine Aussage meine Aussage du kannst gerne einen Beleg bringen und dann können wir schauen aber es gibt ja noch andere Hinweise dass Jesaja 350 plural ist durch seine Tote zum Beispiel durch seine Tode was ja auch sich auf die Mehrzahl bezieht also nicht nur Lamo sondern es gibt andere Hinweise in dem Text aber im Text geht es ja um einen Knecht der leidet und leidet 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 er nimmt auf und dann plötzlich das ist Israel wie im Kontext das gesagt habe dass es bis Ende geführt wird und dann darfst du ja verzeihung bitte die Frage ja gut im Kontext ist es immer Einzahl 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 und dann hast du bestanden das müsste das müsse Mehrzahl sein aber du hättest sagen können das kann aber auch Einzahl sein und das hat ja auch ja und das hat ja ich behaupte immer noch dass es Mehrzahl ist und du hast bis jetzt keinen Beweis gebracht um mich zu widerlegen das über roten zweig haben das auch so verstanden und die haben wirklich etwas verstanden von hebräisch ja das schade weil du hast damit eigentlich manchen quasi gesagt sie seht ihr diese diese christliche die verstehen nichts von hebräisch und die beziehen das auf den messias und dabei ist das vom hebräischen gar nicht möglich aber du hättest sagen müssen natürlich ist es möglich ja aber ich kann sagen und das hast ja schon selbst gesagt weil es geht ja um den knecht und es wäre jetzt sehr seltsam zu sagen und jetzt dass das aus singular jetzt plural wird und was ich gesagt habe mit lamont ist dass hier haben wir eine andeutung darauf dass es plural ist dass es um viele knechte geht und nicht nur um eine einzelne Person das ist eine andeutung drauf und wenn ich jetzt die 53 übersetzen übersetzen und ich habe diese übersetzung auch angeführt aber im kontext vom sinn her ich würde das auch als singular übersetzen obwohl lamont plural ist und eine andeutung ist dass sich auf viele bezieht ok ja also ich habe jetzt ein bisschen insistiert auf einen punkt den vielleicht viele gar nicht interessiert aber es ist so ich war etwas verletzt als ich deinen Kanal da hörte wie du das so ausgedrückt hast darum war es mir wichtig dass ich das mit dir so das tut leid ich wollte dich nicht verletzen nein nein aber jetzt haben wir das so ansprechen können jetzt habe ich eine weitere Frage in Jesaja 53 wird der Knecht vorgestellt wie er leidet und es wird sogar gesagt er lädt die Sünde auf sich Nassah also wie der Sündenbock am Yom Kippur in 3. Mose 16 die Sünde auf sich lädt und wenn du denkst im Kontext von dem ganzen Opferdienst im Alten Testament der beginnt ganz vorne bei Bereschi 1. Mose und es zieht sich wie eine rote Linie hindurch und beim Opfer geht es immer um das vollkommene Opfer das kein Fehl haben darf und darum kann man das nicht auf Israel beziehen sondern auf einen vollkommenen der leidet und es ist nicht ein isoliertes Thema Jesaja 53 sondern mir fehlt deine Begeisterung für den Opferdienst durch das ganze Alten Testament hindurch Ja darf ich darauf antworten Ja gerne Also ich habe ja diese Liste von 14 Professoren angeführt und ich kann sie noch erweitern die alle sprechen dass Jesaja 53 keine Terminologie der Opfer hat null und zum Beispiel auch was hier wenn wir sagen er wurde zur Schlachtung geführt wo steht Tabach steht Tabach nicht Savach und es gibt null Opfer Terminologie in Jesaja 53 Es heißt Ascham und das ist der Fachausdruck in 3. Mose 5 für das Schuldopfer Ascham wenn seine Seel Aber ich meine die Opfer Terminologie von Schlachten oder was man so mit Opfern macht Zum Beispiel hier sagt einer dass damit also was ich gesagt habe steht Tabach und er sagt damit wird unmissverständlich ausgedrückt dass kein Opfer geschehen damit gemeint ist der Knecht wird nicht mit einem rituellen Opfer Tier verglichen dessen Tod Schuldvergebung und Versöhnung herstellt die Betonung liegt hier auf seiner Duldsamkeit und das ist Vers 7 und was du sagst zu Ascham kannst du mir nochmal sagen welcher Vers das ist mit Ascham das ist Vers 10 ja Vers 10 und eben Nassar die Ungerechtigkeit tragen das ist der Opfer Terminologie aber wir sehen in vielen Büchern Schuld tragen Schuld tragen ist auch Nassar also etwas es heißt nicht wegtragen es heißt etwas tragen eine Last tragen ist auch Nassar das bedeutet so wird es gesagt vom Azazel dass er die Sünden trägt und darum es ist Opfer Terminologie und du betonst eben obwohl das Opfer durch den ganzen Tanach so wichtig ist schiebst du es auf die Seite und sagst wichtig ist Schubah umkehr aber kein Opfer und da bin ich erstaunt dass du so Opfer los denkst tempellos wir sehen sehr viele Stellen die das Opfer eher in den Hintergrund rücken und es sind die Christen die mehr so eine Obsession mit Opfer haben zum Beispiel es ist ja so diese Stellen die das in den Hintergrund rücken die du so meinst das sind die Stellen die sagen äußerliche Opfer bringen das ist ein Gräuel für den Herrn aber wenn es von Herzen kommt dann war das im Sinn von Hashem von dem Herrn und eben es zeigt im Zusammenhang mit dem Opfer Deschuvah ist wichtig Sünden bekennen aber auch sich mit dem Opfer identifizieren durch Desmicha darf ich drauf noch antworten darf ich drauf noch antworten du musst ich antworte einfach drauf ja 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 zum Beispiel in Yecheskil der wo es gar kein Tempel gab zu seiner Zeit spricht der es gibt zwei Kapitel und volle Kapitel die ich auch am Anfang zitiert habe wo er sagt was will Hashem er will das hier rückkehrt aber wir haben keine Opfer er sagt keine Sorge ihr braucht keine Opfer ihr braucht nur Chuvah wir sehen in Micha auch was will ich von euch Israel denke ich will Opfer nein ich will dass ihr einfach zurückkehrt und Recht übt und Liebe übt und mit Einsicht in Gott ist es gibt viele Stellen wo wir sagen aber was ist mit die Opfer es gibt keine Opfer und die Propheten sagen alle eindeutig egal das ist nicht wichtig wichtig ist Chuvah was will Gott was verlangt Gott von Menschen sein gebrochenes Herz ist nicht Opfer und es wird gesagt ich will nicht ich will gebrochenes Herz sondern ich will keine Opfer ich will ein gebrochenes Herz ich will keine Opfer ich will Chuvah also dieses Thema kommt bei vielen Propheten also ich will nicht sagen bei allen bei vielleicht weiß nicht bei sechs Propheten also finden wir dieses Thema wo Opfer nicht wichtig wichtig ist Chuvah wichtig ist gutes Leben deshalb ja und wie gesagt die Forschungsliteratur geht davon aus dass es in Jesaja 53 keine Opfer Themologie gibt und ich habe eins davon zitiert ich kann noch mehr zitieren ich habe Hengel dort der das auch sagt Herr Libi Sie haben also eineinhalb Minuten da haben Sie Rabbi auch die Zeit ein bisschen überzogen da wollte ich die Zeit ein bisschen Herr Libi auch geben stellen Sie sich Ihre letzte Frage die wichtig ist und dann beenden wir hier den Teil ja vielleicht persönlich noch so die Teshuvah die Buße die Reue die Sünde ist grundlegend um Vergebung zu bekommen aber was ich lerne aus dem Tanach ist die Smicha dass es nicht äußerlich ist sondern von Herzen sich mit dem Opfer identifizieren durch Handauflegung und das ist so wichtig und gerade in den letzten 2000 Jahren hat Gott Israel das Opfer weggenommen und muss man da nicht sagen wir müssen zurückschauen was ist geschehen und genau dort war das Opfer das so Vers für Vers Jesaja 53 entspricht ja also ich habe dich ja vorhin gefragt warum Paulus gezwungen wurde Opfer zu bringen in der Apostelgeschichte und du meinst er hat den symbolischen Wert gesehen und ich denke das trifft den Punkt die Opfer sind rein symbolisch sie sind dafür da um für die Chuva anzuregen also die Opfer sind dafür da dass der Mensch sich mit den Opfern identifiziert und so zur Chuva angelegt wird also die Opfer sind nicht das Essenzielle an den Opfern steht immer bei den Opferdiensten steht immer dass man auch Buße tun muss steht nicht mach Opfer und dann kannst du irgendwas machen nein du musst immer Buße tun das ist das wichtigste und das ist das was diese Propheten die ich gesagt habe das ist ein großes großer Komplex und alle Propheten sind sich einig kein einziger Prophet sagt uns aber Hashem will Opfer es gibt sowas nicht das wichtigste ist die Buße ist das gute Leben die Rechtschaffenheit die Aufrichtigkeit es ist wichtig gute Taten zu machen das ist was Hashem möchte ein gebrochenes Herz und nicht Opfer und eben nicht rituelle äußerliche Dinge aber es war eine Vorbereitung um zu verstehen der Maschiach Ben Yosef der leidende Messias mit ihm müssen wir uns identifizieren ich soll jetzt über Maschiach Ben Yosef reden wir müssen aufhören wir müssen langsam aufhören aber sollen wir vielleicht paar Minuten über das Thema und dann beenden wir oder wollt ihr nicht mehr war es nochmal also die Frage war ob das in Ordnung ist kurz auf das Thema eingehen du würdest jetzt gewähren über die Zeit hinausgehen ist schon hinaus aber ich wollte nur dass er antwortet kurz das Thema und dann vielleicht Herr Liby kurz und dann wirklich fertig ja also Maschiach Ben Yosef das wird eingeführt im Talmud seiner Talmud Stelle und da steht nirgendwo dass es der leidende Messias dort ist und auch nicht dass hier Psalm 53 ist vielleicht du findest im Psiktarabati wo der ganze Psalm 22 aber von Maschiach Ben Yosef abgelegt wird und wie kann das sein und wenn du dir aber die Literatur dazu anschaust Psiktarabati die ist im 6. Jahrhundert entstanden und das ist eine Kopie fast Wort für Wort von Matthäus also das Konzept von Matthäus und die Forscher wie zum Beispiel Peter Schäfer und andere ich habe eine Liste weil ich habe mich mit dem Thema sehr beschäftigt die sagen was haben die gemacht damals ging auch die Juden haben sich auch die Predigten der Christen angehört und sie danach widerlegt und wir finden viele Prediger haben gesagt wollten keine Juden in die Kirche mehr zulassen weil die machen mir Ärger der Punkt den ich sagen wollte ist dass hier haben die in Psiktarabati extra die christliche Predigt aufgenommen und sie auf einen kommenden Messias bezogen absichtlich um zu sagen dass die Christen nicht recht haben dass der Messias ist nicht gekommen sondern er wird kommen es ist eine Art Kritik gewesen an der christlichen Vorstellung und das ist was Psiktarabati also dieser Komplex Psiktarabati 22 das was die Absicht dort ist ist die christliche Lehre auf den Messias Ben Yussef zu beziehen und sagen er ist noch nicht gekommen also da sind sich alle Forscher eigentlich dass das eigentlich aus der christlichen Lehre ist die so kritisiert wird indem es umgeformt wird gut es ist ja nicht nur Psiktarabati sondern ich habe ja erwähnt ich habe ja diese Fülle von Belegen aus der rabbinischen Literatur die eben das Opfer des Messias betont und ja wir können so enden wollen Sie noch was ausführlich erklären das wäre sehr ich versuche für beide gerecht zu sein vielleicht noch dass jeder hat es nicht gesagt jeder hatte noch ein letztes Wort das hat man noch wir können auch das letzte Wort auch ein bisschen verlängern eigentlich ist es fünf Minuten es macht so Spaß euch zuzuhören so was sagen ja ich ich habe bis jetzt nur mit Menschen debattiert die sage ich wer ein wenig Ahnung hatten aber ich freue mich immer mit Menschen die Ahnung haben also du würdest sagen Dr. Röschelibi hat Ahnung ja klar auf jeden Fall ja und das macht deshalb macht es auch Spaß mit ihnen zu diskutieren und wir können also wir können vielleicht noch eine Sendung machen nur über Jesaja 53 wo ich alle meine Argumente vortrage also nicht nur meine sondern auch die Forschungsliteratur und Roger kann seine Argumente vortragen und dann können wir das also ich könnte man auch machen also wir sagen wir mal so eine Debatte ist jetzt nicht der beste Weg um die Wahrheit zu finden also wir debattieren nicht für uns wir debattieren für das Publikum und man muss alle Argumente abwägen und so das heißt wir haben ja ein schönes friedvolles respektvolles Gespräch das wir führen und das macht auch Spaß also ob wir das jetzt online machen oder wir können es auch so zuführen sehr gerne aber wir sehen er ist von mir nicht überzeugt also von meinen Argumenten und ich bin von seinen Argumenten nicht überzeugt aber ich würde euch also ich sag mal so ich würde euch empfehlen vielleicht jetzt kann man nicht weil ich bin auch im Kopf gerade voll dass man eine Nacht schläft auch die Zuschauer dann nochmal mal in Ruhe die Argumente dann würde ich sagen wir sind jetzt bei dem fünften Teil zu Ende gekommen also fünfte Runde haben wir geschafft wir haben fast 12 Uhr 11 Uhr 44 lasst uns vor 12 oder fast 12 aufhören das wäre schön und wir gehen in eine kurze Pause wir haben jetzt 5 Minuten jeder Gast hat 5 Minuten Zeit Abschlussrede über die Debatte bringen also du willst eine Pause machen um danach 5 Minuten noch zu nutzen einen Abschlussrede zu machen jeder hat von euch dann 5 Minuten eine kurze Pause geben wir kurz ein ihr könnt kurz was trinken und dann würden wir genau und dann würden wir die den letzten Runde durchziehen ist es so ok gut dann ich tue euch kurz raus dann gehe ich in eine Pause gehe liebe Zuschauer und Zuschauerinnen wir sind zu Ende gekommen fast zu Ende wir gehen in eine kurze Pause und dann ziehen wir durch dass wir fertig machen ist Jesus im Alten Testament prophezeit worden oder nicht Ersatz zum Lübier vom Feind Jesus von Nazareth ist im Alten Testament vorausgesagt er ist tatsächlich der Messias wir sind wieder da wir freuen uns jetzt zu Ende zu kommen ich freue mich so sehr dass ihr so viele bis jetzt 3000 Leute übrig geblieben seid und das war der Rekord von Hakika TV ich freue mich für diesen Erfolg das ist nur Gottes Gnade das ist nur seine Gnade dass dieses Projekt groß geworden ist und wir beten in der Zukunft für solche Debatten in der Zukunft mehrere mit mehrerer Rabbiner mit Muslimen mit Atheisten auch Leute die Fachwissen haben wir haben neue Projekte vor und deswegen ich möchte jetzt nicht lang reden ich hole die wunderschöne Gäste wieder kurz rein den Rabbi Igor Itkin und Dr. Roger Lieben jetzt sind wir zu Ende der Sendung gekommen geht es euch bis jetzt gut super super das freut mich sehr ich gebe kurz die Zeit ein Rabbi Igor Sie haben jetzt fünf Minuten Zeit bitte gebt das Theologische ein das ist sehr wichtig am Ende würde ich euch ein paar Fragen wegen der Moderation und der Kanal stellen und das lieber konzentriert ihr euch die fünf Minuten auf das Theologische wesentliche Sachen okay Sie dürfen anfangen Sie haben das Wort Herr Rabbi bis ja also mein Schlusswort ist also ich fand die Diskussion gut aber letztendlich hat Roger nicht belegt dass es irgendwie eine messianische Prophezeiung im Alten Testament auf Jesus gibt ist auf keinen Vers in den Kontext eingegangen er hat immer auf den Talmud verwiesen er hat auf andere nicht biblische Schriften verwiesen die das als Messias verstehen letztendlich was ich am Anfang gesagt habe die Christen versuchen nur kleine Vershälften oder Versviertel aus dem Kontext zu nehmen und zu sagen dass es sich auf den Messias bezieht nichts ich habe gezeigt dass Daniel Neuen in der Forschungsliteratur auch wenn es Roger nicht gefällt er sich auf Antiochos bezieht und er fand die Rechnung nicht gut aber ich denke wenn er sich damit ein bisschen länger beschäftigt wird er einsehen dass die Rechnung 100% stimmt und nicht fehlerhaft ist wie er sagte auch Jesaja 53 bezieht sich nach der jüdischen Auslegung und nach der Forschungsliteratur also nicht auf den Messias sondern auf das Volk Israel und da haben wir gute Unterstützung von der Forschung auch bekommen alle anderen Prophezeiungen haben wir uns im Detail nicht angeschaut aber die Propheten sprechen was soll der Messias erfüllen was ist seine Aufgabe seine Aufgabe ist die Juden aus dem Exil zurückzuführen das hat Jesus nicht gemacht seine Aufgabe ist die Welt wird volle Erkenntnis von Gott sein es werden alle Juden trotreu leben das hat er auch nicht gemacht die Prophezeiung ist dass der Tempel wieder aufgebaut wird das hat Jesus auch nicht gemacht nach ihm wurde der Tempel zerstört Gewalt und Krieg werden aufhören es wird Weltfrieden herrschen das hat Jesus auch nicht geschafft das Christum weil er die Religion die Kriege ausgelöst hat und die viel Leid den Menschen gebracht hat das heißt Jesus hat eindeutig keine Prophezeiungen auf dem Messias erfüllt nach der jüdischen Heiligen Schrift auch Hoscher spricht nicht über Messias oder alles was dann versucht worden ist als messianische Verse auszugeben ist aus dem Kontext gerissen und hat nichts mit dem Messias zu tun obwohl in der rabbinischen Literatur wird es vielleicht angedeutet dass es um den Messias geht aber ich halte das nicht für ein Argument weil man das auch dort im Kontext sehen muss und außerdem den Talmud als Beleg zu bringen weil da sagt man alles was im Talmud steht ist eigentlich wahr dann musste Roger auch ein orthodoxer Jude sein oder zumindest sagt er dass die Rabbiner wirklich im Talmud geglaubt haben dass Jesus der Messias ist was sie sicherlich nicht gemacht haben weil sie nicht Christen geworden ja was soll ich noch sagen ich will vielleicht noch doch Zacharia 12 10 zitieren als Abschluss ich meine 8 Zacharia 8 und dort ich habe Roger gefragt was bedeutet der Vers in jenen Tagen geschieht dass 10 Männer festhalten werden aus allen Sprachen der Nation festhalten werden sie den Gewandzipfel eines jüdischen Mannes und sagen wir wollen mit euch gehen denn wir haben gehört Gott ist mit euch und meiner Meinung nach geht es darum dass Israel soll die Völker anleiten zu wahren reinen zu reinem Gottesdienst und nicht zum Dienst eines Menschen man darf keinen Menschen nach dem Judentum dienen und die Völker werden erkennen dass sie falsch liegen sie müssen nicht zum Judentum konvertieren wir sehen in Jesaja 55 bis 66 kommen die Völker zusammen mit Israel und dienen Gott zusammen es gibt dort auch ein Tempel und sie leben zusammen in Frieden des weiteren will ich noch als Abschluss sagen es gibt unzählige Verse bei uns in der Torah die sagen dass Gott kein Mensch ist zum Beispiel in Hosher sagt er ich bin Gott und kein Mensch steht dass über die ich will nicht sagen das Götzendienst aber sagen wir steht in Jesaja 45 20 keine Erkenntnis haben die die das Holz ihres Götzenbildes tragen und zu einem Gott flehen der nicht retten kann und ich denke Roger weiß das aber ich möchte das auch dem Publikum sagen dass nach der jüdischen Lehre nach der jüdischen Anachar wird das Christum leider als Götzendienst angeschaut das heißt ich darf zum Beispiel in eine Moschee gehen aber ich darf nicht in eine Kirche gehen weil Kirchen sind Häuser von Götzendienern und also das klingt zwar beleidigend aber ich denke es hat auch eine Grundlage in der christlichen Lehre also das Christum gilt nach der jüdischen Anachar leider als Götzendienst ja und danke für die Einladung und ich freue mich auf weitere Gespräche ok vielen Dank das würde ich dich auch fragen jetzt Dr. Roger Liby ich würde gerne Ihnen die fünf Minuten geben Sie dürfen anfangen den Abschluss fortzubringen ich habe am Anfang dargelegt dass wenn der Messias kommt dass die Masse seines Volkes sich an ihm stoßen wird das hat sich erfüllt vor 2000 Jahren und dass danach eine Katastrophe kommen würde der Untergang von Jerusalem und dem Tempel und auch die Zerstreuung des jüdischen Volkes sollte dann erfolgen nach 5 Nose 28 Vers 64 alles hat sich ganz wortwörtlich erfüllt und ich habe mit Daniel 9 eine Berechnung vorgestellt die auf den Tag genau aufgeht während liberale Theologen die das anders auf Antiochus beziehen wollten die Zahlen stimmen nicht was nehme ich das was nicht stimmt oder das was stimmt ich nehme das was stimmt und ich habe in meinem Büchlein der verheißene Erlöser da habe ich noch viel viel mehr eben im Detail ich habe gesagt für mich habe ich über 300 Einzelprophezeiungen gefunden die sich erfüllt haben in Jeschua da führe ich das auf man kann das bei clv.de gratis downloaden und dann ist es so Igor hat betont ja aber Jeschua hat nicht den Frieden gebracht und nicht den Tempel gebaut und so weiter aber es ist so viele Stellen im Alten Testament im Tanach die eben messianisch sind auch in der rabbinischen Literatur die sprechen von einem Messias der leidet der verworfen wird und viele andere Stellen beschreiben ihn als den angenommenen Herrscher über die ganze Welt im Frieden und das war ein Problem im Judentum wie bringt man diese Beschreibung zusammen und darum hat sich in der rabbinischen Literatur dieses Konzept von zwei Messiasen entwickelt Mashiach Ben Josef der leidet wie Josef der gelitten hat von seinen Brüdern verworfen und Mashiach Ben David wie David der König wurde über das zwölfstärmige Volk Israel und der Punkt ist der man kann aus den Stellen die eben über den Leidenden sprechen und über den Herrschenden da gibt es Verbindungsstellen im gleichen Kontext die klar machen nein das sind nicht zwei Personen das ist derselbe Messias und zwar zuerst muss er leiden und verworfen werden und dann wird das Volk in die Zerstreuung gehen weltweit aber das Volk wird heimkehren in der Endzeit und das sehen wir vor unseren Augen der Staat Israel musste wieder gegründet werden die Prophetie erfüllt sich und das ist die Zeit wenn der Messias kommt als König aber das wird derselbe sein ein Taxi Chauffeur in Jerusalem hat mich gefragt angesichts des Ölbergs glaubst du dass der Messias kommt ich habe ihm gesagt ja ich glaube dass der Messias kommen wird wie das Rambam gesagt hat aber ich habe ihm gesagt aber ich glaube dass er schon mal gekommen ist in Zacharia 12 10 heißt es sie werden auf mich blicken den sie durchbohrt haben und ich habe erklärt das erste Mal ist er gekommen und da wurde er vor den Toren Jerusalems wurde er durchbohrt und wenn er dann wieder kommen wird in der Zeit wenn das jüdische Volk heimkehrt wie das heute der Fall ist und eine Wiederherstellung erfährt dann werden sie auf ihn blicken das ist noch zukünftig wenn er kommt auf dem Ölberg und Zacharia 14 sagt er wird auf dem Ölberg stehen der vor Jerusalem liegt und das interessante ist wenn man den Text liest auch dort es heißt der Herr Jut hei wav hey seine Füße werden auf dem Ölberg stehen hat der Herr hat Hashem Füße ja er ist Mensch geworden und wie du sagst Igor wir haben Stellen wo Gott sagt nicht ein Mensch ist Gott das ist eine Lüge aber nicht ein Menschen Sohn aber es ist so damals als Gott das gesagt hat in 4. Mose und auch an anderen Stellen da war Gott noch nicht Mensch geworden das Kind wurde erst geboren für uns vor 2000 Jahren nach Jesaja 9 Vers 5 aber sein Name heißt El Gippor starker Gott und Jesaja 10 sagt der Überrest der Schear Israel wird umkehren zu zu El Gippor und warum braucht es eine Umkehr des jüdischen Volkes zu dem Messias eben weil das geschehen ist mit dem Stein des Anstoßes aber es wird kommen dass eine große Erweckung in Israel geschehen wird und sie werden auf den blicken den sie durchbord haben und Zachariah 12 sagt sie werden über ihn wehklagen im ganzen Land Israel nicht nur in Jerusalem jede Jesaja 53 genau so wie es in Vergangenheitsform steht werden sie lesen und wir haben ihn verachtet aber für unsere Sünden ist er gestorben vielen lieben Dank Herr Libi Rabbi Igor Edkin vielen Dank für eure Leistung liebe Zuschauer bitte sagt nicht jetzt was gewonnen hat prüfe das nochmal guckt ihr das vielleicht nochmal an teile diesen Stream und ich freue mich sehr dass wir zum Schluss gekommen sind vielen Dank für den ganze ja dass ihr die ganze Zeit dabei wart geliked habt und so weiter push den Stream damit Menschen das mitbekommen und vielleicht könnt ihr auch in kleinen Teile schneiden die wichtig waren in TikTok in Instagram in überall veröffentlichen lasst diese Botschaft überall verbreiten war okay also ich weiß nicht ob andere Juden sich wohlfühlen wenn du immer so christliche Werbung schaltest machen wir auch jüdische Werbung vielleicht werden sie sich dann wohler fühlen aber klar wir haben dich eingeladen wir haben dich nicht zu einer Kirche eingeladen wir haben dich zu einer Sendung eingeladen dass es uns Christen gehört und ich hoffe dass es ja das habe ich nicht erwartet dass du zwischendurch auch so christliche Werbung machst also das heißt christliche Werbung also also so für uns was du geschaltet geschaltet hast Bibel Verteilung und die Werbung die du gemacht hast das ist halt Moderation Einleitung und das ich meine die Werbung in die Pausen vielen Dank dass du dabei warst sehr gerne ich komme gerne wieder aber nur wenn Deutsch noch dabei ist okay gut okay okay liebe Dr. Roger Liby hast du wie hat dir den Stream gefallen und hast du was im Herzen wollte ich auch dir sagen für den Zuschauern und so weiter kannst du ja also ich muss sagen ich bin sehr dankbar ich hatte Sorge weil ich eben keine Debatte möchte wie das Wort sagt eine Schlacht und ich möchte eben ein Gespräch das liebevoll geführt wird und das haben wir doch nicht wahr Igor ja auf jeden Fall sehr respektvoll also und eben es du hast das so schön gemacht Oma sehr liebevoll und ja auf jeden Fall also du bist ein sehr liebevoll Mensch wie ich auch sagen kann wohl ich habe andere Leute erlebt zum Beispiel bei den Freidenken das war was anderes aber du hast das wirklich so schön gemacht und dein arabischer Akzent gibt einen ganz besonderen Charme das da steckt jedes Herz das mit dem Orient verbunden ist höher also ich danke dir viel viel mal und ich muss sagen ja ich wäre auch bereit wir müssen einfach sagen genau anschauen was wie und das würde mich auf jeden Fall freuen ja danke Oma auch meinerseits und es war auch sehr angenehm mit dir Igor vielen vielen Dank danke war auch sehr angenehm mit dir wir können das gerne fortsetzen vielleicht treffen wir uns mal nicht online sondern machen so eine Veranstaltung live zusammen in einem Ort ich komme gerne in die Schweiz wir können das gerne auch in Frankfurt machen ich organisiere das auch gerne das hat mir auch richtig Spaß gemacht das war eine Ehre so inhaltlich wow also ich sag ich muss das jetzt alles bearbeiten vielen Dank dass ihr Zeit dafür genommen habt und nochmal prüft alle prüft was Dr. Roger Liby gesagt hat und Rabbi Igor Itkin gesagt hat auf jeden Fall bitte fühlt jeder der also jeder ist bei mir sehr sehr herzlich willkommen wenn ihr mal bei mir eingeladen wird wird ihr Bauch voll haben und nicht mehr so einfach so rausgehen das ist halt unsere Kultur das gehört diese Gastfreundschaft auch dazu und ich habe alles Mühe gegeben dass ihr euch wohl fühlt und das hoffe ich dass ich das gemacht habe ich würde mich jetzt von euch verabschieden ich würde mit den Zuschauern da sind über fast 3000 noch da würde paar Ankündigungen machen und jeder der nicht gucken möchte kann auch gerne gehen muss nicht hier sein keiner muss hier die Sachen die Sachen die wir als Hakika sagen unbedingt zuhören das ist niemals Zwang und das ist freiwillig und wir wir wollen also Ego du musst wissen ich habe als ehemaliger Muslim Jesus erlebt und besonders durch Jesaja 53 hat mich so angesprochen und ich wusste gar nicht von Jesus und ich wusste das muss jemand sein der Jesus das muss jemand Besonderes sein und das habe ich im Neuen Testament entdeckt also ich möchte jetzt keine Debatte aber nur meine persönliche Erfahrung und deswegen kannst du noch erklären was Hakika heißt das interessiert die Leute sicher viele fragen was heißt Hakika also Hakika bedeutet von Artikel Al-Hakika bedeutet die Wahrheit und diesen Namen habe ich genannt Hakika weil Jesus die Wahrheit Hakika ist er ist der Weg Tariq Hakika und Haya das Leben und wir haben diesen Kanal genannt um Menschen zu zeigen was ist die Wahrheit und in Johannes 8 Vers 32 steht die Wahrheit wird euch freimachen und dann jeder soll sich die Frage stellen was ist die Wahrheit und deswegen haben wir Hakika genannt und deswegen machen wir Debatten was ist am Ende die Wahrheit und jeder der die Wahrheit entdeckt wird freigemacht okay habt ihr noch zum Schluss was im Herzen dann würde ich euch erstmal raus haben wenn es in Ordnung ist und dann können wir ihr habt meine E-Mail Adresse Nummer wenn ihr was habt mir sagen also meinerseits noch mal vielen Dank an die gute Moderation und ich freue mich bis zum nächsten Mal danke dir Roger wenn ihr im Raum bleibt könnt mir noch zehn Minuten reden hinter der Kamera aber wenn ihr nicht wollt könnt ihr auch gehen kein Problem bis dann Gottes Segen und jetzt bin ich mit den Zuschauern alleine es war mir so wichtig mit euch alleine mal wieder zu sein also es sind über 2000 Zuschauer ist es nicht wunderschön dass wir den Rekord gebrochen haben das ist wir sind bis 3800 wir kommen in YouTube Trends und deswegen dank dem Herrn und das war richtig schön und da freue ich mich so sehr ich hätte noch kurz paar Ankündigungen lieber Geschwister und ihr wisst Bescheid diese Flyer liegt mir sehr im Herzen und diese Flyern sollen tatsächlich dafür sein Muslime zu erreichen die könnt ihr wie könnt ihr sie bestellen und ich zeige mal kurz den Fenster wo ist der genau genau hier hier ihr könnt gerne auf Instagram gehen das bestellen und oder auch das von Abdul Memra der hat einen super Flyer gemacht dank dem Herrn heißt was muss ich tun um gerettet zu werden gerettet zu werden da haben wir auch eine andere Flyer ein Roll App aber steht was muss ich tun um in die Hölle zu kommen die Antwort ist ganz einfach gar nicht du bist schon auf dem Weg dahin deswegen wenn du es willst bestellt und wenn du zum ersten Mal eine Bibel gelesen oder noch nicht gelesen hast bestellt eine Bibel und ich freue mich sehr wenn ihr eine Bibel bestellt wenn ihr noch nicht eine Bibel habt und ihr könnt gerne auch dieses Buch bestellen von Dr. Roger Libby die Bibel ist absolut glaubwürdig und deswegen das verteilen wir auch und das könnt ihr auch bei CLV bestellen die ist eine schöne Buch und sehr einfach geschrieben und sehr klar und ich möchte euch kurz mit euch durchgehen ihr könnt Samstag Evangelisation in Frankfurt machen und wir sind dabei nächstes Jahr in ganz Deutschland in Großstädte unterwegs und deswegen betet für Unterstützung für Gebet für Mitarbeit dass wir Evangelisation in ganz Deutschland machen und das Wort Gottes weitergeben ihr könnt weiter die Debatten wir haben mehr Debatten was ist Gottes Wort wurde Mohammed in der Bibel prophezeit ist Jesus Gott sind die Evangelien zuverlässig und so weiter wir haben Debatten ohne Ende wir haben Straßen Interviews die sind so interessant die müsst ihr auf jeden Fall wenn ihr durch Zeit habt könnt ihr jede Zeit gucken wir haben Videos wir haben Vorträge wir haben Video mit auch Bruder Abdel Memra ein sehr geliebter Bruder wo ich ihn sehr schätze und wir haben neue Projekte vor und was ihr machen könnt bitte den Achso Kanal unbedingt abonnieren in diesem Kanal geht es sehr viel um Muslime für Muslime und die würden wahrscheinlich auch bestimmt Debatte Review und so weiter machen da könnt ihr auch sehen wie oft zum Beispiel hier Debatten Review oder hier und so weiter sehr oft Debatten Review gemacht hier zum Beispiel und da könnt ihr gerne den Kanal auch abonnieren und da freue ich mich sehr wenn ihr den Kanal von ihnen abonniert und ja genau bisschen Liebe da lässt und was wollte ich noch sagen den Discord Kanal könnt ihr gerne könnt ihr gerne auch kommen ich verlinke das kurz und da könnt ihr gerne den Discord Kanal hier und wir versuchen mit aller Liebe euch zu helfen aber nicht nicht jetzt wir wollen nicht Verantwortung tragen das ist sehr wichtig und zum Schluss habe ich gedacht sollen wir zusammen wer ist dafür dass wir Jesaja 53 kurz zusammen lesen wer ist dafür also in den Kommentaren eins die dafür sind zwei die nicht dafür sind vielen Dank ja vielen Dank für die Gästen könnt ihr auch gerne Herz ja dann lasst uns Jesaja 53 zusammen lesen da war klar dass ja also ich kann nicht so gut lesen ihr müsst irgendwie mit meinen wie ich lese zusammen klarkommen also wir haben eine Position das muss jeder wissen wir sind Christen wir lieben Jesus wir lieben ihn so sehr deswegen machen wir solche Debatten und lasst uns kurz zusammen Jesaja 53 lesen was steht da und dann können wir zusammen durchgehen wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn wem ist er offenbart geworden er wuchs auf ihn wie ein Schlössling wie ein Wurzpross aus dunner Erdreich er hätte keine Gestalt und keine Pracht wir sahen ihn aber sein Anblick gefällt uns nicht verachtet war er und verlassen von den Menschen ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut wie einer von dem Mann den Angesicht vergibt so verachtet war er und wir achteten ihn nicht für wahr er hat unsere Krankheit getragen unsere Schmerzen auf sich geladen wir aber hielten ihn für bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt doch er wurde unser Übertretungswillen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihn damit wir Frieden hätten ich kriege so Gänsehaut wenn ich das lese und durch seine Wundern sind wir geheilt worden wir alle gingen in der Irre wie Schafe jeder wandte sich auf seinem Weg aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn er wurde misshandelt aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm das zur Schlachtbank geführt wird uns wie ein Schaf verstummt so seinen Schere und seinen Mund nicht auftut in Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen wer will aber sein Geschlecht beschreiben denn er er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen und man bestimmt sein Grab bei Gottlosen bei dem einen Reichen war er in seinem Tod weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war aber dem Herrn gefiel ihnen ihn zu zerschlagen und er ließ ihn leiden und sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat und so wird Nachkomme sehen und seine Tage verlängern wisst ihr was ist da ich habe mich auch damit beschäftigt was da steht seine Tage verlängern bedeutet er wird weiterleben welche Erklärung gibt es dafür also ganz kurz könnt ihr in den Kommentaren schreiben und Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen nachdem seine Seele Müs Saal erlitten hat wird er seine Lust sehen und die Fülle haben durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünde wird ertragen darum will ich ihnen die viele zum Anteil geben und wird starke zum Raub erhalten dafür dass er seine Seele den Tod gepriesen hat sich unter Übeltäter zählen ließ und die Sünde viele getragen hat und viele Übeltäter gebetet hat Amen Auferstehung also ich habe mal mit vielen Muslimen geredet und tatsächlich da war mal auch eine Frau die wollte gar nicht von Jesus hören wir haben gesagt komm lass uns jede Woche Bibel lesen bis wir irgendwann zu Jesaja kam sie hat sofort erkannt das ist Jesus und hat Jesus auch angenommen und das ist wunderschön liebe Zuschauer lasst uns diese Botschaft weitergeben deswegen machen wir Hakika nochmal ihr könnt gerne für uns beten und ihr könnt gerne uns unterstützen wie ihr uns unterstützen könnt zeige ich euch gleich aber lasst uns dafür beten und diese Unterstützung die ihr tut das ist freiwillig das kommt auf ein vereinkonto ich kann nicht das Geld einfach so verwenden ich muss es nachweisen dass es zum Beispiel für Bibel ist für Evangelisation ist für was was für Hakika ist so einfach kann man das nicht verwenden und deswegen ihr könnt gerne uns unterstützen lass uns dafür beten für die Zuschauer dass jetzt über 1433 Zuschauer wahrscheinlich gibt es unter dieser Leuten Juden Muslime Atheisten oder Leute die noch nicht eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben lass uns für diese Leute beten lass uns zusammen im Gebet sein und ihr könnt uns wie gesagt auf Instagram erreichen das ist sehr wichtig und Discord dass ihr Bescheid den Link habe ich in der Video in der Kommentar ok lass uns beten danke Herr nochmal für die Zeit danke für die Debatte danke dass du da bist danke dass du uns liebst so bitten wir dich Herr dass wir erkennen dass wir Sünder sind und dich bekennen dass du der Herr bist dass du der Weg bist dass du das Leben bist dass du die Wahrheit bist Herr Lass auch die Menschen die das geguckt wie wird es gesagt und lass uns alles prüfen und was die Wahrheit ist danke nochmal für den Kanal ich habe nie gedacht Herr dass es so weit kommt ich habe nicht damit gerechnet oder damit gewollt dass es so ein Kanal wird über 3800 Zuschauer unglaublich danke Herr für das Projekt die du uns vertraut hast danke für das Team so bitte mir dich Herr Jesus sei du für uns da Amen nicht vergessen auf Instagram diese Sachen bestellen und wenn du keine Bibel hast bitte Bibel bestellen und den Kanal Achso Kanal abonnieren und genau und da freue ich mich sehr und ich zeige euch wie er uns unterstützt und da seht ihr in einer Minute das Video wie er uns unterstützt bis gleich Jesus hat gesagt geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung Markus 16 Vers 15 Lass uns gemeinsam diesen wundervollen Missionsbefehl von Jesus erfüllen Nun wie erreichen wir dieses Ziel Mit deiner Spende und unserer Arbeit können wir Bildungsprogramme Infostände Verteilmaterialien Betreuung neuer Christen Podcasts sowie Livestreams realisieren und die rettende Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus im ganzen deutschsprachigen Raum verkünden Du kannst von zu Hause aus dieser wertvollen Arbeit mit regelmäßigen oder einer Einzelspende unterstützen Gehe hierfür einfach auf unsere Website hkktv.de Dort hast du die Möglichkeit via Paypal oder Überweisung Teil dieser wundervollen Mission zu werden Hakika die Wahrheit für die Welt